Okay, der Save des Todes. Wie kann man so gierig sein wie ich? Wie kann man? Wieso kann ich nicht einfach mal einen Mini-Cycle kurz warten? Ich wäre halt so... Bei jedem Try komme ich durch. Aber nein, warum sollte ich das tun? Ich möchte mit maximaler Affen... Warum bleibe ich nicht mal hier? Warum mache ich das nicht so? Zack, zack, zack. Nein, es ist zu langsam. Hilfe, zwei Pouletten! Oh nein, hier haben alle noch Raketen. Leslie, es tut mir leid. Das ist ein Geschenk für dich. Du hast das noch geholt. Oh nein! Oh nein! Jetzt die Frage, brauche ich den noch? Ja klar. Hä? Bitte! Was? Komm also, wer hat damit gerechnet? Das wäre jetzt so ein... Komm schon! Ich wollte ihn ablegen und mit dem Drop killen. Damit hat euch jetzt keiner gerechnet. Ja komm, Alter! Das ist so dumm, das Game. Wirklich? 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 spiel passen okay das mache ich das ist mir zu hart das ist mir zu gruselig junge und dann kommen die mir mit irgendwelchen horrorspielen das ist doch weil ich bin da schon wach eine weile okay dann fürs weg auf jeden fall oh 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 apple's weg oh 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 der beste boss aller zeiten oh mein gott lol okay oh mein gott super lucky pfff okay nehme ich eines reinen nagels erblickend dass dieser moment so schnell gekommen ist ich muss mich kurz sammeln macht man Oh, 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 oh mein Gott, is, what the fuck, ich wollte reden, ich wollte reden, ich wollte reden. Ja, ja, davon werden keine Clips gemacht, wer davon Clips macht, muss leider, wird hier gebannt, ne? Hä, was, was, bitte Replay, was ist da passiert? Ich war auf Yoshi und hatte die Schel... Müll. Hä, hä, come on, ich hab den Schalter getroffen. Dieser Scheiß-Controller-USB-Kacken-Müll-Micro-USB. Ich weiß nicht, ob jemals in der Geschichte der Videospiele-Hardware ein schlechterer Anschluss entwickelt wurde, als der vom PS4-Controller. Ey, da ist überhaupt kein Widerstand. Und die Dinger, und egal welchen Controller ich nehme, die kannst du in ne Tonne kloppen, alle. Ey, das ist der schlechteste Controller, also zumindest der Anschluss oben. So, hab ich kurz aufgeregt. Äh, okay. Okay, hier ist, hier ist der Heck sowieso für alle vorbei. Wer entscheidet denn, dass, man kann Motorskills nur mit R spielen? Mit R! Nicht mit R! Seht ihr das? Ich muss das mit R machen. Hä? Ah, okay. Upsi. Mit der Select-Kaste kann ich umschalten. Okay. Hier sind normale Motorskills. Ja, tschau. Nichts gesagt. Hä? Worauf warte ich denn da? Was macht denn der zappelt da am Rand noch rum? Er hat fünf Hits, steht am Rand und macht so. Warum? Oah! 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 Ist das R! Oah! Oder was? Leck mich am Arsch! Was ist da oben? Äh, bekomm schon! Das ist ein Geheimgang und kein Tod. Das Spiel schreit Geheimgang. Ok, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal gucken, ob er noch aufsteht. Fällst du eigentlich auch genau so um? Ich fall meistens so. Ich fall auch immer genau so um. Also auch abends dann bin ich fertig. Ja, ok, einmal steht er noch auf. Hä, ich verstehe nix. Hallo, wie bewegt man sich hier? Geil gebaut. Das ist perfekt gebaut. Das muss es sein. Hammer Level. Was für ein Level. Was für ein Level. Also das war mega geil einfach. Ich finde, das ist so ein cooles Konzept. Das ist wirklich sehr Mario Maker mäßig. Dieses Perfekt. Der ist doch bescheuert. Ne Leute, soll ich euch mal was sagen? Soll ich euch jetzt mal was sagen? Ich bin seit drei Minuten da. Ich habe mit euch geredet und habe mich gefragt, warum antwortet mir keiner? Ich habe die Szene nicht umgestellt. Das ist mir noch nie passiert. Noch nie. So, Wette berührt Densen in Rennen 74. Die Bande. Gegen eine Wand. Boah, die Kapostel, Junge. Geht doch nochmal schlafen. Die Wette ist berührt Densen in Rennen 74. Gegen eine Wand. Kapostel, wen gehört der Fahrrad? Ich. Die Wette kannst du gar nicht auflösen, weil keiner versteht. Nein. Wen gehört denn Fahrrad, Kapostel? Dich? Ich glaube nicht. Ich musste 500 Mal korrigieren, weil ich scheiß Zeilen nicht reinkomme. Ach du Arschloch, Mann ey. Ja, man kann das doch, man kann doch nur Arschloch sagen. Klar, rufe ich an. Ich will ja einfach nur mal nett eine Frage stellen, warum das Spiel kacke ist. Das kann man ja wirklich mal einfach nett fragen. Ganz nett, ja? So. Lautsprecher. Vielen Dank für Ihren Anruf bei Nintendo. Leider rufen Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Wir können uns Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr erreichen. Wir können uns nach jederzeit per E-Mail unter folgen. Per Mail. Oder wir schreiben gleich kurz eine Mail. 2-3 Minuten. Das machen wir. Wir schreiben gleich mal kurz eine Mail. Ja, wir formulieren die gemeinsam. Das wollte ich damit sagen. Ach, die kann ich... Ich verstehe die nicht, Juniors, diese Kappas. Einfach komplett in den Chat irgendwas schreibt und nur weil das Kappa-Ding da hinten dran ist, bedeutet das... Ich meine genau das Gegenteil. Was? Wer hat sich den Scheiß überlegt? Gerade wenn man mal nur so nebenbei immer kurz den Chat liest, so wie ich das mache. So kurz mal ein Auge drauf werfen. Und dann muss ich jetzt auch noch drauf achten, ob das scheiß grau... Graufarbene Scheißgesicht dahinter ist. Und dann alles, was ich in dem Moment lese, muss ich dann komplett wieder löschen, weil das ist ja das Gegenteil gemeint. Das ist jetzt doch bescheuert. Wie kommst du denn dann hier auf diesen Kanal? Ah, das könnte reichen. Achso, ja, okay. Ja, das macht ja Sinn. Wow. Das ist... Ist das... Aber wie kann... Aber was ist das mit diesem bestechlichen, dummen Koopa? Wieso gibt der mir 91 Punkte für diese Katastrophe hier? Ich weiß nicht. Das ist Korruption herrscht hier im Pilzkönigreich. Ich sag's euch. Da ist irgendwas unter der Hand gegangen. 91. Das sind die Mitleidspunkte. Ja, okay. Nie wieder hier rein. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Jahr zu Weihnachten. Ja... Was passiert mit dem Stein? Jetzt am Sonntag da. Da... Da willst du ein belegtes Brötchen kaufen, dann haben die. Die haben keine belegten Brötchen. Die haben dann nur so... So eine gewisse Massenabfertigung gibt's da, ne? Einfach zack, zack, zack. Fünf normale Brötchen kannst du dir holen. Oder was weiß ich. Ein Walnussbrötchen. Und wenn du dann sagst, könnte ich ein belegtes... Ich bin doch so blöd. Geh zum Bäcker und frag noch, könnte ich ein belegtes Brötchen haben? Also, dann ist ja, als würde ich... Keine Ahnung, zur... Zum... Zum... Zur Eisdiele gehen. Und dann sagen könnte... Wär's okay, wenn ich hier eine Kugel Eis bekomme. Und dann frage ich, ob das okay ist, wenn man mir ein Brötchen belegen würde. Und dann sind die so richtig... Ja, ist kein Problem. Aber wir müssen mal gucken. So viel haben wir nicht mehr da. Okay. Bis demnächst. Ich hasse Bäcker, Peter. Ist der schlimmste Bäcker im Ruhrgebiet. Diese scheiß Kette. Nein. Die Mucke? Ja. Die ist wüstig. Hallo. Oh, Ripp. Nee. Ja. Ah, Ripp, Ronny. Nein. Uff. Oh, Baby. Easy. Nein, nein, nein. Oh, oh. Lull. Nein, ich bin tot. Oh, Dessel. Ich dachte schon beim ersten Spin, ich bin tot. Dann wusste ich nur, am besten nur, wenn ich jetzt in der Meta bin, kann ich so überleben. Ja, das Level... Pass auf, das Level hatte so richtige... Man könnte denken, es war knapp. Verrückt, oder? War es halt gar nicht. Bin ich gestorben? Bin ich gestorben? Was war denn da? Ich habe in den Chat geguckt. Ich habe gar nicht gesehen, was passiert ist. Liebes Twitch-Team, uns ist aufgefallen, dass wir schon häufig in der Situation waren, dass einer unserer Mods dringend ein Bann brauchte. Dauerlicherweise ist dies nicht möglich. Wir würden uns sehr darüber freuen. Zack. Hey, come on! Please! Ich habe es nicht verdient! Das habe ich wirklich nicht verdient! Das war jetzt so gut gespielt. Da ist das Gold-Tape. Und dann sind diese komischen Kack-Hitboxen so scheiße von der dicken Werther. Das habe ich nicht verdient. Wie soll man den auch finden? Jetzt finde ich unten drunter irgendwie so eklig ein und schön von unten in den Bildschirm gucken. Das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr nicht genau sehen könnt, was da ist, ruhig mal da. Ruhig mal von unten. Leute, ich sag's euch, ich mache morgen genau so eine Session wieder, ne? Morgen wird wieder reingesuchtet und am Sonntag auch. Ich bin komplett jetzt opfermäßig unterwegs. So schnell! Also ich sag mal so, es lag nicht an ihm. Ohne, dass man irgendwas braucht oder so. Hallo! 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 Bitte! Clip! Wo habe ich den Schalter nicht getroffen? Nein! Ich hätte geschworen, er bleibt vor der Pipe stehen. Weil er einfach irgendwie, keine Ahnung... ...und ich fernab. ...und ich fernab. Oh Mann! Was ist das für ne Rotzpipe? Junge! Wow War das wirklich ein Troll Für die Jumper Trubio, vielen Dank Alter, das ist der Legendentroll Oh, ne Saat Junge Alter, mein Herz Wo kam der Drecksvogel her? Ich sag's euch, ich guck jetzt hier mit der Boots hier rein Oh, ne Saat Oh, hier ist auch wieder ein Schalter. WTF? Schön vorsichtig nur schlumpfen, ne, mit dem Schlumpfisator, Leute. Mit dem Schlumpfisator dürft ihr nicht zu fest schlumpfen. Und wenn ihr da richtig fest für den Schlumpfschlauch schlumpft, dann vergesst es. Dann ist der Schlumpfisator schnell halt auch mal Geschichte. Alter, dieses Game, ich hasse es so sehr. Aber das Game ist geil, Gamefuchs, der ist der Oberknaller. Oh nein, Boss mit Säure. Guckt euch mal diesen geilen Style an von dem Zock. Du hast den gesegneten Schluss erhalten. Dieser Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Statue im oberen Stockwerk. Sehr bedrohlich. Ha! Das war die dümmste Stelle in einem Videospiel jemals. Oh, Alter, die Trollfeder aus der Hölle. Ach du Scheiße. Guckt euch die Inputs an? Plötzlich springt er. Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt ja. Nicht, nicht, na, ich, nicht, 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 ja. Cool. Das ist eine Mechanik, die ich so einbauen würde. Zu jedem Zeitpunkt. Ach, ich bin dumm. Aber es geht noch, glaube ich. Komm schon. Ey komm, das hat mich nicht getroffen. Ich möchte, dass das festgehalten wird für die Welt. Der hat mich nicht getroffen. Hüpf, Mann, hüpf. Okay, jetzt muss ich mich raffen. Jetzt werde ich aggressiv. Jetzt hasse ich plötzlich Mario. Und wenn das passiert, dass ich Mario hasse, das passiert halt manchmal, dann ist das Band zwischen uns zerrissen und dann geht es nicht mehr. Ich kletter nicht, du Schwein. Alter, kann man nicht aushalten. Ich gehe Klappen. Oh, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Okay, ich bin raus. Leute, das war's. Ich mach aus, den Stream. Jo, was geht ab? Mein Herz. Ich könnte, ich könnte Instant auf Latein switchen, aber dann verstehen Leute... Und fließend so? Natürlich. Ja. Obiraya ist. Oh mein. Obiraya ist. Ja, hallo? Was? Der Mike Tyson Punch-Out-Theme? In 16 Bit oder was? Warte mal. Boah. Boah, wie geil ist der denn? Aha. So, jetzt ohne Hookshot auch dumm, ne? Was ich zweimal rumlaufen muss. Oh mein Gott. Please. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind solche coolen Momente im Randomizer, oder? Das wird nix. Oh. Oh. Hüpf, hüpf, bitte. Boah, ist das schlecht? Warum? Was ist das denn für die Indie? Dansen. Er ist krass. Und er macht uns alle nass. Wenn's um Spiele geht, die schon älter sind. Wir sind halt nicht mehr ein Kind. Aber Dansen, der hat sich's bewahrt. Und er ist auch sehr behaart. Es ist Dansen, er spielt Spiele schnell. Guck doch mal nach vorne. Oh. Dansen. Er spielt Spiele schnell. Guck doch mal nach hinten. Oh. Schneller Dansen. Er ist schneller als du. Es ist Dansen, schneller Dansen. Er spielt Spiele schnell. Ohne groß gebellt. Ja. Yeah. 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 Dansen. Er ist krass. Mach dich nass. Im direkten Vergleich. Spass. Aber eigentlich nicht. Hammer geil. Oh. Hab ich ein Glück. Hab ich. Bipp. Ey. Oh, hab ich ein Glück. Pim. So. Ah. Hallo. Grüße. Schönen Sonntag. Mantalis. Danke für 24 Monate. Üü. Zwei Jahre geiler Content. Mach weiter so. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Rudi, moin. Du bist auch da. Das ist schön. Und dein Hack gibt's auch gleich. Äh. Schon ein Jahr lang. Denn seine. Also wie konnten wir jemals ohne Hans leben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie. Wie. Wie das zusammen ging. Eigentlich geht das nicht gut zusammen. 2010. 52 Monate. Heute FIFA. Ja klar. Ja klar. Vielen Dank für eure Resupp. Cypress Hill im 20. Daniel D. 96 K. Im 40. Hanarius im 17. Und Gangland. Im 52. Tadeus T. Danke für 400 Bits. Danke. Ich muss schon mal sagen, Leute. Es könnte sein, dass ich heute ab und zu mal mit dem Hund muss. Der hat. Also. Ich kam erst spät nach Hause. Dann wurde ich, glaube ich, noch dreimal geweckt heute Nacht. Und heute Morgen schon irgendwie zweimal draußen gewesen. Ja. Boah. Es ist schlimm. Und Lina sagt ja irgendwie nie, wenn sie raus muss. Und dann fängt sie irgendwie an, so ein bisschen schneller im Kreis zu laufen. Und das heißt, geht es mit mir raus. Also ich hoffe, ich kann das lesen heute. Und wenn ihr mal seht, dass sie wild im Kreis hinten lauft und ich es nicht mitkriege, dann schreibt mal, der Hund läuft im Kreis. Dann gehe ich kurz in den Garten. Aber es dauert zwei Minuten. Ja. Die Pfeife. Weiß nicht warum. Ne, Lina heißt sie. Vielen Dank, Bullrich, für 100 Bits. Das ist kein neuer Monitor. Das ist ein Devum Picsum 64. Ganz lustig. Ganz lustige Spielerei. Flipper Frank. Moin. Na, wie war es beim Andi? Hat Spaß gemacht. Ich habe nicht reingeguckt. Es passte nicht. Aber vielleicht schaue ich mal ins VOD. Der Hund läuft im Kreis. Ist heute das Codewort. Ja. Mit welchem Zelda Randomizer sollte man anfangen? Also meiner Meinung nach ist der Link to the Past Randomizer sehr einsteigerfreundlich, Florian. Wenn du sagst, Link to the Past hast du schon mal gespielt, ist der schon sehr easy, um reinzukommen. Wir brauchen einen Kreis. Ja, wir haben ja das Lina Emote. Aber das hilft vielleicht nicht, oder? Oder das Hunde Emote. Das ist besser. Das Hunde Emote ist besser. Wenn es ein Hund 1 ist, ist es. Ja, das. Alarm, Alarm. Hund muss raus. Cod Alarm. Ja, hier. Grüße, gibst du dem Ocarina of Time Raider bei so noch mal eine Chance? Eigentlich habe ich ja sehr viel Lust drauf. Ja, ich bin angefixt und ich will es tun. Sagen wir es mal so. Ich weiß nur nicht, ob alles zu viel ist gerade. Ob das jetzt passt. Das Lernen dafür. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, sieht man sich gerade eigentlich. Nee. Weil das Licht im Flur aus ist. Okay, es kann missbraucht werden. Ausrufzeichen Alarm. Geil. Sehr gut. Schön 1. Mai. Stimmt, wir haben 1. Mai. Milly Milly 49 Monate. Danke sehr. Ja, Tanz in den Mai. Als ich noch 10 Jahre jünger war, war das für mich immer richtig geil. Hm. Jetzt wohl nicht mehr. Äh, ja. Wir starten gleich mit SMW rein. Das ist sehr schön. Es gibt 2 Sachen, die ich hier habe. 1, das ich gestern schon starten wollte, ist auch von Rudi Strausch. Also was heißt er auch? Also auch aus einem Community, von einem Community-Mitglied. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Äh. Nämlich von Rudi. Der hat einen Hack. Fertig. Und es gibt noch ein, äh, For Dan heißt der. Ich weiß nicht, hast du eine grobe Vorstellung, ob das was ist, was 10 Minuten ist? 10 Minuten dauert? 1 Stunde? Oder 10 Stunden? Also natürlich kannst du jetzt nicht sagen, wie lange ich im Endeffekt da bin. Ich war 6 Stunden bei Andi, war richtig cool. Ja. Kann man auch. Äh. Hast ihn auch abgezockt? Oder war das nicht so, stand das nicht so im Fokus? 1 Stunde. Okay. Das ist ja sehr entspannt. Gut. Ja, dann starten wir damit. Hättest du jetzt gesagt, dauert 5 Stunden, hätte ich vielleicht vorher was anderes noch gemacht. Aber wenn du sagst eine Stunde ungefähr, dann ist das ja super. Oh Gott. Frank, ist er, ist er, ist er noch? Oh Gott, das tut mir leid für Andi wahrscheinlich. Hast du dein Geschenk gestern abgeholt? Ja. Aufmerksame Zuschauer haben natürlich gesehen, dass ich noch da war. War von vornherein klar. Ähm. Aber ich wollte einen kleinen Überraschungsmoment. Heute denke ich nur noch, ist was zur Hölle. Leider nicht, guck ihn, weil der Garten, den ich hier habe, das ist ein Gemeinschaftsgarten. Auch wenn hier nur neben mir noch eine Partei wohnt. Also eigentlich könnte ich das machen. Das Problem ist, dann müsste ich meine Wohnungstür auflassen. Das ist irgendwie nicht so cool. Alles gut. Gut. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Ich finde es cool, wenn Leute, die hier aus der Community sind, einen Hack hochladen. Ist ja mega geil. Also darauf habe ich Bock. Wir gehen rein. Lektion 1 in unter drei Minuten. Ach, das ist schon das erste Level. Okay. Okay. Cool. An welchem Gerät habt ihr gespielt? Oder an mehreren? An zweien vielleicht? So. Wir machen Mucke aus hier. Nicht doppelt Mucke. Wow. Das ist ja mal ein gruseliges. Was ist das für ein Mario Sprite? Alter, das ist ja eine 12 von 10. Alter, was ist das für ein Mario Sprite? Der Unterstrich. Hast du gerade im Kopf, wie viele Exits das hat? 15? Also natürlich hast du es im Kopf. Ich wollte damit sagen, kannst du es mir kurz sagen. Ach, ich sehe es hier. 15. Alles gut. Gut, ich bin noch auf SMB Central. Ja, crazy. Okay, was ist das für ein Player Sprite? Ich bin gespannt. Stimmt. Aber ich muss mal hier gucken in meine Randomizer Gruppe gerade. Ja, okay. Da würde ich ja auch gerne nochmal was Neues machen, um ehrlich zu sein, ne? Bei den Badges. Hallo, kannst du bitte das Programm öffnen? Ich hasse es. So, falsch. Open Layout. Zack. 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 Inputs und let's go. So, jetzt muss man es losgehen. Hallo Freeman. Hey, kapostet. Moin. Okay. Schauen wir mal rein. Ich freue mich sehr. Das sieht schon mal vielversprechend aus, sage ich. Hä, wie cool ist denn das, bitte? Ich muss mal ein Screenshot davon schicken. Wie cool ist denn das? Unerwartet. Ja, voll. Ich freue mich. Hm. So, okay. Ja, sehr cool. Auch der Bob Ross. Sehr cool. Okay. Ja. Bester Heck der Welt, ne? Lektion 1. Was ist mit dem Mario los, Alter? Lektion 1. In unter 3 Minuten. Okay. Tritt näher, junger Novize. Mein Name ist Rudi. Ich bin ein hoher Priester des ewigen Kaizo-Kults. Ich werde dich in den Kaizo-Künsten unterweisen. Zunächst jedoch sollst du springen und laufen lernen. Geh nun. Ja, das ist die Kumo-Weile. Die brauchen einen Tacken zu lange. Ähm, Mumu-Farm? Ich glaube, Mumu-Farm. Okay, das ist, glaube ich, wird ein abgefahrener Hack, oder? Das ist nicht so leicht zu lesen, finde ich, weil du die Timings nicht kennst. Es erinnert mich immer an die Todes-Animation. Das Todes-Sprite erinnert mich an den Mirror von Link to the Past. Oh. 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 Boah, also das ist nicht so easy zu lesen. Das ist überhaupt nicht easy zu lesen. Oh. Megacoole Setups. Okay, megacoole Setups, aber Einsteiger? Boah. Oh. Ah, die Molds. Die Triggern des Todes. Warum rauchen die so lange? Boah, Alter. Boah. Uff. Uff, 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 uff. Also, schwer zu lesen, meiner Meinung nach. Zumindest im One-Shot. Wenn du weißt, wie es funktioniert, das ist ein mega geilen Flow. GG, ja. Wow, die Nine gewinnt, oder? Das ist mal eine 7,5er Quote. Ich würde sagen, Nein, oder? Ne, ich glaube nicht, dass es gewonnen hat. Also, ich glaube, Nein hat gewonnen. Ja. Es war um 5 nach 3 oder so. Ich bin mir auch sehr sicher, 2 hat gewonnen, ja. Boah. Was eine Quote. Was sind die Gewinne? 224.000 Eisen-Key. 30 Sekunden Intro lesen. Ja gut, aber das gehört ja dazu, ne? Ja, wenn das nicht gewesen wäre, hätte es gepasst. Aber ist ja cool. Okay, Lektion 2. Ich muss gestehen, dass ich angenehm überrascht bin. Bro. Frohes Potenzial schlummert in dir. Trotz alledem hast du bisher nichts Außergewöhnliches vollbracht. Großes, ja, ja. Ein wahrer Akolyt des Kaizo-Ordens muss den mächtigen Zwirbelsprung beherrschen. Lame. Was ist das? Ist das ein Loch? Ist das Wasser? Ich denke, es ist ein Loch. Also, Custom Graphics und so. Damit hast du mich. Cool See mit dem Akolyten. Ja, voll. Das geht hier ab. Ja, das ist schon... Wovon hängt das ab? Dass das passt? Der Jump ist schon wild. Ey, nice. Okay, das ist, glaube ich, viel leichter als das erste. Das war nicht gut. Ja. Ich finde es auch mega geil. Ups. Aber ich behaupte, das ist einfach... Ich weiß nicht, das erste war gar nicht so leicht, dafür, dass es das erste Level war. Aber das mit den Monty's fand ich echt knifflig. Cool. Klar, Marker, danke für den 45. Monat. Alter, T3 ist ab. Du bist ja auch irre. 45 Monate. Lektion 3 in unter 7 Minuten. Ja, ich fand das erste auch deutlich schwerer als das jetzt. Ey, die sieht mega aus. Sehr cool. Ich weiß nicht, also... Ich glaube, es könnte ein bisschen schade sein, dass es Deutsch ist. Oder? Das ist jetzt die Wette. Bisher bist du wahrscheinlich gefallen wie ein Stein. Bisher bist du wahrscheinlich... Also. Mit Hilfe des Regrab können unsere Schwestern und Brüder durch die Lüfte gleiten wie eine Feder. Bestehst du diesen Test, werde ich dich den anderen hohen Priestern vorstellen. Enttäusche mich also nicht. Ja, Mist. Da war ich zu tief. Was ist hier los? Alter, was ist das? Alter, das ist was dumm. Ich glaube, ein Cycle warten ist schon sinnig. Hey, das ist ein wilder Jump. Okay. Der könnte noch ein Problem werden. Mal gucken. Okay. Hm? Meiner Meinung nach ist der wieder, also der ist, es ist halt richtig ne übel Todes-Challenge und der Rest ist easy peasy. Ah, das war dumm. Ich muss früher abspringen. Das ist zu wild, meiner Meinung nach. Also natürlich nicht für einen Kaizo-Hack, aber für das, was da vorkommt. Das ist ja alles hier super easy und dann kommt der Tod am Ende. Aber ja, durch. Geil mit der Mucke auch, mega. Also ich würde sagen, das war bis jetzt das wildeste. Zumindest das Ende. Das stimmt, du hast recht. Lackere Zelt. Schon kultig. Also wirklich cool, 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 cool. Ups, 6 und 4. Es schläft. Hallo? Oh, du bist sicherlich der neue Novize. Man nennt mich Schlafkopf. Ich bin ein hoher Priester des ewigen Kaizo-Kults. Was? Rudi hat mich gebeten, dir etwas zu zeigen. Dieses Ding nennen wir Cooper Shell. Wir benutzen sie, um Außenstehende zu beeindrucken. Lerne damit umzugehen. Was ist denn das, junge? Nein, nein, nein. ok es sind wirklich gute setups das war mal ein level das fand ich richtig gut das war richtig nice cool natürlich simpel aber etwas warten ja simpel von den setups also es war sehr schnell zu verstehen das fehlt das war das einzige was mir level 1 gefehlt hat das macht keiner im one shot null unmöglich aber muss ja auch nicht level 1 war glaube ich alles in allem das schwerste bislang aber mega geil das ist wirklich ultra gut gebaut lektion fünf hallo sicherlich kennst du mich aus leer filmen wie der double shell jump oder kai so geht das ich bin hohe priester matthias als boden gärtner des ordens ist es meine aufgabe den novizen die pflanzenwelt des kaizo universums zu erklären machte scheiße oh mein gott es geht ab das geht noch und jetzt hallo mein gott einfach one shot oder was oh nein natürlich nicht wie klettert der alles und das ist ein sky tree das ist ein sky tree ok das geht noch ab das ist ok verstanden und w w w w w w w das ist warum bewegen die sich plötzlich das ist auch schwer mit der Wette das wird noch knapp Leute das ist auch nichts was man mal eben im ersten Versuch hinkriegt ich dachte das ist eine Shell ich wollte das mitnehmen Crispy danke für den neunten Monat ich wünsche euch allen einen schönen Tag was anderes als der ersten beiden Parts was du einfach instant lesen kannst das hier nicht das ist wieder also das ist nicht schlechter das ist einfach anders das kannst du nicht im ersten Versuch hinkriegen dafür musst du hier solche Sachen so war halt der Screen das ist bitter das ist einfach bitter und dann siehst du das hier mir gefällt es besser wenn das alles irgendwie gut runterspielbar ist jetzt weiß ich was kommt easy aber du musst Station für Station hier erst machen so 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 Knapp war es, ja. Ja, cool. Also, bloß nicht falsch verstehen, es ist mega geil. Es ist mega geil. Ich persönlich mag es lieber, wenn es so lesbar ist und man, wenn man alles gut macht, man richtig durchrushen kann. Das war jetzt bei dem Skytree schon schwer. Aber ja, das ist dieses Lernding, das passt schon da rein, sagen wir es mal so. Kurz leer, danke für 11 Monate. Frohn 1. Mai an alle, ja ebenfalls. Ja, ich weiß, Ruben, da kannst du, wem sagst du das, da kannst du kein Lied von singen. Schon in Mario Maker. Aber der Unterschied, der Schwierigkeitsgrade, glaub mir, das kann ich wirklich sagen, von den ersten beiden Parts und dann der Skytree, der bringt ein bisschen Frust, weil du vorher denkst du, Alter, ich konnte hier easy durch. Und dann kommt der Skytree, der ist schwierig, schnell durchzukriegen, sagen wir es mal so. Aber ey, super cool, super, super mega geil. Sei gegrüßt, ich bin hohe Priester Fransen und besitze die Macht der komischen Kopfbedeckungen. Ach du heilige Scheiße. Auch du sollst diese Fähigkeit erlernen. Um 18 Uhr ist das Mario Kartonier. Nimm dieses Ei und beschütze es mit deinem Leben. What? Ich meinte natürlich, nimm dieses Huhn und beschütze es mit deinem Leben. Äh, was ist denn damit? Wenn ich nach oben drücke, passiert das. Okay, das sind Rutschblöcke. What? Oh. Irgendwie dachte ich, das ist eine Bounceblase. Ich bin geschädigt. Ich bin geschädigt von Nemesis. Was ist passiert? Ach, ich muss mich ducken. Ach lol. WTF, alter. Okay. ups ja da sind was ist das ja super cool das ist wirklich mega krass ach da muss ich erst zweimal hüpfen da grover danke für den t3 sub im 21 monat vielen dank alter wieso heißt die soap nicht seife ja das hat den punkt erstmal rum was ist das jetzt hier das ist der schrug das ist einfach aus den usa ja 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 Den Stachel braucht es meiner Meinung nach nicht da oben, so nah, aber da kann ich euch auch ein Lied von singen, von wilden Stacheln, die für viele nicht nötig sind. Aber das ist, das ist wieder ein Beispiel. Ich finde das Hammer, ne? Also wirklich, absolut Hammer. Kann man nicht, kann man nicht, man stirbt ganz hoch. Häufig, unmöglich, das in den ersten Versuchen irgendwie hinzukriegen. Allein sowas. Also, unmöglich. Aber dafür, dass wenn du es, wenn du es, wenn du es, wenn du das Level kennst, ist es sehr cool, das zu spielen. Das ist halt, das ist ein hundertprozentiger Tod. Ja, absolut. Ich sag auch nur, dass das nur für mich manchmal, ich mag es lieber, wenn es irgendwie, wenn man gut durchkommen kann. Ah, nice. Ja, aber jetzt, ich sag ja, das Level spielt sich so mega gut, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt nochmal von neu starten würde. Wäre das super. Er ist ja eigentlich auch von der Zeit her perfekt. Ja, aber, ja, das stimmt halt. Es geht halt nicht darum, das im One-Shot zu machen, einfach, ne? Das ist halt nicht dafür gedacht. Wette fünf Tries. Locker, sag ich. Wir brauchen keine Wette, weil eine andere Wette läuft. at's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich muss von oben werfen Nein, Minigames sind nicht eigentlich ganz cool Das sei denn, es sind Minigames aus Breath of Fire 4 Da muss ich leider passen AB halten Das war ja nur wieder nicht dran gedacht Ja, man sieht es, das ist ein Unterschied Und das ist das, Rudi Und ich bin ja selber genauso Warum du denkst, wenn du das Level baust Hier, das war auch jetzt nur wieder Knowledge Du darfst halt nicht behalten Da Wenn du das Level baust Und es 5000 Mal durchgespielt hast Dann rennst du da durch Weil das so easy ist Und es ist ja auch easy Das ist ja auch nicht schwer Besonders Aber man kriegt halt komplett das falsche Bild Okay, jetzt bin ich bei 4 Okay Von wegen 100% Letzter Versuch Knowledge Wenn du das 5000 Mal machst Rennst du hier durch Und hast das Gefühl Komplett verloren Wie schwer das eigentlich ist Oder wie simpel Du denkst dann so Das ist ja komplett dumm So leicht ist es Aber ich habe dasselbe Ja, ich habe das bei mir genauso Ich dachte auch, meine Level sind alle easy Nemesis Oder leicht eher manche Als ich gedacht hätte Ja, das war jetzt nicht so krass, glaube ich Aber ja, geil Troll am Ende Bei dem man eigentlich nicht stirbt, oder? Ja, man wird so am Anfang zurückgesetzt Gehase Okay Let's go Lektion 7 In unter 5 Minuten Wir werden sehen Hi, Neuer Ich bin Hohepriester Feuchtmoon Oh, Wasserlevel? Du bedenkst bestimmt Dass du es voll drauf hast Weil du bis hierher gekommen bist Richtig? Und jetzt willst du ein Akolyt des Kaiserordens werden Ohne jemals ein Wasserlevel gespielt zu haben Geh baden, du Totenkopf, Bombefeuer und Kreuzblitz Du Arschloch heißt es noch Technische Störung Okay Ah, okay Klar, da bleibs hängen Ich meine Träger Wie weit geht es runter? Ich glaube, ich müsste auf der rechten Seite erstmal den Lair komplett platzieren, sich platzieren lassen. Was aber, ich habe das mit der technischen Störung glaube ich nicht verstanden. Wenn ich Zeit genug habe, lasse ich es erstmal stehen. Achso. Ich habe das mit der Technischen Störung gekauft. was war woran was was reicht vermutlich zum wackeln ist ein problem oder liegt es mario zieht schlieren ja ich brauche den iri bestimmt jetzt sieht er keine schlieren ich muss mich beeilen da ist das ziel ich brauche den iri gar nicht okay letzter versuch aber ich kann ja auch im wasser warten eigentlich weil er geht ja automatisch hoch und runter eigentlich sieht das bild für mich gut aus um ehrlich zu sein ja ich sehe es gerade ja hier sieht man es auch ja moment ich krabbel einmal das kabel ist so krass empfindlich übel übertrieben übertrieben einfach ja 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 ohne intro hat er fünf minuten gepasst ja aber seit acht level gibt es intros das muss man schon mit einem rechnen ok wasser jetzt so neuen knie nieder du pleb das ist einfach der sonic alter was geht ab vor dir steht ein hoher priester des kaiser kult der allvater des plebsens und ein echter speedrunner acht scheiße ach so der timer ups ja aber gilt eh nicht für die wette oder lektion ne in dieser lektion soll es um den p um um den p speed gehen bist du erfolgreich dann werde ich der große densen dafür sorgen dass du ein akkolyt unseres ordens wirst chili dogs was geht ab alter was ist das für ein kranker heck oh mein gott oh 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 sehr cool einfach also oh 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 muss ich wohl drüber springen und dann noch mal jumpen also nicht ich glaube ja ich glaube es ist so gedacht dass man drüber springt und noch mal springt aber wie soll ich den jump machen darüber komme ich ja nicht wie habe ich das denn beim ersten mal gemacht sollten darüber kommen wenn der kaisers sind doch so ne also die booster sind wirklich crazy böse ja 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 die booster finde ich die nehmen den flow weg die sind natürlich ich meine ich bin ich bin ja nix ich bin ich bin ja fan von den boostern aber booster im p-speed führen dazu dass einfach dass man ja so abbremsen muss oder in einem level wo es ja eigentlich darum geht super schnell durch zu rennen finde ich das ein bisschen killer mit den boostern ach so ist es gedacht lol tatsache ok ja das bin ich von ninjas anders gewohnt da willst du immer maximale geschwindigkeit und maximale reichweite aus den boostern das ist es einfach ja du hast nach vorne gehalten rudy das ist der unterschied bei den boostern ja gut dann ist natürlich simpel sehr cool und dann ist das glaube ich auch das leichteste level oder lektion 9 ich finde es hammer ich bin gespannt was gehen hier ab war cool hammer währenddessen das ist ja voll die lore meister eure schüler euer euer schüler er ist hier der ist komplett krank er will ein von uns einer von uns sein dann soll er kämpfen ihr wisst was ihr zu tun habt ja meister ja 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 Okay, der Kutten-Clan. Ich hab meinen Huhn auf. Was ist das? What the fuck? Oh, Junge! Okay, es ist der Spiny, der Spiny-Shell, ich weiß. Den Custom. Okay, der Spiny-Shell, der Spiny-Shell. Okay, der Spiny-Shell, der Spiny-Shell. Okay, der Spiny-Shell. Vielen Dank. Musik Es ist einfach wirklich maximal cool Also was ist das hier? Das ist ja kompletter Ober Shit Hammer Hammer Sehr gut Und das ist ja wirklich mega Also Also Hammer Credits Halt Du bist wahrscheinlich einer von uns Ein wahrer Kultist Lasst uns mit deiner Initiation beginnen Und gemeinsam das Kaizo Bekenntnis sprechen Das ist Das ist Hohe Priester im Livestream geradet Werde dein Chat Dein Keyjump Gelinge Dein Shelljump Geschehe wie auf YouTube So auf Twitch Geht ab Unser täglich Content Gib uns heute Und vergib den Hackerstellern ihren Cheese Wie auch wir vergeben deine Fails Und führe uns nicht in Wasserlevel True Sondern erlöse Uns von Blindjumps Was ist das? Aber wo ist es mit den anderen Exits? Denn dein ist der Sub Und die Donation Und der Gift Sub In Ewigkeit Also wirklich Also was geht ab Aber irgendwas muss noch kommen Special thanks to more random type Ich glaube ich weiß Rudi Irgendwas muss hier kommen Das ist mir klar Hammer Also wirklich oder? Das war jetzt der absolute Spaß Das ist halt so viel Liebe drin Und so viel Witz und Liebe zum Detail Das ist halt Zu gut Muss man einfach sagen Du hast es geschafft Herzlichen Glückwunsch Hiermit wird dir höchst offiziell Deine Kaisertauglichkeit beurkundet Dein Skill und dein Durchhaltevermögen Sollen dabei besonders hervorgehoben werden Nun wo deine Ausbildung beendet ist Möchte ich dich dazu ermutigen Die Welt zu bereisen Ich habe einige besonders schöne Orte Der Videospielgeschichte Für dich als Kaiserlevel neu interpretiert Dann ist das Ich muss wirklich sagen Das ist eine 10 von 10 Also einfach alles So kleine Details Du kriegst die fucking Urkunde Das ist das Orb Da steht da der Kaiser So ein Priester Äh wirklich Was ist das Also Emerald Hill Zone Okay Sonic Ja Junge was ist das So viel Schokolade macht Den sind froh Ja Mich ja Speedrun potenzial habe ich gerade gelesen Weiß ich nicht Um ehrlich zu sein Also kann man mal machen Aber Das ist jetzt auch nichts zum Grinden Dafür ist es zu leicht Befürchte ich Es sind sehr viele Tode Solche Tode Die würden ja bei einem Speedrun nicht passieren Also ich kann es gerne danach mal machen So das Weil dafür finde ich es auch cool genug Um das unbedingt danach direkt nochmal zu machen Also Aber jetzt seht das ich jetzt nicht irgendwie in einem Grind Oh ja Das ist blind auch leider Das passiert jedem Ich bin mir sicher Dass das zu 100% jedem Spieler passiert Ja gut in die Kugel will ich es zu rennen Ist ja keine Schwierigkeit Das zu verhindern Wenn du es ein paar mal machst Und weißt dass die kommen Das ist es halt Das meine ich ja Ja das ist hier Wieso kann ich denn da plötzlich durch eine Wand Das ist es halt Das ist es halt das am anfang auch ja okay was auch immer jetzt passiert ist hätte ich das goal erreichen können wahrscheinlich nicht spaghettibad ignatz m7 und und kathen da danke für 17 monate und 15 und 35 ich danke euch für euren support leute dankeschön hätte auch unten sein können der kurz leer dankeschön für fünf abgeschenke junge danke sehr erster mai einmal fünf subs stimmt auf schlau machst du es jetzt jeden monat erster sechster erster siebter aber 31 12 jahre sehr schlau die viel dank leute so you can mine brauche ich die nummer wahrscheinlich ja da 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 Okay, nice. Der zweite Part war schon knackig. Bitte kein Sonic mehr. So, okay. Es kommen noch... Wie viele Exits? Also wenn Sonic da ist, dann ist auch ein... Na, das wäre zu viel gesuten. Jump and Run. Moment. Ah, was könnte dann noch da sein? So als Klassiker. Donkey Kong. Ein Donkey Kong Level ist definitiv noch dabei. Yoshi's Island. Okay. Achso, ups, der Timer. Das machen wir richtig. Mega Man, genau. Ja, hätte ich auch gesagt. Donkey Kong. Okay, Yoshi's Island. Nein, das ist die Wette. Kein Intro. Äh, was? Shell Jump hier. Ah, okay. Okay. Okay, I don't get it. Das ist das für mich, Remi. Ich glaube, ich warte zu lange, ne? Ich warte die Blume. Eat Goombas. Das ist eine Wand rechts. Junge. Ja, gut. Ich meine, ich liebe es. Ja, ich liebe Custom Grafiken. Aber ich merke manchmal tatsächlich selber, was die Tücken an Custom Grafiken sind. Die Blume? Gibt es die nicht schon fertig? Die meinst du? Ja, geil. Die gibt es doch bestimmt schon als Grafik, oder? Ja, Yoshi's Island. Eigentlich muss man eigentlich auch mal auf 100% spielen. Habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Das ist eine Wand, ich bin zu blöd. Der ist eklig, der Jump, glaube ich. Sag mal, wie macht der Zug. Noob, noob. Ja, das ist super schwer, glaube ich. Ich denke, das ist das Problem an der Stelle. Ups. In dem Part. Auf schwer 100%. Ich weiß, dass es halt so super dumme rote Münzen gibt, die so richtig kacke versteckt sind. Bestes gibt es. Ich weiß, dass es halt so richtig kacke versteckt ist. Okay, man braucht Yoshi, okay. Ich wollte schon sagen, wenn ich den jetzt nicht gebräucht hätte. Nilfgaard. Jetzt wird's rollenspielig. War nach 4 Minuten. Ja, locker. 45 Sekunden hat es nie gedauert. Der letzte Try war der Tod mit dem Yoshi da. Ach, das ist von Witcher? Ups, dann war ich ganz woanders. Seine Majestät, der Kaiser von Nilfgaard ist tot. Der neue Kaiser wird einer von uns sein. Angeblich ein Spion von Densen. Uh-oh. Oh, der ist safe. Oh! Oh, oh, oh. Oh! Was soll denn der Indikator für ein Shell? Das war auch nicht gepatcht, dass man da links und rechts wirft. Oh... Was? Çok gut. die könig krönungszeremonie wird in kürze beginnen lang lebe kaiser clips base klipp her blip 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 klip hier das heißt es nicht blöd ok race ja hier ok ok kenne ich nicht deswegen kann ich nicht lesen hier also play 4 play 4 und klipp race die ganze law ich finde es so krass im gonna mask it up weg die krone unruhe stadt oh mein gott der will 13 unter fünf ich habe das ist der hammer Was ist hier los? Motor Skills Enabled Hä? Achso das ist eine Disco Shell geworden Ich dachte gerade warum springt denn so komisch ab von der Shell Oh mein Gott Was ist das alter? Das ist ja echt ein Meisterwerk Unnötig Wow We don't interact with each other Okay nice Freier Bucket Ja klar Die Musik wird immer schneller Es ist so geil Also Hammer Was ist das für ein Level Der ist mega krass Einfach kein Glück Ja Letzte Lektion Okay Krass Gut Aber es ist doch ein Echse zu wenig oder? Du hast viel erlebt Ich bin beeindruckt sogar ein Shackgate scheint kein Problem für dich zu sein Du hast dir deine goldene Mondkette wahrlich verdient Thank you for playing Ja Ja Es ist ja auch nicht einfach Oh Long Wo gehen wir jetzt hin? Okay Das war mega krank Wo gehen wir jetzt hin? Aber ich habe die Exit Ja das stimmt die Credits als Exit vergessen Ja 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 wirklich mega krass Ne 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 VIP nicht nach guten Hacks Dann müsste ich vielen Leuten VIP geben Ja wirklich geil Also ich glaube da hatten jetzt auch einfach alle Leute Spaß dran Das war mega spaßig Speedruns incoming Also ich mache gerne ein Weil es dauert 20 Minuten Yoshi's Island Netherface Ja so ein 100% Wunsch Also bei Yoshi's Island würde ich das jetzt mal nehmen Weil Yoshi's Island ist sonst in 5 Stunden durchgespielt Kann man so lassen Aber eigentlich bei den Wünschen keine Mach nur das Oder keine Challenges oder so Aber bei Yoshi's Island finde ich ist das sonst Ist das Spiel ja auch Ja weiß ich nicht Kann das so schwer sein Kapostel? Habe ich abgebrochen? Kann ich mich nicht dran erinnern Ist es? Ja gut Also dann nimm Wir können das gerne da rein tun Nur nicht erstmal mit den 100% Ich müsste mal gucken Ich dachte es So schwer kann es doch nicht sein oder? Naja Ja Ja Ich mache es einmal ne Ich finde es einmal Es ist auch angemessen Weil ich es so cool finde Ich versuche einmal schnell durchzukommen Weil ich meine Jetzt habe ich eine Stunde gebraucht Wenn ich es nochmal mache Wenn ich es wieder có Aber wir brauchen Noch was Tor Orleans es ist natürlich jetzt mit den mit der lor feuerhunde pause und schläft gerade alles gut bin ich froh so drüber wir starten das ist mega ok lektion 1 das war schwer ja dass das das ist selbst beim zweiten mal ist das so schwer zu lesen ich sage das erste level ist der killer bei jedem mole werde ich rippen aber bei dem nicht okay so Speedrun-tauglich ist er natürlich jetzt, also für einen harten Grind sowieso nicht. Allein schon wegen der ganzen Cutscenes, würde ich mal sagen. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Nee, da muss man vorher runter. Okay, ich mach'n Restart. Erstes Level ist Knowledge overall. 16 Uhr, Macavity. Wir machen auch ein sehr simples Race, glaube ich, wird es. Weil ich muss ja um 18 Uhr auch Mario Kart fertig haben. Wir hatten ursprünglich Key Sanity gedacht, aber... Ah, das passt halt einfach nicht so gut mit der Uhrzeit. Aber werden wir sehen. Ist noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall mit Open Voice. ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der erste Level, glaube ich, mit der schwerste. Untertitelung. BR 2018 Alter, die Maltz, die dauern zu, die brauchen so lange. Was ist das? Junge, 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 Junge. Die Loose Flip. Andi, lol, warum ist das Mario-Gesicht? Ging doch. Nee, das ist... Schwer. Lektion 2 Weiß natürlich jetzt nicht mehr, was das ist. Nee, kann man so schnell auch nicht lesen. Spin Jump Es wird eigentlich keinen großen Unterschied machen. Erster Run, zweiter Run. Ich sag mal, ich hab gerade das Gefühl, so dass ich exakt an denselben Stellen wieder sterbe. Exakt an denselben Stellen. Es ist genau das gleiche wie der erste Playthrough. Kino, ich weiß nicht mehr, oder? Das ist ja nicht mehr, oder? exakt dasselbe jetzt ihr seht wie diese dieselben fehler beim intuitiven spiel immer wieder die passieren genauso das war genau das gleiche wie gerade ich kann es euch sicher sagen es ist exakt das gleiche krass na ja so recht kapustel ist er verschoben worden ich nehme das zurück so viel schneller wird es gar nicht gehen es sind diese intuitiven dinger die schief laufen beim ersten mal und auch wenn ich die leute jetzt schon mal gespielt habe kenne ich sie ja trotzdem jetzt nicht auswendig so 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 Oh Ja, so ist es auch, Death Enemy. Den sollte man schon gesehen haben. Den Hack. Weil die Musik sich verändert. Ich glaube, damit hat es was zu tun. Ja, das war Scheller. Exakt derselbe Fehler. Das ist so krass. Das ist so krass. Das sieht man mal. Wie das intuitiv einfach. Spannend eigentlich. Irgendwie ist es spannend. Ich meine, klar, ich kenne die Level. Aber ich weiß ja solche Sachen dann trotzdem. Jetzt beim zweiten Mal spielen nicht. Und dadurch sieht man, dass es exakt so ist wie vorher. Außer bei den Stellen, wo ich vielleicht länger hing. Weil da fällt mir dann wieder ein, was ich da verändert habe. Oder was ich da habe. Dass ich jetzt gleich bei den Boostern nach rechts drücken muss. Oder so. Spannend. Jetzt kommt gleich der Skytree. Auch das wird deutlich besser gehen als beim ersten Mal. Wie bin ich den denn gedodget? knapp die untere killt mich wieder dasselbe ist das crazy das macht mein brain das geht jetzt schneller wieder dieselben fällt das kann doch nicht wahr sein und da sieht man das ist ganz das ist einfach an der einen oder anderen stelle wäre ein indikator so viel besser weil das dann nicht passieren würde so wie da der spin weil die kamera also das ist auf gar keinen fall irgendwie jetzt eine kritik oder so ne hier ist er und hier ja du siehst halt die flache schon wieder alter das siehst du das dass das triggert so rein das sind die gleichen sachen und eigentlich ist das spannend weil das die mini mini fehlerchen beim bauen zeigen würde ich sagen fehler ist viel zu böse das wo man sachen noch besser kennzeichnen kann will ich jetzt mal sagen es gibt ja auch gar nicht richtig oder falsch manche wollen das ja gar nicht aber man sieht dass der block der ist genau eins von dem screen weg wenn die kamera scrollt und dann sieht man den nicht es ist ja auch cool um gottes willen also wie gesagt das ist ich finde es erst spannend dass es halt genau wieder so passiert und das zeigt einfach für mich das zeigt das einfach für mich das ist keine kritik um gottes willen es ist ultra nice das habt ihr doch wohl raus gehört dass ich das alles ultra nice finde ja das stimmt das geht halt immer ja Oh, das hat, ja, ja, letzter Versuch, das mag sein, dass das mit meinem Playstyle zu tun hat, aber weiß ich nicht. So eine Sachen wie da oben der Wandlauf, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist Triangle. Ich dachte, das ist eine Bounceblase, aber das ist allein mein Nemesis-Problem. Ihr müsstet mal mein Gehirn sehen, wie lange ich brauche in der Luft, um zu wissen, was ist das für eine Blase. Das ist echt krass. Mein Gehirn braucht dafür fünf Sekunden, um herauszufinden, ob ich da bounce oder nicht. Das ist einfach nichts. Beim dritten Mal wäre es halt noch mal 5000 Mal schneller. Brain refunden, ja. Ja, aber die Blasen, ich meine, das ist ja bei mir schon genauso falsch. Da ist es schade, dass es die nicht irgendwo in Vanilla Mario gibt, dass man sich auf eine Farbe geeinigt hat. Was sind die Bounceblasen und was sind die normalen? Weil die gibt es ja schon häufig mal in dem Hack. Da müsste man mal ein Regelwerk oder so erfinden, veröffentlichen. So, wenn ihr Hacks macht, bitte denkt an folgende Regeln. Die und die Blasen, darauf kann man hüpfen. Die anderen sind zum Stehen. Ach, das fährt noch weiter hoch. Das Kaiser Manifest, ja. Eigentlich wäre es ja gut. Also es ist natürlich total unrealistisch. Aber es wäre ja für alle gut. Für Spieler und für Creator. Zenbock, danke schön für deinen Resub. Zenbock, danke schön für deinen Resub. Zenbock, danke schön für deinen Resub. So kann ich auch kein Schäfer machen. Das Kaiser Unser. Wie gesagt, das ist unrealistisch, aber eigentlich wäre es gut. geschätzt! Ich habe auch noch sichergestellt. Aber es ist schon ein Schädel. Wenn ich auch ein Schädel habe. Wenn ich jetzt nicht schaufe auf den Wegblasen komme, dann bin ich ein Bauch. ... K эк! Zerku. schränkt natürlich in den jahr klar das stimmt schränkt voll ein ist eigentlich auch doof okay ich denke das ist drin motto danke für 43 monate jetzt das p-speed level eigentlich easy wenn man weiß dass man in den booster nach rechts hält und wahrscheinlich machen das auch 99 prozent der leute nur die ninja spieler nicht und der move ist assi auch 32 einfach ein paar kaiser unser hacks bauen wäre doch ganz lustig ja warum nicht sehr cool coole level einfach das jetzt es waren die challenges ne boss falls wie kamst du auf die idee was ist zuerst entstanden welche idee das marius breit oder währenddessen d 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 einfach schlau, dass du hier rein zappst. Das ist wirklich komplett schlau. Das ist der gleiche Grund, warum ich den Spiny Boss schon farbscheue. Aber der ist natürlich tausendfach cooler hier. Die Spawns der Steine in der Mitte, das ist... Undodgebar. Du musst ja irgendwann ran. Die Lasern. Einfach schlau. Das ist einfach so. Okay. Ist es das von... mit Ryuka? Meinst du das? Ja, das ist cool. Ich kenn's. Hey, Chipolinchen, Moin, Pedros hier. Ja, was geht? Ist das so? Ja, ich geh nach dem Run mal hier. Aber nur einfach einmal hergelaufen. Na gut, das tut's ja sonst auch. Gerne, gerne, Gehina. Gerne, Rudi Schrausch. Den kann man bestimmt irgendwie auch gut einbauen. Sehr gerne. Den Play 4 Wach Plep Reis. Sehr gerne. Ja, hier. Ein großes Fenster. Ich sitze vor einem großen Fenster. Aber das ist komplett abgehangen mit dunkelem Stoff. Aber ich kann's öffnen. Für Luft. Hey lol, wieder Autoraz. Das passt wirklich. Es gibt schon noch einige Nelfer, ja. Eigentlich auch mal welche rauskloppen. Ne, ihr habt auch keine Vorstellung, was bei den Plepsens... Es ist halt so blöd, dass das so lange dauert. Aber diese Plepsen-Rahmen sind nach wie vor... Also ich kann euch sagen, ich hab hier Dinge mit Leuten gesprochen, die mir tausende aus Japan geschickt haben. Und so weiter und so weiter. Also das ist alles noch keine verlorene Idee. Aber das ist leider auch nichts, was innerhalb von fünf Tagen funktioniert. Ne, 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 das ist eigentlich ein schöner großer Raum hier, Makibu. Das Fenster ist fast immer auf, hier. Ja, wenn's jetzt so, so wie gestern, als die Band hier gespielt hat, gegenüber, da war's dann nicht auch. Ich hab kein Privatkonzept bekommen. Gegenüber von mir ist eine Schule. Und die hatten so'n, ähm... Wie heißt der? Sponsorenlauf. Und da hat eine Schülerband gespielt. Oh, das wird nix. Pff, doch. Ja, und die meinten es sehr gut. Die meinten es sehr gut mit der Beschallung. Aber hey. Die haben unter anderem auch solche, ja, oder so'n bisschen grunge, punkige Songs gespielt. Aber das Ripp, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen von meinem Hund. Äh... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sie läuft schon schnell. Da muss ich mal kurz, ähm... mit dem Hund raus. Hund läuft schnell durchs Zimmer, bedeutet, ich muss raus. Ich mach hier einfach kurz Pause. Das ist ja kein offizieller Run jetzt, oder so. Ich mach das gleich noch zu Ende. Und dann gucken wir uns noch einen anderen Hack an. Äh, gotta go fast, ja. Mach das mal. Kurzes Minipolls hin. Ey, vielen Dank, West... West... West Shithouse Paper. Danke für den Fünfer. Für was Feines vom Bäcker Peter. Oh Gott. Ich geh kurz raus. Bin in, äh, drei, vier Minuten wieder da. Keine Pfeile. Oh, da, halt's ob! Ich sag grad keine Pfeile und du sendest mir zehn Pfeile beim Bossfight, Junge. Okay, das war, das war jetzt zu stark, Junge. Okay. Könnt ihr das nicht schießen? Er ist halt offscreen, deshalb nicht, ne? Aber vielleicht, weil's Custom ist? Guckt mal, könnte gehen. Leute, das geht! Höh? Okay! LOL! Ja, gut! Easy! Ich weiß ja noch nicht, ob genug für alle da ist. Gab schon Ägypten als Setting? Nee, leider nicht. Das wär zu kreativ. Es gibt nur Wald, Dorf, Schiff und... Wald und Wald und Wald und Schiff und Dorf und Brücke. Ja, wir sehen jetzt das Bunny Sprite. Oh mein Gott, den will ich als Standard-Link! Kann man das auch umwechseln? Ich will das Bunny Sprite haben! Die schon so tot gerannt sind. Link to the Past ist ja, sag ich mal... Ja, da einzusteigen oder da irgendwie mitzuhalten, ist ja erstmal total utopisch. Das nervt mich. Du dummer Hase, bleibst stehen! Das ist wichtig, dass ihr beim Spielen immer ruhig bleibt. Das ist wirklich was ganz Wichtiges. Über jeden Spiel. Lasst euch nicht von sowas ärgern. Ja, wie viel Zeit war noch? Nein, Pause lind mich am Arsch! Es war doch nicht mehr viel! Warum mache ich das? Das erklärt mir diese Situation! Ich hatte ein HP. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß es einfach selber nicht. Ich habe da echt eine Störung. Eine Wartestörung. Oh, ich habe den Waypoint? Ja. Das ist die Holo-Virus. Ja, echt. Damit Topspeed und so ein Duckjump dann zwischen den Bulletpill. So blöd eigentlich. Aber wenn es dann klappt, ist es belohnend. Eigentlich brauche ich nur... Ich brauche komplett... Ich brauche eigentlich nur... Ah ja. Du hast die Ehre, diese neue Erfindung als erster zu beschlumpft. Oh! Ich will sicher gehen, dass du mit der Ausrüstung auf dem Rücken noch genauso stark bist. Mit oder ohne Schlumpf, ich sage auch, aber Schlumpf. Ich bin der stärkste Schlumpf, aber wenn Schlumpf... Hört auf, haltet jetzt das Maul! Ich werde mir lieber heftig, man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich habe dir einen kalten Parcours geschlumpft. Aber ich schlumpf dem gleich mal einen über die Birne. So, mit dem nach oben, das passt, der ist drin. Hä? Mein Gott, ich mache jetzt einen Clip, was denn? Okay, Clip ist gemacht. Da war ein Baum. Warte mal, der Clip ist gemacht. Wir gucken ja gleich. Da war doch kein Baum. Wir haben ja den Clip da. Ist alles gut. Boah. Ah! Ja! Beste Bombe! Was schützende Banane? Ahahahahahahahahahahaha! Oh ja. Heiei! Der war hart. Oh, komm schon! Ist das übel! Moment, kann ich nicht so? Der saft, Leute! Ja, Mann! Nicht mit mir! Okay. Mega nice, die Setups. Ah, wieder, 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 wieder! Alter! Oh, du Piss! Alter, gedodged wie ein Dodgeman. Hallo! Du hast uns unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Hier, schmeiße ich dir erstmal einen Stein auf deinen Schädel. Hier kannst du halt alles farmen, ne? HP und Leben, das ist halt so broken. Aber da... Aber da... Aber da... Oder droppen die keine HP. Doch. Nee. Droppen keine HP. Doch. Nur kleine? Und habe ich jetzt einfach sehr viel Pech. Hä? Okay. Doch. Was ist das? Das ist so behemmert. Also... Das müssen sie doch... Das muss denn doch klar gewesen sein. ich sag locker sechs meteoriten 26 reingeklebt drei aber ein bisschen langsamer die kalchen vier locker sechs ich sag's euch ich nehme das nächste mal nur noch viel zu groß aber mein fall war ja folgen aber auch für kind was ja noch eine ecke man die schlechter da oben hast du irgendwie getrunken also ja es sieht so aus okay moment schicke ich ja los an nintendo macht euch keine sorgen die werden wieder abgezogen im nachhinein also was ist das denn der trick bei dem game ist es zählt nur welche linie gemalt ist du kannst so viel leben dran malen wie du bist aber du kannst wieder zurück und drüber malen es ist das egal wie viel du raus mal also wir machen es jetzt mal so das wäre gemütlich jetzt ist sogar noch besser oder so sollte ich immer sitzen ja das sollte ich immer machen weiß ich kann mir gerne mitnehmen okay ich habe gerade was gelernt was ach so ich dachte das wäre die gleiche tru was was als ob das jetzt so war oder der war eigentlich nicht möglich nein das ist bisswasser 900 iq kena wow ist das ein assiger troll aber ein geiler sehr neister toll junge ich habe mich gerade ich habe mir in der nase gekratzt das spiel hat gar keine gar keinen respekt vor menschlichen bedürfnissen die welt und denken so ach ja keine freile oder halb ich sage gerade keine feine und du sendest mir zehn feine beim boss junge okay das war das heißt zum start okay weil ich liebe man mein gott nein und die kotze und kacke ich brauche dreieinhalb tüten quasi zum weg machen jetzt 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 habe ich das licht an ja ja nicht gut ich hoffe es wird nicht viel wilder sie da jetzt ich sehe selber nicht ja da ich glaube sie guckt den stream vielleicht mal zum arzt so schnell muss man nicht zum arzt ich glaube dass jetzt hat sie einmal alles raus genau jetzt hat sie alles raus sie hat auch sogar normal gegessen heute morgen das heißt eigentlich dass da also das ist ungewöhnlich ganz normal gegessen na gut habe ich jetzt aber nicht hier die macht ist knack naja man geht ja nicht direkt zum arzt wenn der hund mal durchfall hat mach ich ja nicht mal als mensch ich 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 Wicke der Mee. 13 Monate. Rolando Cedros grüßt dich. Wann kommt FIFA? Danke für den Raid. Hallo. FIFA kommt gleich. Im Anschluss. Nee, Utz. Du hast doch gestern angeboten, dass du mal rumkommst und wir machen mal 2&2 gegen die Viewer, oder? Ich meine, das hat er gesagt. Deswegen wollte ich das mal anbieten hier. Ist noch nicht im Regal einsortiert. Wart, I'm sorry. Utz Stauder, im 34. Monat. Ey, vielen Dank für den Raid. Willkommen hier, den Granatenmenschen. Freue mich auf die 2&2's in FIFA. In deinem Discord hat noch jemand anders einen Hack gepostet. Ja. Ich habe aber noch einen anderen vorbereitet. Das passt schon. Grüße in die Runde. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Wie waren so die letzten Stunden? Ich meine, ihr habt ja geschlafen quasi. Aber schon anstrengend, ne? Gab es irgendjemand, der nicht geschlafen hat? Oh, warfumid. Oh, also die Zuschauer haben nicht geschlafen, ja. Und die, äh, die Menschen vor der Kamera? Wann haben die denn alle geschlafen? Ja, oder? Die ganze Zeit, das so vom Stimmstart an. Ja, krass. Okay. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr jetzt hier seid. Wir spielen gerade einen Hack von Rudy Schrausch, der einfach komplett mindblown ist und ziemlich nice. und ein Shoutout an die gesamte SMW-Community. Sehr stark. Sehr stark. Ja, habt ihr nicht gedacht, oder? Ich habe dir nicht mit gerechnet. Und weil der so schön war, spielen wir jetzt nochmal schnell durch. Wir gehen rein, wir gehen zurück. Wir spielen hier diesen, äh... Diesen, wie war es denn? Das ist ein Akolyt. Äh, Zelda kommt ja gleich, ne? Das kommt ja gleich. Zelda kommt ja gleich. Wir gehen weiter. Das ist RIP. Jetzt habt ihr ja länger als 24 Stunden gestreamt. Das ist auch RIP. Weil es war ja Viertel nach zwei. Wieso gab es denn diese Bonuszeit? So, jetzt... Das ist ein cooles Setup. Oh, das ist RIP. Ach so, mein Hund! Ne, der hat Durchfall und Kotzerei. Da dauert es gerade ein bisschen länger. Und es kann immer wieder mal sein, dass... Ich raus muss. Wenn der Hund nervös durchs Bild läuft, ist das das Zeichen dafür, dass ich... Raus gehen sollte. Oh, der dreht wieder um! Genau, Ausrufzeichen Alarm. Wenn einer der Zuschauer sieht, dass der Hund wild durchs Bild läuft. Und ich es nicht mitbekomme. Das ist der Kot-Alarm, den wir hier haben. Ich will es ja auch jetzt nicht auf der Couch haben. Oder im Bett. Geht es bei den Indie-Sträuchen auch ein Kot-Alarm? Und wenn nicht... Wäre ja noch eine Frage, wieso nicht? Und wäre es nicht besser, wenn es einen gäbe? Eat Goombas. Torte, Torte, Torte! Nein. Easy. Always be kind to Yoshi. Ja, okay. Ja, ja. Bei mir nicht. Ich bin da so ein bisschen schnubig. Jetzt gehört das Motorskill-Level, oder? Alarm im Darm. Hatte ich lange nicht mehr. Nilfgaard. Seine Majestät, der Kaiser von Nilfgaard ist tot. Ich würde gerne die Lore nochmal durchgehen, aber ich will mich ja beeilen. Da müsst ihr zurückspulen. Oh. Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Das war ein One-Shot. Da habe ich nie so viel drüber nachgedacht. Klassiker. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das Gefühl, dieses Setup habe ich noch nie gesehen. Das muss anders sein als vorher. Ich kenne dieses Setup nicht. So ein Ninji-Flipper-Level. Wäre schon lustig, oder? Wäre schon lustig, oder? Perfekte Geschwindigkeit. Perfekt Mount und RIP. 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 Der Mond. Grey shades don't interact with each other. I hate it. 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 When did you go to coworkers and make it some information? When I see you, when are you awkwardly, you might get back to me. I feel angered by all your characters, but you can see that in the EEG, if you alright? I'll be able to get back once, of course. Today, I haveni and mine's iPad into your and all myфs. Now, overall, I have a million Mask. würde das nicht funktionieren wenn du ein level nimmst die schrift rein also alle buchstaben das hatte ja gar keine grafik gut die kerzen und die spieler aber was mit dem overlay das ist noch verkorkst aber also mit mehreren level da hätte ich ja ein tilt gekriegt so der hat 24 exits ok kennt den einer den heck schrift wurde nicht in der map 16 zusammengefügt ach so recht vor den westen den 10 das den 10 gemeint familial foe has taken peach hostage period you are only you are our only hope in flagrani den wünsche ich dir auch das ford wie selber gemacht junge du bist ja komplett krass dance house sieht erstmal vanilla esk aus dann schon nicht mehr das hack saves automatically by moving on the overworld start select to exit an 11 take this pipe to the to the tutorial to the to talk comma tutorial anna if you are so doesn't if you are new to kaiser of fine we don't need that i'm not new planes of passage okay is cool so you could exit then the man the myth the fall guys quack attack legend ja da ist der secret exit sehr tight beim overlay eventuell dass es exit weg was macht das besser okay ich glaube es ist sehr simpel mal gucken a la kata okay hier ist die physik anders ich wollte gerade sagen warum springe ich da rein irgendwas ist hier anders lol ok ok das ist hasse ich warum fliegt man so sehr fair ok 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 man kann es schießen wir können den nehmen oder das kann schwierig ich finde es sehr schwierig wenn man so die physics verändert also so von der story und so mag das ja passen aber spielerisch finde ich das häufig eher scheiße ja natürlich ist das anstrengend wo die schraube schau rein mann da ist ja echt ein klopper rausgezimmert hier es ist halt einfach irgendwie so ein bisschen es geht auch so das ist furchtbar es ist komplett einfach irgendein random wert verändert aber es ist aber das secret level ja das stimmt nee ich hasse es ja 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 krass ja krass ja 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 und ja der ja 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 Diese Gravity Alter, mein Gott In einem zweiten Level willst du es ausmachen Gefährlich Das ist ja fast so blöd, wie in sein drittes Level Ein Chocobull-Level einzubauen Oh You're the man of tournaments I appreciate all the work you do My portrait is here now Because of you Super pet world Cool Map-16-Troll Beste Trolls Ja Kurz davor Plasma-Beißer Alter Ich wüsste nicht War vom Med Das heißt aber nix Vielleicht ja Und ich kann mich einfach nur nicht dran erinnern Das sind einfach so technische So viele Sachen, die einfach Ah, sind Technisch Das sind einfach nur also Danke , wiederh CNC IT Ich bin puede Flugzeit Oh that's doch Das istEST oder Ich bin dieses Musik Jetzt ist es What's Da er insect paranoia throwing Ich bin делают Ronaldo das level hat mir gar nicht gefallen 0,0 aber es fing halt schon mit der custom gravity an da war schon ripp aber gut ich schiebe es auf die mechanik die wird ja nicht mehr vorkommen hoffe ich Oh, das habe ich einfach nicht gesehen. Das war mein Fail. Also eigentlich so wie jeder Tod mein Fail ist, natürlich. Shovel Knight, auch so ein Guilty Pleasure. Da gibt es doch so geile DLCs, oder? Da habe ich einfach bislang nur diese Ursprungsversion gespielt. Dan, I love you like a fat kid loves cake. Das ist schon stark. Cool, cooler Chuck. Freimännchen, Bonsaibier. Oh, das war's. Ich muss ein bisschen länger auf der Piranha-Pflanze bleiben, weil wenn ich das so time, ist der Spiny an der maximal, äh, so weit maximal weit rechts. Das wollte ich sagen. Der Chuck ist super. Also, dass ich das mal sage. Kreisel, moin. Junge, du hast was verpasst. Ich hab bloß YouTube-Content verpasst. Der erste Hack heute war wirklich eine 12 von 10. Komplett krank. Mit geiler Story und ganz irre. Warum das... Also, da hätten statische Spiny's auch getan. Das war's. Das war's. Rogue Legacy. Ja, Mann, das war... Gibt es das auf der Playstation 5 auch? Ja, ne? Boah, ey. Die Trolls sind bis jetzt eine 0 von 10. Beide. Exklusiv Xbox und PC. Boah, ey, Mann. Ich bin halt... Es ist halt so dumm. Das ist halt... Das ist halt null kreativ. Das ist einfach Schrott. Das ist derselbe Troll. Das ist wieder ein Map-16-Troll. Ein Loch wird einfach verdeckt durch eine andere oder falsche Grafik. Das ist genau das gleiche wie in dem Peep Palace. Total dumm. Und ideelos. Und solche Trolls hasse ich wie die Pest. Wie die Pest. Und ich weiß beim dritten Mal jetzt selbst noch nicht, was ich da tun soll. Alter, ist das eine Scheiße. Das muss man doch hier... Oh, ey. Ja, also... Das muss man doch hier... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum sollte ich denn werden? Also, ja. Oh, ey. Oh, ey. Das ist einfach kompletter Müll für mich. Also, das ist komplett... Komplett... Das ist absolut nur ein trolliger Schrott. Ich kann es nicht anders sagen. Ein komplett trolliger Schrott. Das ist einfach kompletter Müll für mich. Das ist einfach kompletter Müll für mich. Wie kommt man denn zurück? Ich weiß es nicht. Das ist einfach kompletter Müll für mich. Das ist einfach kompletter Müll für mich. Oder? Doch. Da wurde doch nicht das Goal vergessen. Also, ihr fragt mich, wie... Das muss ja ein Sprite sein. Das muss ja kompletter... Das geht nicht. Wenn das ein Vanilla-Goal-Sprite ist, dann ist das sehr viel Aufwand... Das zu ändern. Also... Wenn ich jetzt abstürzen würde oder so. Okay. Keine Ahnung. Das muss man ja mal sagen. Ist das so, Rudi Strausch? Okay. Ja, dann muss es das ja fast sein, oder? Also, wenn es wirklich irgendwas ist... Man darf es ja nicht vergessen. Es sind 1700 Leute gerade. Die ja auch schon mal Kai so gesehen haben. Wenn das jetzt wirklich irgendein... Und es sieht von denen keiner. Dann ist das einfach zu übertrieben. Wenn es jetzt ein Bug ist, okay. Dann sage ich... Gut. Dann... Nehme ich zumindest alles, was ich zu trollig gesagt habe, raus. Das ist dann ärgerlich. Das kann dann... Da kann er ja nix für. Darf ich die nicht nehmen? Nee, in der grünen war ich schon. Ich gucke mal in die Kommentare. Gibt keine. Ich gucke mal in die Kommentare. Ja, gut. Sollen wir mal in Lunar Magic rein? Ist ja eigentlich nicht so geil, ne? Aber wie soll ich es beenden? Wir gucken mal zusammen. Wenn es denn überhaupt geht. Das ist natürlich Spoiler Royler. Moment, wir machen es so. Wo war ich denn? Das erste... Das ist es, ne? Ist es noch die 1? Ja, ne? Nächste zu Level 141. Warum auch immer. A Goal Point Tape. Okay, dann ist es irgendein Bug. Weil das ist ein Goal Point Tape. Ne, das kann activated... Äh, either... Oh, ne. Das ist normal, oder? Ist ein Bug. Ja. Na, das bringt mir nix, klar, Maka, weil... Ich kann ja nicht ins dritte Level. Ach, der Weg ist offen. Ja. Ja. Ne, ist er nicht. Ja, gut. Dann nicht. Ja, konnte ich nach oben? Ja, keine Ahnung. Gut. Dann warten wir mal, bis der irgendwann mal fertig ist. Dann nehme ich natürlich den Flame zurück. Das sind irgendwelche technischen Sachen, die können passieren. Das ist ja... Ärgerlich, ja. Gut. Dann hatten wir gerade, hat noch jemand gesagt, in meinem Discord ist noch was aus der Community. Ist das so? Wir haben jetzt ja noch eine Stunde Zeit. Dr. Groove. Vanilla Shakedown. Wow. Wow. Das sieht ja komplett irre aus. 31 Exits. Okay, ich glaube, das Ding ist komplett krass. Gut. Wir haben, glaube ich, eine feine Alternative. Hat sogar eine Cover-Art. classische Sache. Ja, 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 ja. Wo ist es denn? In Packis endlich. So. Super Mario-Welt. Ja. und du wünschst dir auch so wir packen es auf die aufs modul probieren und menu zack 16 uhr sergeant luke wo ist es denn vanilla shakedown wow 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 Dr. Groove! Dr. Groove, gibt's den hier auch im Chat? Also nicht jetzt vielleicht, aber generell? Hey, Dingo, moin. Eons of years ago, the great ancients created the mushroom kingdom. Peace and bliss shaped the glorious kingdom. Was geht ab, Dingo? But where there is light, there is also shadow. Gibt es Dr. Groove hier auch manchmal im Chat? An incident occurred during the creation of the kingdom. That none of the great ancients would have expected. The guardian of time, the venerable Mellow Moon, was accursed by a mysterious... Was ist denn venerable? Antagonist of the great ancients, according to the curse, the structure of... Ehrenhaft. Herrwürdig. The world collapsed every one thousand years. The moon stone of time shadows... ...and all matter. Was ist das? ...and living beings slowly beginn to dissolve in the structure of time. Ich sag, das sah richtig cool aus, Dingo. Ja, das interessiert mich eigentlich schon sehr, ja. Back to the present. Zu viel Text. Man könnte es ja skippen mit L&R, ne? Ist ja alles fair. Nachdem Mario die Prinzessin wiederholt hat, hat er eine kleine Pause gemacht. Eine kleine Zeitung auf Koopa Beach sollte seine tireden Plumberbohnen wieder in Form bringen. Bei mir nicht. Ich hatte die die ganze Zeit nicht. Ich hatte die die ganze Zeit nicht, Dingo. Ich hatte sie genommen, weil es sieht gut aus. Bei mir nicht. Okay, let's go! Oh! 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 Huh! Huh? 保ress? Okay. Ja, da ist der Boden! Bin ich dumm? Kann das sein? MKDestroy, danke für deine Sub-Geschenke. Warte mal, ist das auch Kaizo überhaupt hier? Oh, ich dachte, das sind Spikes da oben. Oh. Man weiß schon häufig nicht, was ich berühren darf und was nicht. Also, allein dieser Unterschied hier vom Baum und dann der Stamm, also... Oh, dass man da nicht hüpfen kann. Äh, Makibo, hatte ich ja schon ein paar Mal gemacht. Die machen mir halt schnell keinen Spaß, wenn es nur sowas ist. Und ist natürlich vom Style her cool, aber ist dann immer das Gleiche und langweilig dann für mich ziemlich schnell. Man kann einfach nicht springen. Hä? Nee, du weißt halt nicht, wo du durch kannst und wo nicht. Okay. Äh, die... Er macht da gerade entspannt Urlaub, hüpft auf ein paar Koopas und dann passiert das. MKDestroy, danke für deinen Sub-Geschenk, Mann. Und die Gefriernudel. Was ist das? Das ist ja komplette Lore. Was? 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 Wie soll ich da durchkommen? Ja, ich glaube, das ist ein Adventure-Hack. Nix für mich. Also, es sieht super aus, aber Gameplay-technisch ist das für mich hier gerade schon wieder krampfig aus der Hölle. Randy-Peter, danke für 21 Monate. Na, Mann. Na, Mann. Ich hab die Säge dafür, dass ich das tatsächlich im Bühnenstil bezteig in dem Bühnenstil, ich hab die Säge dafür. Ich hab die Säge dafür, dass ich die Säge dafür lege und flügelbe, ich hab die Säge dafür nicht. Ja, Mann. Oh, was du schon wieder rausnehmen? Woh! Ich hab die Säge dafür, ich hab dich alles durchgeführiert. Aber ich bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich denke, dass ich sage, boah, nee. Es ist halt, es geht halt so schnell. Du hast so viel Auswahl. Und nach so einem Trigger schon. Man ist so schnell, leider verurteile ich alles. Also, ich hasse es selbst, dass es so ist. Ja, aber wie willst du dem Shit dodgen? Du musst dich beeilen. Ja, vr. Ja, vr. ein spruch aber vielleicht etwas abgestumpft finde ich das auch ja also man muss ja sind sich immer man muss sich immer fragen es kommen so viele sachen muss man alles spielen oder muss man nur das spielen das einem auf anhieb gefällt und das auf anhieb gut ist wo ich auf anhieb sagt das ist cool dass das macht von anfang an bock dass das mein style muss man sowas dann also das ist bestimmt hier hunderte stunden arbeit und ultra krass aber es nervt mich schon jetzt das nervt schon jetzt ich finde es jetzt schon nicht mehr spielenswert jemand anders sagt vielleicht bei der geil 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 ist ja auch okay um gottes willen besser versucht man muss ja nicht alles mögen aber das wäre das ist das leider jetzt schon raus also ich frage mich ob es das intro ist ich würde tatsächlich dann gerne ein richtiges level sehen aber das intro wäre ein beschissenes intro sagen wir mal so er sagt nee nein wie willst du diesen dingern dort schon das ist auch überhaupt nicht leicht das ist kein kaiser aber da steht wahrscheinlich so beginnt das also es ist etwas anderes als kaiser anhand ich finde das ist eher schweres adventure also wenn es das intro ist es ist wirklich viel zu lang schnapp Das war's für heute. Oh, das war's für heute. voll hart also es ist wirklich so das ist so viel schwerer als so simples kaiso gedöns die mucke boah alter warum mache ich das warum spiele ich so eine scheiße also für mich scheiße das ist bestimmt ein super kracher das sieht man schon das habe ich schon an den vorschaubildern gesehen ich sag ja als ich das gerade als ich gesagt habe das bestimmt eine gute alternative das ist so krass grafisch aber es ist game flow technisch für mich eine null komplett dieser fisch allein schon der macht mich wütend das ist ein bisschen Das war's für heute. Despite all the dangers, Mario managed to escape into a small cave. A kind voice reaches his ear from a shiny, strangely pipe. Again, the structure around Mario seemed to dissolve and he lost consciousness. I don't know, is that a level, is that a timer, is that a intro? When he woke up, he knew what to do. He had to save the world. 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 I think so. I think so. I think so. Oh, that's graphic and so. That's the absolute Wucht. Maybe the levels are awesome, but the intro? Also, if you ever get confused on your journey, try to keep moving. Hesitation can cause failure. Failure can cause the end of the world. In each level, on the main route, you can find a secret. 22 in total. Finding all of them is highly recommended. They provide additional hot lore and hold the key to top secret knowledge. Furthermore, they often trigger a checkpoint and save your level progress. That's why you better keep an eye out for some sparkle. If that's not enough, additional secrets for true explorers can be found as well. Not optional, however, are three secret palaces that activate the cloud bridge and pave the way to the ancient mystery. Miss the secret? Switch palace? No problem. Travel to already explored areas by pressing select on the overworld. The first stage leads Mario through the sugar shire to a rough cliff on which a Koopa hiding place is supposed to be. Mario is sure that he will find the first fragment of the moonstone there. And now have fun with your adventure and good luck saving the world. Wow. Was geht hier ab? Okay, ich hab fast travel mit select auf der overworld. Ich glaub das Ding ist technisch mega krass. Das fühl ich jetzt schon. Candy Hills. Wir starten jetzt mal hier mit dem... Ich denke hier geht das Spiel los. Da ist ja schon ein Secret oder? Da ist ja schon ein Secret oder? Oh ist das böse! Oh. I think you don't understand the game. Left to right. Get out of here. Bonsai Chuck. Das ist ja komplett krass. Was ist da oben mit der Pipe? Okay. So viel Kram. Dieser Mond. Ich werd wütend. Ich wähle ihn! Ich wette man kommt nicht dran. Es ist unmöglich. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Es ist unmöglich. Doch. Das ist ne Deko denk ich mal. Alter das ist optisch. Ist das ne 12? Deko? Deko? Dw 라, lad. Wir können überlaufen. voting bin oder sie? Deko. Deko, drei. Deko, drei. Deko, drei. Deko, drei. Oh, das nehme ich da Ja, ein bisschen bunt, naja, trotzdem Das da steckt schon, also es ist schon Sehr viel Arbeit Ich finde es irgendwie cool Aber das Intro, Leute, das hat mich gar nicht abgeholt, gar nicht Hallo Ich weiß nicht, was der Respawn hier soll, das finde ich furchtbar Das Spawn ist ganz schlimm Aber die Paletten will ich mal sehen Die sind auf jeden Fall deutlich Also könnten etwas viele Farben beinhalten Der Spawn Der Spawn ist wirklich Was soll das? Das ist nur zum Ärgern Ich glaube Die Optik ist hier absolut im Vordergrund Die Spielbarkeit finde ich nämlich bis jetzt noch nicht so richtig geil Und den Flow und so Ich finde es echt fies, dass die Kamera jetzt hier mir nicht mehr den Monty zeigt Und dieser Spawn Und dieser Spawn Naja, aber es ist, also ich glaube, das ist echt ein mega krasses Teil irgendwie Und das hat bestimmt auch seine Fans Aber ich glaube, ich werde kein Fan Wenn ich nach 23 Minuten das eigentlich nur nervig finde Aber ich kann sehr krass wertschätzen, wie viel Arbeit das ist Und so vielleicht nicht mehr auf den Unfall Deine Und dann tentar die Vo Aunque das auch so nachher ich glaube, was besser ist ein schönes reach Und so ein gdyby Herr Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir nicht. Das ist ja scheinbar das... Ich liebe es jetzt nicht. Das sieht halt nur hammergeil aus irgendwie. Also ist natürlich Geschmackssache, aber guckt euch mal die ganzen Details an. Hier ist so viel Detail drin. An jeder Pipe diese Einkerbung. Ich mag, dass die halben Blöcke... Dann da diese halben Weins, die manchmal irgendwo rausgucken. Das ist schon geil. Da hat man sich schon viel, viel Mühe gemacht. Das sieht schon irre aus. Das sieht wirklich irre aus. Überladen, ja? Kann ich auch verstehen. Trotzdem würde ich gerne ein paar Level mal sehen. Die Overworld, die ist ja wohl eine Wucht. Aero-Path-Traveller. Cupcake-Reef. Die Mancha. Die Mancha. Aber die Kamera. Was? Jesus. Jesus. Hä? Was? Man kann, glaube ich, ganz objektiv sagen, es ist wirklich zu viel. Es ist zu viel. Optisch ein bisschen zu viel, aber irgendwie auch geil. Diese Glasblöcke, da kann ich drauf stehen. Ich möchte mal den Vergleich. Und hier nicht. Sehr gut. Ja, stimmt, Crunchy. Auch wieder ein Scheißbaum. Ist auf jeden Fall ein spezieller Hack. Der wird seine absoluten Fans haben. Aber ich glaube, viele werden auch sagen, das ist nichts für mich, weil es echt heftig wild ist, bunt und... ...und Gameplay-technisch halt auch echt mau. Ja, ich glaube, ich bin super. Wer hat lieber gewusst, ich bin aber auch ein Schraum. Ich habe noch nicht drauf. Fertig. Fertig. Für den Kopf. Für den Kopf. am anfang unten lang an natürlich nicht gespielt hier stimmt das hat alternative gute oder was ist schon krasses level wie geil ist das okay das muss man schon wertschätzen das ist schon sehr abgefahren kann man da man kann da unten drunter trotzdem sind zu viele grafiken das ist zu viel also ich stehe schon auf chocolate aber das ist sehr ja ja Aber man braucht P-Speed da. Ja, okay. Disaspawn. Also mein Respekt, wer diesen Hack zu Ende spielt mit 31 Exits. Und in jedem Level ist ein Secret, habe ich das richtig verstanden am Anfang? Ja, okay. 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 Abgefahren, oder? Stratus Approach. Okay. 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 Aber irgendwie bin ich immer noch nicht so überzeugt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, diese Blöcke gehen dann weg. Also optisch, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Moment mal. Ich weiß es nicht. Kennst du sie? Easy, Mariel. Da gibt es ein paar sehr interessante Level. Das glaube ich. Ich fand alle bis jetzt interessant. Aber auch mittelmäßig nur. Also für meinen Geschmack irgendwie nicht so. Meinen Geschmack hat es noch nicht getroffen. Obwohl ich das echt krass wertschätzen kann, wie viel Arbeit hier drin steckt. Und wie cool und abgefahren ja auch die Optik ist. Hier fehlt mir nur die schwarze Kontur. Aber ja. Also das ist halt schon sehr blind. Wow. Patent, Onkel. Es war unangenehm. Ich finde den nicht. Den habe ich in meinem Discord. Da wurde der gepostet vom Creator. Und bla bla bla. Ein neues deutsches Werk quasi ist fertig. Ich gehe davon aus, dass er auf SMB Central ist. Ja, anstrengend passt. Ich fand das Intro. Das Intro war viel zu drüber. Bis der Heck mal losgeht, war es schon echt tight. Es ist auch einfach nicht meine Art von Level. Da fehlt mir einfach Flow, Geschwindigkeit. Es fühlt sich halt tatsächlich sehr Adventure-mäßig an. Ich finde auch, das Intro-Level ist viel zu eklig. Solche Sachen so. Manchmal bleibt er sitzen, manchmal nicht. Ist nichts für mich einfach. Außerdem ist es ja ein, das dauert ja länger als, äh, also da sitzt du ja 30 Stunden dran an dem Heck. Ist es schon eine Art von Lernen, also da sitzt du ja 20 Stunden dran an. Sehr gut. Was sind Jumps, ey? Leck mich am Arsch. Hä? Jure! Es ist so verwirrend. Allein dieser Part. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschern? Erklärt's mir. Warum ist das so? Das ist alles nur für die Optik. Aber das ist natürlich todesverwirrend. Naja, irgendwie denkst du dann, da fällt so durch und irgendwie dann donnig und keine Ahnung. Und alle aktiv. Auch die Transparenten. Das ist kein Unterschied. Was? 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 Vielen Dank. Ich verstehe es nicht. Was soll ich tun? Leute. Soll ich durchrennen? Und Peace-Speed aufbauen? War ein Bug. Plasma-Beißer. Oh, jetzt startet auch der Call. Ja, ich gehe jetzt Richtung Zelda. Ja, also ich habe, also ich, das ist, das ist so verwirrend. Ich, ich würde, ich kann nicht nach rechts rein. Nee, nee, das ist. Ich gehe jetzt mal hier in den Call, weil wir machen jetzt den Randomizer. Wir spielen wahrscheinlich einfach nur ein Battle gegeneinander. Darauf habe ich aber auch Bock, weil um 18 Uhr ist ja unser Mario Kart Turnier. Und, ja, ich weiß nicht. Also der Hack ist, glaube ich, toll. Irgendwie für eine bestimmte Zielgruppe, wie Leute, die 20 Stunden Mario-Spiel spielen wollen und sich da durchfuchsen wollen. Ich finde, mir fehlt da sehr viel Spielflow-Geschwindigkeit. Ja, Mello. So, ich gehe jetzt mal da ran. Dann kommen die auch ins Voice. Hallo. Oh, guten Tag. Wie ist es dir? Mir geht es sehr gut, mir geht es sehr gut. Und euch auch? Doch, doch. Wie schön. Matthias, bevor ich es vergesse vorab, diesen Hack, den musst du spielen. Der ist so cool und der ist auch wirklich nicht hart oder so. Den kannst du richtig cool auch spielen. Also, absolute Empfehlung. Wie hieß er? In, ja, weiß ich gerade gar nicht mehr. In, in die, ja. Ja, sag ich dir gleich. Der war wirklich richtig geil. Mit deutscher, cooler Lore irgendwie. Also, wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Okay, okay, okay. Musst mir den Link nochmal schicken oder so. Ja. Initiation, so hieß er. Ja, ich schicke dir auf jeden Fall den Link. Das war fantastisch. Nice. Sehr gut. So, aber jetzt Zelda. Zelda. A Link to the Past. Na gut, da ist der Seed. Yes. So, ich sag das hier auch noch. Ja, mal ganz klassisch, ne? Also, jetzt keine Specials, kein Key Sanity oder so. Wir machen mal ganz schön. Ja, ja. Einfach mal einen normalen Seed. Cool, aber wir bleiben im Voice, ne? Ich denk schon. Ja, sonst ist ja doof, find ich auch. Ja. So. Wenn wir natürlich nicht viel sagen können, ne? Naja. Kann. Man muss sich ja nur leise ärgern und leise freuen. Alles andere kann man ja sagen. Oder leise lügen. Oder leise lügen, genau. Ja, Mindgames sind doch mit dabei. Ja, stimmt. Die dürfen dir mittlerweile nicht fehlen. Nee. So. Nehmen wir den mal MSU-technisch hier. Wärt ihr denn soweit? Quasi? Äh, ich bin ready. Ja, gut. Ich brauche auch noch ein Sekündchen, dann. Kein Stress. So, Chat, irgendeine Wünsche? Gibt es einen Multistream? Ja, den gibt es immer. Da ist jetzt wahrscheinlich noch der Uzz bei. Aber... Gib mir mal bitte noch zwei, drei Minuten. Ich mache mir kurz noch schnell einen Tee, ja? Ja, klar. Tee, zur Beruhigung. Weil er zu viel aufs Maul gekriegt hat, der King of Fighters. Genau, ja. Ach. Und du hast gestern zwölf Stunden streamen, ne? Ja. Und dann bist du noch bei den Indie-Steuchen vorbeigelaufen. Ja. Was man so macht. Damit man danach wieder ins Bett geht und schnell morgens wieder online geht. Ja, ausgezeichnet. Ja, aber ich finde, so ein zwölf Stunden Streamen ist halt... Das ist wirklich easy peasy. Ich finde, danach wird es halt wild. Weil dann wirst du müde und dann macht es keinen Spaß mehr. So, zack. Leise. Die anderen dafür sehr laut. Mal ein Mikrofon mal wieder. Na toll. Versuchen wir es mal... So. Könnt ihr mich jetzt besser hören? Sind die anderen immer noch zu laut im Vergleich, oder? So, Terranigma wurde sich gewünscht. Terranigma MSU gibt es hier. Der kann immer jeder, aber auch immer, ne? Ja, das ist halt... Das ist... No-Brainer. Tja. Da machst du nie was falsch mit. Ich müsste auch noch mal Terranigma, glaube ich, noch mal durchspielen. Ist schon eine Weile her. Ja. Moin, und hast du keinen... Nein, wir haben keinen Delay im Stream. Das ist hier kein... Das ist just for fun. Wer hier spoilert, kriegt aufs Maul. Ganz einfach. Aber das ist hier... Ist ja ein Ehren-Race. Genau. So. Inputz, und dann bin ich ready, sobald Sia es ist. Ja, dann musst du auch Sia kommen, dann geht das doch. Ist doch schön. Wie lange dauert so Terranigma? Wann hast du Terranigma das letzte Mal gespielt? Ich hab's beim letzten Mal auf jeden Fall in einem Stream gespielt, meine ich. Okay. Ja. Aber es war auch so ein Challenge-Ding. Es kann auch trotzdem halt so 15 Stunden gedauert haben oder so. Ja, okay. Aber es ist halt schon auch nice. Aber das ist jetzt nicht so ein Chrono-Trigger-Mammut, würde ich sagen. Nee, das stimmt, das stimmt. Äh, ich kann ja mal bei How Long To Beat noch schauen, was die da sagen. Ja, Nima. Main Story 15,5 Stunden. Main plus extra 19 Stunden. Und Completionist 21,5 Stunden. Completionist. Das hab ich, glaub ich, nie gemacht. Ich weiß, dass ich sie damals auf dem Super Nintendo mehrfach durchgespielt habe. Aber auch mehrfach wollte ich auf 100%. Aber jedes Mal hat eine bestimmte Sache nicht funktioniert. Weil du kannst ja dann irgendwie für die Entwicklung der Städte und so weiter musst du irgendwie den Technologien bringen. Und die verdammten Kirchenfenster in dieser einen Stadt hab ich nie. Ich weiß nicht warum. Hm. Bürger mit Komplettlösung. Also ich hab alles irgendwie gelesen. Und irgendwie hab ich es trotzdem richtig gemacht. Sehr komisch. Sehr mysteriös, sag ich mal. Der liegt für 18,7. Einfach schlau. Alec, danke für deinen Rhymes Up. Und welchen Sprite nimmst du? Es gibt einen Link-Plebsen. Ich weiß nicht, den hast du vielleicht noch nie gesehen? Äh, nee. Der ist sehr simpel. Pass auf, ich schicke dir einfach hier. Das hab ich ja gestern gelernt von dir. Windows-Taste Shift und S. Ja. Und jetzt markiere ich das. Boah. Und jetzt geh ich in unseren Discord. Und jetzt mach ich... Alter, das ist halt zu einfach. Hier. Also sehr... Aber ich mag es eigentlich, dass der sehr Vanilla ist. Nur wenn man genau hinguckt, eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Sehr gut. Wie ist der Bunny-Sprite? Der ist mega geil. Das ist ein kleiner Plebsen. Ich wünsche mir noch, dass... Die Nikalchen hat es gemacht, dass sie das noch umtauscht. Das wäre auch geil. Also ich hätte lieber den Plebsen noch als normalen. Aber er ist mein Milch-Schnitt-Sprite entstanden. Ja, ja, ja. So, irgendein Chat gibt mir auch mal kurz Feedback, ob alle laut genug sind. Hello, hello, hello. Ja, das klingt doch gut. Alle zufrieden, ja? Genau, ist in der Zwischenablage hart hast. Aber du kannst mit Windows-Taste V, das habe ich auch gelernt, hast du halt deine letzten Zwischenablagen. Das ist halt komplett irre. Du hast nicht nur eine. Also Windows-V ist crazy. Ich fand ja auch Windows und die File-Taste. Das ist gut, dieses Fenster. Aber noch besser ist Windows-Shift und File-Tasten, weil das verschiebt auch Apps und Programme auf dem Bildschirm. Es gibt nicht so viel, was das Leben besser macht. Lifehacks 3.000. Ja. So, ich habe mal direkt so schön gewürfelt. Wir haben natürlich ein Pet-Seed und ein Uggerseed. Okay. Nice. Ganz sicher. Sehr gut. Also geht am besten direkt in alle Pendeln und Dungeons rein, also nur um sicher zu gehen. Mache ich. Ja, kannst du aktivieren, lass mal besser. Ich wäre ready, whenever you're ready. Okay, sind wir alle auf dem Speicherstand quasi? Ich sehe meinen Sprite und kann auf Starten. Achso, so weit bin ich noch nicht. Aha. Lügner. Bitte wieder. Okay, dann mach ich kurz mal. Kurz mal Leute begrüßen. Hallihallo. Willkommen zu einem Race und so. Bla bla bla. Wir müssen schnell machen. Die Jungs hetzen schon, wie immer. Wir sind ja immer schnell, automatisch. Also wir freuen uns, trauern leise, ja? Oder fake oder wie wir wollen. Naja, das bleibt jedem selbst überlassen, würde ich sagen. Okay. Also ich werde einfach ganz laut das erzählen, was bei mir passiert. Gut. So, jetzt sollten alle auch euch hören, richtig? Hallo, hallo. Sia-Chat, was geht ab? Bei den noch Sias? Ein bisschen leise. Hallo, danke dir. Was? Du, hier muss ich gerade aufstoßen, das wäre ja unangenehm. Molle, vielen Dank für 22 Monate. Danke dir. Oder einfach Discord-Lauder. Oh, Moment. Du kannst ja auch einzelne Leute bei Discord-Lauder. Ja, einfach rechtsklick. Das ist auch Lifehack. Auf das Icon. Habs, habs, habs. Perfekt. Alright. Alle haben den gleichen Zieg, natürlich, Chouvi. Aber bitte nix spoilern, aber das ist ja wohl Ehrensache. So. Spoiler-Lauder, das ist richtig raus. Alright. Ähm. Dann macht mal einen Countdown. Gut. Drei, zwei. Äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Macht mal. Längere, äh, jetzt einen Countdown. Okay. Drei, zwei, eins. Go. Alright. Let's go. Hammer. Oh nein. Auch Hammer. Oh nein, meine Button sind verstellt. Ich hab letztes Mal noch mit einem anderen Controller. Okay, restart. Jeder ist für seine Clip mit Selbstverantwortung. Aber tut mir leid, Leute. Ich muss mal ganz kurz. Sollen wir gerade überwarten oder nochmal neu starten? Ich hab jetzt schon Reset gedrückt. Ja, ich muss mal kurz meine Inputs nochmal einstellen. Verdammt. Äh, Sandau. Einfach Ausrufzeichen MK8. Dann kriegst du den Code. Da könnt ihr mitmachen. Ist das jetzt mit gegenseitig auf die Mippe? Nee, das ist sehr klassisch. Wir spielen einfach alle einen Randomizer Seed. Den gleichen. Und wer jetzt erst durch ist, ist durch. Ich hab allerdings, muss ich schon mal sagen, es könnte sein, dass ich irgendwann mal nach unten muss. Denn ich hab einen durchfallhabenden und kotzenden Hund zuhause. Ja, nicht so schlimm. Also, es ist ja wurscht. Es ist ja nur fun. Also, wenn ich mal zwei Minuten kurz in den Garten muss, weil der Hund wild von links nach rechts läuft, dann muss ich das tun. Das ist okay, ja. Okay, lass ich schlage vor, wir gehen genau den gleichen Weg, wie wir eben wollten. Ja. Und mach nochmal den Countdown neu. Gut. Gut, 3, 2, 1, go. Alright. Ich bin gespannt, was jetzt hier ist. Oh, krass. Ja, ich hab mich überrascht. Wieder der Abba. Ups. Ich hab den Timer vergessen. Nicht so schlimm. Ich auch. Dann bin ich halt fünf Stunden allein. Ganz einfach. Die ganzen miesen Tricks hier. Ja, man kennt sie. Ja, du, schon. Danke für den Sub. Einmal mit Profis. Ja, erhofft. Ich fand, für unsere Verhältnisse war der Technik-Set auch gerade schon sehr schnell. Gut, aber das voraus, also ja, es musste heute auch nicht so viel geschafft werden, möchte ich mal sagen. Was ist eigentlich für ein Charaktermodell, das ist der Standard-Link nur mit schrägen Plebsen Augen. Wir liegen mit Geschwürgen im Gesicht. Boah, Terranima haut mich ja schon jetzt wieder aus dem Latschen, der Sound. Oh, Link-Tooler-Pass hat mich auch nicht aufgeladen. Wie geil. Du bist einfach so ein Vanilla-Verfechter, ne? Nee, eigentlich nicht. Also. Ich hab's mit dem MSU's irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ich hab's genauso gemacht, wie es mir gesagt wurde. Aber irgendwas stimmt wohl nicht an meinen Emulator oder so. Ich hab's mit mehreren, aber auch probiert. Ja. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt, dass es nicht geklappt hat. Ich werd mich da aber nochmal mit auseinandersetzen. Denn ich hatt auch schon Bock auf andere MSUs. Ja, das ist, das ist für mich mittlerweile echt, das, das gibt mir richtig mehr Bock zu spielen. Ja, ja, hab ich auch das Gefühl. Hab's immer noch nicht ausprobiert. Müsste ich halt mal machen. Aber ich glaube, da würde ich ja die ganze Zeit sitzen und könnte mich nicht entscheiden, welchen Sound ich diesmal nehme. Es gibt ja auch nur so 6000 verschiedene zur Auswahl. Ja, ne? Danke, Charo, wünsche ich dir auch. Du Marabe. Sag jetzt mal einfach. Nice. Könnt ihr werten, wie ihr wollt. Terranigma ist einfach mein liebstes SNS Games. Ich glaube, das ist wirklich von vielen Leuten das Top-Game schlechthin. Auch vom SNS. Terranigma. Wobei Terranigma. In jedem Fall in den Top-5 vielleicht. Ja, ne? Aber das Gefühl, dass Terranigma doch schon noch so ein bisschen so eine Underdog-Rolle hat. Ja, auf jeden Fall. Ich hab's auch nicht so häufig durchgesucht wie jetzt andere. Aber ich fand's immer geil. Ja, kam halt auch ein bisschen spät. Ja, stimmt. Okay, ich mein Krono-Träger kann in Deutschland noch nie. Ja, das stimmt. Also insofern. Aber habt ihr auch Illusion of Time mal gespielt? Ja. Ja. Auch geil. Wacadis breit 13 Monate. Danke, Wacadi, für den 13. Monat. Schönen ersten Mai an alle, ja? Erster Mai. Vor zehn Jahren war das für mich richtig geil. Da wüsste ich noch immer, boah, da gehe ich noch weg und dann wird's richtig geil. Ja, schöne Tanz in dem Mai. Oh Gott. Aber ich bin jetzt auch Krawalle. Genau, er ist am Mai komplett dicht im Mai. Zeiten sind vorbei. Ja, Mai-Baum-Stellen und so. Finde ich ganz lustig, dass sie die... Ich hab das Gefühl, beim ersten Mai... Es gibt kaum einen Feiertag, wo die Rituale und so weiter so sehr auseinandergehen in Deutschland wie beim ersten Mai. Ja. Denn es reicht. Dankeschön für den siebten Monat. Danke mich. Oh, ich hab was vergessen. Das ist nicht schlimm, war bestimmt nichts Wichtiges. Mhm. Aber ist schon sehr geldlastig, dieser Asit, ne? Ängerlich gerade. Mixon, danke für sechs Monate. Dankeschön. Jo, Doombringer, danke für 35 Monate. Dankeschön. Ben, jetzt von dir. Hat er den Doom gebracht? Mhm. Schon wieder. Nur für zwei Re-Mecher. Manche Spiele muss es halt einfach auch nicht Re-Mecher geben, finde ich. Nee, stimmt. Ja. Hm. Die Remakes fangen nämlich langsam auch an, beschissen zu werden. Zuerst waren ja ganz coole Remakes dabei, aber dann kamen sowas wie Reforged und GTA und Ninja Gaiden oder Gaiden. Beste Games. Ja. Waren früher geile Games, aber als Remake kaum die leider nicht. Äh, Mr. Madman, danke für die 28 Monate. Dankeschön. Danke, danke. Spyro und Crash waren gute Remakes, das stimmt. Ja, die waren richtig gut. Mhm. Und Final Fantasy 7 auch. Ja, okay, das war komplett irre. Donfrisch Frikadelle, 16 Monate. Donfrisch Frikadelle, danke schön für 16. Danke. Ich hab' mir gesagt, mein Freund ist so im Stillen, ne? Ich hab' mir gesagt, das ein neutrales Frikade... schickt ihr euch auch wir spielen jeder für uns den zieht und gucken wir schnell auf top 3 remakes ich weiß ja da stoße ich also was sagt ihr zum secret of mana remake ich fand das richtig gut und viele haben sie also die meisten ja ich weiß ich weiß lieber das war ganz gut aber ich habe ich auch mit einem kumpel sogar durchgezockt ja ich hätte mir gewünscht dass wir teil 1 den super nintendo teil gespielt hätten es ist halt auch wieder so ein spiel wo das remake nicht gebraucht hätte also das remake hat nichts besser gemacht oder ja es sah auch nicht schön aus ich mochte zum beispiel dass man nicht immer ins menü musste für die zauberer ich glaube es ist jetzt schon soweit mit dem hund das wird mich jetzt gerade sehr nerven ja ja in meinem schild ist schon ein alarm alarm dass sie mit dem hund näher eigentlich ist der hund hat irgendwie kotzerei und scheißerei und da ich das ungern in der wohnung hätte kann ich gar nicht verstehe ich dann lieber mal kurz ja ich muss mit dem hund das ist dumm aber ja das ist doch doof oder ja nicht lange ich gehe kurz die treppen runter in den garten der hund kackt dann bin ich wieder da hoffe ich haben wir erst sehr doof für euch das wäre dann auf jeden fall das letzte mal dann ist ja wieder zwei stunden die ruhe ich möchte nicht drüber sprechen ich möchte nicht drüber ich möchte ich will im erdboden versinken das war das schlimmste was mir jemals passiert ist ich muss ich darf ich muss das deinstallieren ich muss das deinstallieren er hat schon wieder vom ziel herum geschimmelt mit irgendwelchen items oder ja aber es ist war ja auch okay aber ich bin also ich möchte nicht drüber sprechen einfach wow was ist das was ist aus mario geworden auf dem laufstieg hey girls hey girls ja die neue kollektion moment ich muss größer in der kamera sein die neue kollektion ja die schönsten ohren ich zeige euch mal hier ihr habt ihr das gesehen Bluthundreiß-Zahn. Jetzt wird den Goombas passiert. Sind die editiert? Haben die einen komischen Mund? Ich muss mal Pause drücken. Mein Gott, die lachen. Guck dich das an. Ist ja widerlich. Und Mega Man 9, wenn ich... Ich glaube, das gibt es nicht als physische. Variante. Schade. Weil ich würde sie wirklich jetzt live im Stream einfach komplett mit dem Hammer zerkloppen. Ich würde es einfach komplett zerkloppen. Mega Man 9 war heute der absolute Seelenkiller. So ein Drecksgame. Ei, ei, ei. Also nächsten Sonntag wieder, oder was? Bis wir jetzt mal hier eine Sub... Luna, fahr mal rechts. Ich fahr rechts, alles gut. Oh, was? War der lecker. Dafür war das der Swag-Shot. Der war schon... Das war ein... Der war lecker. Ja. Brain is da. Ja, das ist halt einfach, ne? Brain is da, Leute. Tu gerne mal für euch so, als wäre ich zu blöd, mir acht Zahlen zu merken. Und dann, äh... Überrasche ich hinten raus, ne? Das ist... Das ist immer gut. Tief stapeln und hinten raus überraschen. Wenn ihr so durchs Leben geht, ist es immer besser. Lasst euch das gesagt sein. Das ist Lebensweisheit. 36 Jahre Lebenserfahrung sprechen hier. Es ist immer, zu jedem Zeitpunkt besser, tief zu stapeln und zu überraschen, als eine große Schnauze zu haben und dann abzulusen. Egal in welcher Situation im Leben, ist es immer die bessere Entscheidung, das so zu machen. Ach, lieber auf Swag, oder? Wow, ich wollte auf Swag angelehnt machen. Einen guten Move. Ey, wenn... Ich will ja mit Swag drüber. So, nämlich. War das fair? Kann mir das mal einer sagen? Ist das fair? Easy Level. Warum bin ich so dumm und sag easy? In dem Moment, ey, das ist so behämmert. Das ist sowas von... Das ist wirklich das... Oh mein Gott, ey. Das ist halt so dumm einfach. Also, dass ich schwimmen kann, ist sowas von absurd irgendwie. Aber schwimmt sich besser als jedes Mario-Spiel. Ich hab traurige daran. Das ist ja wohl. Oh, ich bin in. Ich mach jetzt so. Wenigen Abstand. Ich bin so dumm, weil ich meine Fresse so in den Bildschirm drück. Ich hab hier gedrückt. Der ist eigentlich schlauer, weil dann brauchen die Photonen nicht so lange zum Auge. Der Weg ist kürzer. Die Scheiße wieder machen mit den Buffs. Ja, jetzt werde ich hier auch noch getroffen, weil die Steine ganz links anfangen. Wie viel Schaden man kriegt. Und mein Schwert. Ich werd so wütend. Mein Schwert liegt da oben, dieses Drecksgame. Hat Pokémon eigentlich S, B, M, M? German please. German or English please. Mein Gott. Skill based matchmaking. What the fuck? So ein Müll. Oh, ist okay. Und das ist okay. Naja, so viel bringt mir die Bogen jetzt nicht. Sagen wir's mal so. Also es ist natürlich gutes Timing. Aber ... kann ich auch die taste halten checkt er ob das gepresst ist nein ich muss es an dem moment drücken checkt er ob das gepresst ist alter ich muss mich glaube ich verbunden heute besser wäre es für die welt jetzt machen wir alles aufkommen wenn sie immer die silvers da sind sie auch noch wirklich jetzt machen wir auch alles mein gott aber das schlecht auch gott ja schon scheiße das ist richtig das soll in lacht die man ist sehr freundliches game also ich kann euch das empfehlen ist wenn ihr mit der familie einfach entspannt haben wollen das ist einfach ja glaube ich auch die widersprechen wollte ist auch super von der ist einfach zu fett das kann es nicht nehmen ja der ist die schwerste die ist abhängig von der einstellung deines mies wenn du ihn ganz fett macht ist er schwer wenn du ihn ganz gut machst du kannst also alles damit fahren aber dann müsste ich meinen jetzt in den das fast travel wenn du an lagern oder anderen orten vorbei kommt schaltest du die schnellreise standorte frei um sofort zu ihnen zurückzukehren öffne die standortliste des gebiets und wähle ein ziel manche gebiete sind während der geschichte zurzeit zum teil nicht erreichbar hallo ich grüße euch ja für die glauben ich könnte so stream muss ich leider enttäuschen denn nein man sieht nichts ich kann auch kein chat sehen also stream wäre nicht einfach welch edler ritter ja junge ich bin hinter dir ich hab's nicht erfreulich die schockt jetzt lügt er auch noch knapp das geht nicht an die reingemacht wird jetzt irgendwie ganz komisch oh mein gott ok ok alles klar alles klar ok ok verdient ja es war verdient das muss man jetzt wirklich sagen das war jetzt wirklich verdient aber vielleicht schubst du jetzt raja bis aufs grün hä wo ist denn warum es bis dahin geflogen physikalisch war das der größte müll den ich je gesehen habe ich bin hinter ihr gelandet und sie fliegt nach rechts ich bin unten du aber nicht im wasser er kann auch aus der tiefe ihres herzens emotionen pur ich zu spät so rei tut mir leid dass er tatsächlich in den flur gekotzt und wir hatten hier wir haben hier so ein teppich jetzt musste ich das noch sauber machen deswegen hat es gedauert ja ein versuch noch also wenn sie jetzt in der nächsten in den nächsten 30 minuten oder so noch mal irgendwie will drum rennt dann klinge ich mich aus aber jetzt ist erst mal wieder alles gut gut alle ready alle ready gut dann 321 und weiter weiter geht's bitte besser in dem hündchen ja ja easy easy peasy und da haben sowas ja mal ja ich habe da sowieso immer super glück ein ehemaliger straßen köter sag ich mal also und das jetzt despektierlich zu meint ist einfach robust ohne ende die hat nie irgendwas das gut ja sie ist fünf ich frage mich ob das gerade so schlau war sie gemacht hat ja wir wollen auch immer alles essen das stimmt schuld nehmen sie alles rein schiebt was auf dem boden liegt hat mir noch nie böses getan so wenn ich was auf dem boden sehe ich mache alles rein schieben ich gehe hier rein schiebt was auf dem wenn ihr ein Spiel Hm. 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 War not so wütend? Hm. 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 Wutag ich... Ja, ja, gerade am kurzem denken mach ich nicht häufig. ist ja auch anstrengend muss man wohl überlegt sein ja denke ich mir auch schon in die richtung ja ist der anigma soundcheck macht gut wurs glas bewohner bei machen was an ich weiß nicht ob das jetzt so gut ist aber wer weiß es schon habt ihr schon mal den weeklys mitgemacht bei diesen wie randomizer eigentlich ganz kultig ist noch eine gute zeit sonntags 18 uhr ist eigentlich ganz cool weiß aber noch mal so ein bisschen anders also ein bisschen ernster ist ich habe einmal mitgemacht im rockdienst forum ja so wöchentlich so challenges rauszuhauen habe ich einmal mitgemacht kann ich jetzt leider nicht sagen hat hast weil es spoiler ist pixel wie jetzt wird junge dankeschön für den range bekommen matthias und sia im voice es wird zelda randomiert sowie sonntags sowie alle 14 tage sonntags außer letztem sonntag war ein feiertag genau erreichbar das war auch mal mitgemacht manche ja 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 ihr habt ihr von grand kube mitbekommen mit seinem subathon 19 tage am stück nicht zu kurz will ich jetzt mal sagen da würde ich jetzt mal spontan darauf antworten also was was man gerne früh hat ist so was wie mir eine flöte oder wuchs weil man das einfach und das macht sich einfach schneller hätte ich schon ganz gerne jetzt krieg eins davon glücklich sei dir ist okay geht so aber das sage ich immer das stimmt auch die wahrheit ich habe gerade jetzt einen blöden fehler gemacht hat mir jetzt gerade aus als ich bin ganz zufrieden ich habe ja ich bin auch zwei sachen gemacht aber das schaue danke für den fünften monat und jetzt nicht lecker das ist jetzt auch ein bisschen mehr was ich hier mache mach doch noch ein bisschen mehr davon ich habe hoffnungen hier weiß ich nicht gibt es ein vr update auf der ps5 ob es falsch das passt die ausgabe der playstation an dein monitor bei denen diese unterstützen um screen tearing und so weiter zu vermeiden klingt sinnvoll habe ich in den game to news gehört hörst du dir oder was hörst du dir an schaue ich mir sogar an krass habe ich nicht gedacht gute sendung dieses gegen habe ich mir sagen dass dieser matthias mehr ja gut aber wo nervt er nicht er ist einfach ein auto 1 auto sehr gut sage ich jetzt mal einfach so er muss auch eingehen bis point ein matthias die zwei werden ja wahrscheinlich als wieder der fände wieder der alte simpsons gag ein aber den den einen hummer habt ihr doch eingelassen ja dass der plural keine mehrere aber ja ich 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 mit ah okay jetzt ein kaffee wäre super ich habe mir anstatt einen kaffee gemacht haha matthias ist übrigens gerade den tower aber trotzdem recht lustig ich bin schwer in tower fähre ist gerade ich die können also werden das will man da auch so ein pendent danke für die ganzen von uns leute dann knacken heute echt noch die 6000 follower Okay das ist neu. Kannst du noch zählen wie viele Seals du mittlerweile gemacht hast? Nee, aber ich sehe in meinem Live-Splitzen wie viele Stunden ich gespielt habe. Und? 109. 109? Im Schnitt 3 Stunden Proceed oder so? Ja, hier ist noch nicht so ganz lange dabei. Nee, aber du hast ja dafür jeden Tag so ein Zweet raus. Ja, das schon, ja. Dankeschön, Luffy. Brauche ich ja nicht, Huttas. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ist nicht nötig. Nee, brauche ich nicht. Ist jemand von euch Wii Sports gespielt? Switch No More? Lull, meine ich natürlich. Nee, bis jetzt noch nicht. Aber du schon voll im Game? Nee, das reizt mich irgendwie auch nicht so, muss ich sagen. Ja, das sieht auch echt nicht so... Nee, ich finde auch, es sieht eher nach Mäh aus. Nein. Ist runtergefallen? Mein Garten. Echt? Cringe, wer runterfällt. Ah. Das wird mich den Sieg kosten. Ich sag's jetzt schon. Ich sag's wie es ist. Ich glaub, du lügst. Vielleicht bist du ja auch nirgendwo runtergefallen, sondern irgendwas anderes ist passiert. Ich würde gerne danach... Das geht aber leider nicht, ne? Ich würde gerne danach alle Seats gleichzeitig oder alle Streams gleichzeitig irgendwie gucken. Ich müsste ja eigentlich, obwohl ich müsste sie nur gleichzeitig starten im VOD. Ich würde gerne mal machen. Das läuft auch immer ein Timer dabei. Ja, stimmt. Kann man auch. Ja, kann man machen. Mein Timer ist, weil du wäre total fucked up. Also... Ich bin jetzt mal Minute 27. Mich auch. Aber du kommst hin. Oh, da kommst du hin. Geil. 20 Paaren irgendwas. Da bin ich ja gar nicht so weit weg. Aber ich hab zwischenzeitlich pausiert und gestettet. Was ist denn hier los? Ah, seid ihr auch schon lange nicht mehr. Wir spielen den selben Seat, ja. Logisch. Das wärs ja ein dummes Race, oder? Kommt. Kommt. Das wär's ja los. Oh. 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 Danke für die Follows! Dankeschön! Hey Denzen, schöne Grüße übrigens vom Joker. Der ist nämlich bald bei Streetrandale. Danke sehr, danke sehr. Grüße zurück. Also der hat schon, der war schon bei Streetrandale. Ja, 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 das weiß ich, das weiß ich. Of course! Was gibt's bei dir aktuell für ein Projekt? Speedrun-technisch, ist das was? Oh, ich hab leider noch keins. Ich wollte ein paar Sachen anfangen, aber ich hab irgendwie noch keine Zeit richtig dafür gefunden. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen will. Das klingt nicht schön. Nee. Ich brauche ein Spiel, was mir sagt, los! Run nämlich! Ist das jetzt hier? Oh, ich bin unglücklich gerade. Jetzt gerade bin ich sehr unglücklich. Was fehlt dir denn? Wissen! Wissen! Hm. Komm, ich will's mal machen. Ah, denn du runst auch Vanilla, ne? Ja, damit steige ich jetzt wieder ein. Und? Wie läuft das so? Ja, erstmal wieder reinkommen. Ich glaube irgendwie so was bei 1,40. Also das ist noch nicht jetzt... Tolle! Sagen wir's mal so. Aber es macht mir massig Bock. Habe ich auch mehr Glück? Immer die guten Items. Egal welche Truhe du machst, aufmachst, ne? Ist immer gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ja, Goofy könnte. Aber bevor ich das gucke, gucke ich erst was anderes. Ja, ist ja gut. Ja, auf jeden Fall war von mir das gut. Ja, über das gucke ich bin! Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke für den Follower, Bobo Mia. Moin, Kumo. Kumo, Moose. Moin. Moin. Moin, Kumo. Moin. 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 Wo-U-U-U-U-U-U. Moin. das ist so schön hey was ist so schön ich bin sehr happy aktuell doch ja doch happiness all over das ist so schön Das ist auch Premiere, aber nicht schlimm. Fällt mir gerade auf, habe ich noch nie gesehen. Karate-Pulli, danke für 20 Monate. Ne, ich glaube das habe ich noch nie gesehen. Hey, hallo los, hallo los, moini. Na gut, wenn es sein muss. Ich befürchte, ja. Hallo Luz, hallo, hier. Hm. Hallo Luz, hallo. Hallo Luz, hallo. Karate, sehr gut. Hallo Luz, hallo. Ach, Hasel, soweit läuft es, ohne jetzt zu viel zu sagen. Die anderen hören ja mit. Aber sonst läuft es gut. War ja klar. Einfach ein Rays. Ja. Das Schöne ist bei den Link-to-the-past-NMG-Speedruns, das push dich halt auch bei den Randomizern und andersrum. Du kannst beide spielen und beides ist für die andere Kategorie quasi auch voll förderlich. Das ist richtig cool. Stimmt. Also Mindest-Level-Execution. Ja, na klar. Aber ich glaube ich kann mit Banana nicht mehr spielen. Blenny, danke für zwölf Monate. Dankeschön. Oh, mein Controller geht nicht mehr. Ungefähr so cool. Jetzt muss ich wohl langsamer spielen, weil mein Controller kaputt ist. Lügner! Niemals! Oh! 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 Ah! Oh! Hallo! So, wissen Sie alle Ève unpredictable! Oh Gott, wie glücklich ich bin einfach. Ist doch einfach ein Glückspilz. Ja, voll. Passt euch. Sia ist auch happy, man hört es. Ja, ich glaube auch. Man kann die Liebe förmlich rausführen. Ja, Juri. Ganz selten, aber manchmal klappt es. Kung Fu Hustle 2 wurde aber gekündigt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Kung Fu Hustle? Aber ist ein bisschen sehr spät nach dem ersten, oder? Ja, aber das macht... Insofern gibt mir das Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwie ein schnell gerushtes Sequel irgendwie ist, sondern sie schon irgendwie Bock drauf haben. Ja, aber History erzählt meistens was anderes. Ja, auch wieder. Der Sprung von Terminator 2 zu 3 war schon hart. Das stimmt. Aber der von 3 zu 4 war noch schlimm. Ja. Ach krass, in dem Fall, ja. Ja, auch wieder. aber du als nmg speedrunner ich würde mich so nicht bezeichnen na gut ja was ich mir immer frage wenn man gut sagt welcher strecke es sich lohnt da gibt es glaube ich dreieinhalb teils ist es nicht die richtige antwort es kann gut sein ja also ich will jetzt auch nicht meine hand dafür ins feuer legen aber das habe ich so im kopf im ohr dreieinhalb teils okay also nicht dass ich jetzt hätte oder so er hat den boot korrekt steht man jetzt ja das war gar nicht möglich französisch 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 Das war's für heute. 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 fasche was komplett fasche doch ihr werdet auch noch verarscht ich bin gespannt damit habe ich glaube ich meine 6000 folgen glückwunsch 6000 schenken mal eben dann ja jetzt mal bei mir zuhause auf die couch kann ich jetzt nicht beurteilen aber ich würde trotzdem denken es wird eng ich bin der glücklichste mensch der welt einfach kann es nicht anders sagen kann gar nicht sein doch weil du es auch ist aber ich bin schon sehr glücklich so Okay, das ist gut. Genau. Okay. auch jetzt ich habe eine idee darf ich einfach mal äußern ich habe die vermutung du wurdest du hattest den affen und wurde es getroffen aber nichts dazu sagen das war meine vermutung das liegt näher aber ja ich sag nichts wow Wallachs. Wie meinst du das, Scoot, hier? Ja, erklär das doch mal. Ja, erklär das doch mal hier. Verstehe ich nicht. Ja, erklär doch mal. Das war seine erste Nachricht bei mir im Chat. Jetzt ist er bestimmt vergrauelt worden. Shoot this guy! Horonozoro. Dank für die Bits, Mann. Horonozoro. Sehr leicht, deinen Namen auszusprechen. Hm, wie es der wohl klingt. Horonozoro. Nein, Goofy, war nicht. Oh, oh. Kein Wort, um Pisto. Ich verängstig, wie gut das läuft hier. Ja, stimmt, Juri. Das ist wirklich gruselig. games ich glaube ich sag das ganz gut so danke für noch mal zack und das wäre wirklich schnell das wäre wirklich schnell das wäre schon ich meine es geht aber so ist noch nie aber die schöne gerade zahl zerstört oder habe ich glaube ich schon bei 6002 jetzt der arsch gleich wieder an verloren die Wie gut seid ihr so in T-Logic bei dem einen oder anderen Dungeon? Ja man, so häufig denke ich mir so, das hätte man bestimmt erahnen können, aber ach. Aber so gut sind die halt nicht, ne? Nein, sind einfach Crazy Noobs. Glücklicher Matthias ist glücklich. Ja, ich auch sehr. Ey, ihr könnt nicht mal echt werden. Du bist doch auch glücklich. Ja, come on. Doch, ich glaube, du bist glücklich. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, du bist schon in GT. Wie? Mindestens. Natürlich. Sag, du mögen. Machst du? Aber es gibt schon so ein Item, das ich schon noch sehr gerne hätte. Ja, das wäre schon echt gut. Nur eins? Ja, eins hätte ich so richtig gerne. Einfach ein Mikro drin in meinem Modul. Aber in meinem anscheinend auch, weil in dem Sekunde, wo du es gesagt hast, habe ich meins auch gefunden. Jetzt spielen wir auch synchron. Oh, das wäre krass. Also hier ist eine kleine Kugel. Jetzt wird es das Kugel. Okay. Das war's für heute. Ihr seid wieder so ruhig. Hört auf damit. Okay, soll ich ein Liedchen singen? Ja, bitte. Oh Gott, jetzt hast du mich. Ich kenne doch gar keine Lieder. Das hat aber lange gedauert. Lange drüber nachgedacht. Hast du überlegt, ob dir eins einfällt? Ja, ja. Der hat mich jetzt aber wirklich geärgert. Unnötigerweise. Ich hab auch irgendwas falsch getrackt. Fällt mir gerade mal auf. Ja. Zu lange mit Autotracker gespielt. Ich bin einfach Noob. Ist doch. Ich bin einfach mal auf. Ja. Ich bin einfach mal auf. Ich bin einfach gar nicht angekl. Mach es gar nicht. hey marmeladenspreu danke für die fünfer bombe danke sehr sehr nice von dir das stimmt vielen vielen dank man für die fünfer bombe dankeschön verbeuge mich das ist sehr gut mit dem kanal hier den folgen letztes mal geredet ist nicht schon längst komo nein es ist kein nicht auch jetzt stromberg neun monate und dort wünscht euch beiden sehr viel glück dankeschön das ist der echte stromberg ja ja doch bis jetzt noch nie ein grund gegeben nicht daran zu glauben dann ist ja gut ein bisschen dumm was ich jetzt gerade gemacht habe aber so ständig sagt ok jetzt kann ich überlegen will ich mit den gambeln okay 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 Ja, das ist Pilaya. Terra-Mucke einfach gut, ja voll. Ah, Lord Raiden, ja. Ja, Goofy, hab ich, hab ich wohl. Ich bin auch einfach überall im Chat, man weiß, wie es geht. Ja, bin ich auch eigentlich. Ja, das war's. Ne, hat man noch nicht. Aber ja, Strom ist tatsächlich etwas teuer. Jetzt hör doch mal auf hier. Ja, das war's. 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 Kann man nehmen. Brauchen wir nicht. Kann man aber nehmen. Hört's, die ersten Bomben im Spiel bekommen. Erstmal Bomben. Ja, glaubt ihr nicht? Ich hab' nämlich noch keine. Ja. Ist auch mein Go-Mode-Item. Echt ätzend. Echt ätzend. Aber nicht. Wie? Ätzend. glück gehabt ja okay ja gut dann als ob ja doch meinst du ja ich weiß ich weiß es okay jetzt ja so nicht dann aber kommt noch überall rein Sonst wäre es ja auch, ja, 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 deswegen. Hm, ich habe ein bisschen Angst. ja lord raiden das schon kommt jetzt darauf an ja orange checks bedeuten man kann sie nur sehen aber nicht holen bei mir im checker nicht du nutzt gar keine map sie ja nur die in game okay also ich habe jetzt aber auch wirklich lag ich meine gut das habt ihr dann auch gleich aber das ist jetzt schon ein bisschen op muss ich sagen shit ja das ist jetzt eigentlich das ist jetzt schmuck Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Jetzt. Danke für den Follow, Blutbaron91. Ja. Kann man noch mal sagen. Mist, Mist, Mist. Mist. Sag doch mal was. Immerhin. Oha, bibi. Das wollte ich mal kurz sagen. Ist okay? Doch, doch. Wow. Moin, moin. okay danke das hat mir sehr geholfen ja ich bin so glücklich oder mal ja alle spielen gleichen sieht ja ja das wäre gut auf strudel ich denke schon okay ja Ja, ja, das stimmt. Juri. Da hat er recht. Ganz richtig, Ufi. Ich mach noch zwei hier, das ist okay. Und dann... Okay, bleib. Nice. 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 It's off. Geh nach, Ufi. Was mach ich das? Ich bin so blöd. Ja. Noch mehr davon. Okay. Ja, ja. Ich bin's so gewohnt, die letzten Male immer. Unlucky. Nee, noch nicht. Okay. Ich traue es mich jetzt nicht zu sagen, aber Bicky Guessing Game bei mir. Haha, verdammt. Ja. Das ist okay. Einfach noch so ein, zwei Mal im Gauntlet sterben. Bensen. Die Voraussetzungen sind eigentlich ziemlich gut, dass das nicht passiert. Sagen wir es mal so. Ja, come on. Einfach mir zuliebe. Okay. Gensen hat bestimmt weitergespielt. Er hat nur so getan das mit dem Hund. Das stimmt. Ein richtiger smart Move einfach. Ja. Galaxy Brain. Ich habe leider noch die falsche Spritze gelangt. Es könnte sogar bei mir Pipi werden. Joa, ist eine gute Zeit. Boah. Was ist der? Das weiß ich ja eben nicht, Nikatsu. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Ich bin so ein Noob, der sich nichts merkt. Ja, ich meine es ja für euch auch gut. Also es wird schnell gehen. So viel würde ich schon mal sagen. Alles klar. Bingo, ja Glückwunsch, Juri. Du bist ein Cheater. Ja gut, das ist jetzt natürlich für das Truhen-Spiel bei mir im Chat. Das ist natürlich... Ach so, das tut mir leid. Das stimmt. Das ist gut. Das fett nur gerade ein. Ja, das ist natürlich... Na, das kommt ja drauf an, wo du lang gehst, ne? Ja, stimmt. Also das muss man ja auch mal sagen. Ja, geh absichtlich awkward. Jetzt geh ich extra anders. Na ja, vielleicht geh ich ja sehr awkward. Immer. Hallo? Bremsen, mit dir reden wir nicht mehr. Das ist nur ein Spiel, Seher. Was ist der schlimmste Spruch, den zieht du auf der ganzen Welt? Ja. Ja eben, wenn man davon ausgeht, ja eben, man hätte auch den Multistream angucken können. Er ist auch leicht mit dem Raten. Mein Gott, Alter, hier stelle ich mich aber jetzt gerade auch echt nicht gut an. Aber gar nicht. Nein. Nein. So, nicht. Okay. Oops. 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 Ich jetzt auch eine so schritten. Das war der Gamble. Darüber habe ich gehofft, als ob. Also das Lack ist mit dem Blöden. Also muss man wirklich sagen, das ist unglaublich. Ja, das war jetzt wirklich komplett dumm. Bist du durch? Nee, das nicht. Aber ich habe wirklich genau im richtigen Moment nochmal einmal eine Truhe aufgemacht und dann war da ein Herzteil drin und das habe ich einen Refill gegeben. Ja, natürlich. Also es war so... Es wäre das einzige gewesen, was jetzt noch ein bisschen gefährlich hätte sein können, weil ich nichts habe an Flaschen oder so. Schade. Oh, das ist mein Hund, der bellt mal kurz, weil der andere Hund kommt jetzt. Musst du kurz aushalten. Das ist okay. Der Hund muss raus, nein, ey. Komm oooon. Nein, nein, nein. Das ist echt weit. Der Hund muss draußen, ey, ich muss nicht. Ich muss einfach eine große Schnauze haben. so kennen let's go ich bin noch nicht mein komo warum bist du schon mal gerne weil du wahrscheinlich ein bisschen mehr pech gehabt hast wo läufst du denn rum ich habe jetzt gerade hier aufgemacht und du bist nicht das glaube ich nicht du es wäre zu hart hey bleib hier nein das gibt es doch nicht okay so all right uh ja komm komisch dass es so viele kleine zahlen jetzt bei mir im trug spiel sind time 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 juhu ja das ist eine gute zeit ja ich habe leider jetzt hier dummes blitz drin aber es war ja ihr seht die zeit ist noch nicht blöd ja genau wappnick das war es 3,3 sekunden ja das wäre sehr schnell das wäre krass dann würde ich dich als hacker beschimpfen aber ich hatte wirklich auch glück also wirklich glück immer wenn ich gegabelt habe hatte ich richtig glück okay es hat sich irgendwie immer ausgezeichnet es ging wirklich schnell mit dem großen schlüssel ja egal wo man lang geht na gut ne schon auch ganz alles theoretisch ja ich habe auch ein bisschen gegambelt es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert aber ich bin immer noch am was fehlt ihr denn noch sollen wir darüber sprechen oder willst du es noch spielen sie ja äh ihr seid ja eh schon im gom also ihr seid ja eh schon der eine jetzt durch der andere gerne in tower also ist ja eigentlich ok was fehlt ihr sie ja äh die flöte ja ich weiß die ist in ziemlich weit drin in Swamp ja in Swamp Palace ja und da ist auch die mits ich bin da rausgegangen nach dem mits bin ich rausgegangen ja das hatte ich ich hatte auch darüber nachgedacht um ehrlich zu sein ah und dann habe ich noch gedacht komm also den Boss habe ich nicht gemacht ne ne den Boss habe ich nicht mehr gemacht den Swamp ich habe jetzt die Flöte und so ich bin in Swamp rein weil ich dachte es wäre Crystal und habe ihn komplett durchgezogen boah der gönnt ja richtig aber ich meine der Boss hat noch ein Item ne meine ich aber das habe ich das habe ich auch ja gut aber das habe ich dann auch nicht mehr riskiert als er die Flöte hat und die mits habe ich gesagt komm das brauche ich jetzt auch nicht und ich war super schnell äh in Desert am Anfang da bin ich sehr früh hingegangen und das war ja auch ein DM weil das ein das war noch offen so den Arrest hatte ich genau ich habe so ein bisschen gehofft dass du vielleicht wieder äh Dark Cross liegen lasst Dark Cross habe ich geholt ja ich auch relativ früh ja und äh aber ja ich hätte mal Swamp einfach weitermachen so ich war gehypt wegen den äh wegen den Titans mits und dann bin ich direkt rausgegangen und hab ja ich kann es verstehen was war das left side die zweite Truhe bei left side die mits ne äh die große Truhe big chest ja dann kannst du schon noch ja 1 2 ja du hast schon noch einige Checks dann sehr kurz danach ne ich glaube auch dann kann man schon nochmal weiter gehen ja der waterfall in der waterfall chest ja aber ich glaube selbst wenn dann wäre ich jetzt auch nicht schneller als hier gewesen was war denn mit dem Schwertern ich hatte so späten Mastersort ja ich auch ja ich auch kam erst relativ spät aber jetzt habe ich Butter ja Butter? ich nicht du hast kein Butter? ne ich habe jetzt erst in ne wo hatte ich denn jetzt in Turtle Rock habe ich erst äh jetzt tempered bekommen in Turtle Rock habe ich mir jetzt Gold geholt wo war denn Tempered Mama? ja ist schon ein bisschen assig Goofy ne ein Schwert, Titans und Flöte in ein Pamper Meyer war halt auch OP ne Gottmeyer des Todes ja sofort der Big Key und ich hatte auch da war schon im Go Mode das war super ja mein großes Problem ich bin fünfmal beim Trolldorn runtergefallen ja ok ja ich schmiel das noch fertig und jetzt am Ende ähm beim Schmied lag ein Schwert achso die habe ich gar nicht gestartet die die ja das die hatte ich auch eigentlich auch außen vor gelassen aber mir fehlte dann äh Bombos da habe ich dann ich äh wusste gar nicht was ich brauche aber hatte alle drei Medallions ich hatte aber noch nicht gesehen das war dann so okay es kann nicht so weit weg sein es kann nicht sein dass ich erst Turtle Rock machen musste das war dann ganz gut ja und dann äh bin ich halt rumgegangen da habe ich halt Smith Chain gemacht da unten noch wo war denn Bombos nochmal? äh Catfish ach ja das habe ich nach Pot gemacht ja ja ok ja ne da habe ich nicht äh da hatte ich dann ja gerade ähm ähm Pot und Eastern hatte ich gemacht da war ich vorher in Swamp und dann bin ich danach direkt die Flöte aktivieren gegangen deswegen und wollte dann zu Meyer um zu gucken ob ich da reinkomme deswegen habe ich dann nicht direkt den ja aber es war echt ein guter Seed sag ich mal richtig schöner Seed ja 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 so gut so weit vergraben in einem Pendant Swamp ist natürlich doof mit der mit den Mids und den mit der Ocarina aber sonst war es echt cool gut runter zu spielen doch ich kann auch und die Schaufel auf dem Pedestal ist das so? ja ich habe es nicht gecheckt ich habe es nicht gecheckt ne ich nicht oh Gott das könnte noch spaßig werden ne ich habe es nicht gecheckt so leute ich will euch nicht ver aber ich müsste mich fast ein bisschen beeilen weil ich muss noch mal mit dem Hund um 18 Uhr machen wir Mario Kart ja kein Ding ja hast du dir verdient ja lucky mal aber ja so ist es aber gehört ja auch ein bisschen dazu eben am Rando das war mir ein Fest wenn du weg bist geil es hat Spaß gemacht hat noch viel Spaß mit wenn ihr noch weiter Rando spielt wahrscheinlich oder Matthias so machst du schon einen vielleicht mache ich auch Metroid Fusion endlich leider ok na gut dann sage ich euch habt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns und lesen uns genau mach's gut ciao so Leute ich mache mich jetzt gleich die Switch an denn mein Hund wird jetzt abgeholt in ungefähr drei Minuten das heißt ich mache jetzt kurz eine Pause und bin dann zu Mario Kart wieder da ähm weil ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung dass ich den Start wieder verpasse und ich hoffe dass es diesmal nicht so ist ähm aber ich weiß es nicht deshalb mache ich jetzt mal eben kurz die Pause rein ja Mario Kart dann jetzt um 18 Uhr ich hoffe ich kriege den 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 Start mit aber ich denke ja ähm bis gleich kurzes Päuschen bis gleich können wir jetzt freuen dass es Sonne war aber ich lass das jetzt an ja Nein, zweite Form war von mir. Okay, ich bin letzter. Was? Der Gerüne, bitte lieber Gott. Nein, das Game kann man nicht spielen. Also man kann es nicht spielen. Ein schönes Spiel. Warum geht denn der da runter? Warum wer der dumm ist? All diese Boxhandschuhe. Hallo, hallo! Könntest du mich boxen? Oh nein. Nicht gut. Ich sterbe. Oh nein, du bist doch drin! Okay, noch nicht. Das war doch ein Witz. Tiko, wieso nichts weiter? Du warst so hinter mir, oder? Läscherlich! Kannst du mir mal schön im VOD angucken, wie ich ganz entspannt nach rechts gefahren bin, kurz gezielt, dann gelenkt und rückwärts. Stimmt, ja genau! Kannst du dir genau angucken. Stimmt! Das war Lack war das! Ne, das war kein Lack. Das ist ja Beweis, das ist ja auf Brand. Dass das kein Lack war. Ich mach auch mal Platz für wen anderes. Ich hab mich zu früh gedrückt! Ja, aber ihr schlecht seid. All in one. Incoming. Oh, fuck! Ja! Wow! All in one! Er macht's sogar mit Anzeige! Das ist sehr nice. Danke sehr. 50 Monate, das ist länger als 40 Monate. Ist so. Nicht ausgerechnet. Keita und Exi. Dankeschön. Moin, wollte ich sagen. Nicht Dankeschön. Ja, Big Brain, ne? Manchmal musst du auch mal, musst du den Leuten auch mal zeigen, dass da, dass er nicht nur Mario kann, sondern auch einfach ein Brain hat, ne? Und dann muss man auch mal solche mathematischen Dinger schnell und spontan, ja, muss man kurz mal zeigen, was man kann. Richtig. Boah, verstehe. Versteht ihr, was ich hier machen muss? Einmal den Schalter treffen und dann muss der sich auflösen. Das heißt, ich muss dann ins Ziel, nachdem der Schalter einmal getroffen wurde. Er würde ihn aber ein zweites marktivieren. Sehr cool. Sehr cool hier eigentlich die Stelle. What the fuck, Alter? Du hast eine Nanosekunde Zeit. Habt ihr es gesehen? Schön, ich zeige. Ja, ich teste. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ist nur ein Spiel. Was? Sag dir ein Rage dem letzten noch mal wieder. Boah, dieser Pissbaum. Weil es einfach ein 4000 Meter Baum ist. Ey, es ist so schlecht. Aber du bist jetzt super weggerollt. Guck mal. Alter, geh doch nach Hause, dieser Boss. Ich wusste es, dass es so ein scheiß Jank-Boss ist. Wieso macht man diesen Kirby rein? Ich hasse diesen Boss so sehr. Also wirklich. Der ist halt kompletter Jank. Die scheiß Statue! Junge, die Statue. Habt ihr es gesehen? Ihr müsst jetzt mal... Ey, die war das komplette Schild für den. Die ganze Zeit. Okay, aber das ist wirklich... Guckt euch meine Inputs an. Guckt euch das an! Oh, ist das schlecht. Da werde ich wirklich wütend. Okay, hier ist der Hack sowieso für alle vorbei. Wer entscheidet denn, dass... Man kann Motor-Skills nur mit R spielen? Mit R! Nicht mit A! Seht ihr das? Ich muss das mit R machen. Hä? Ah, okay. Upsi. Mit der Select-Kaste kann ich umschalten. Okay. Hier sind normale Motor-Skills. Upsi. Ja, tschau. Nichts gesagt. Was ist das? Ihr seid so scheiße! Wo kann ich diese Kacke benutzen? Auf welchem Knopf? Wo? Auf welchem Knopf? Es ist... ...einfach nur Müll. Ich geh ein Bömmchen. Wow. Wenn das immer so gehen würde, ne? Dann wäre ein Randomizer echt leicht. Big Shoutout! Zu Kaizo geht das... Hä? 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 Wer ist denn das? LOL! Bester Hack der Welt! What? Moment! Für mich ist das einer der besten Hacks, die ich hier gespielt habe. courtiert, die ich hier wieder gefällt. Ah, ich bin Ripp. Ah, ich bin Ripp. Ahhhh! Ahhhhh! 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 Ahhhh! Der Save des Todes. Wie kann man so gierig sein wie ich? Wie kann man? Wieso kann ich nicht einfach mal einen Mini-Cycle kurz warten? Ich wäre halt so... Bei jedem Try komme ich durch. Aber... Nein, warum sollte ich das tun? Ich möchte mit maximaler Affen... Warum bleibe ich nicht mal hier? Warum mache ich das nicht so? Zack, zack, zack. Nein, es ist zu langsam. Hilfe mit den Buletten! Oh nein, hier haben alle noch Raketen. Leslie, es tut mir leid. Die gibt es geschenkt für dich. Du hast das noch geholt. Ich schaff euch so sehr. Ich habe endlich mal eine Kurze auf der Ziellinie noch zerstört. Jetzt die Frage. Brauche ich den noch? Ja, klar. Hä? Bitte! Was? Komm also, wer hat damit gerechnet? Das wäre jetzt so ein... Komm schon! Ich wollte ihn ablegen und mit dem Drop killen. Damit hat doch jetzt keiner gerechnet. Boah. Diese Waffeln hier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wie heißen diese Waffeln? Boah. Strom... Stromwaffeln? Boah. Strom. Ey. Das ist einfach nicht mehr von dieser Erde. Boah, ja. Boah. Boah. Ja, glaub ich, will man da. Boah. Okay. Hm? Sagst du jeder eine andere Tabelle, Nafal? Bist du denn auch beim zweiten oder bist du beim ersten? Naja, aber meins gilt natürlich, ne? Ich bin Platz drei, Ende. Hallo. 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 Das ist doch... Wie soll denn... Wie soll denn das ernsthaft... Was denn? Ist das anders? Ich finde das schlimm, dass die Tabelle anders ist. Es ist nicht anders, Junge. Du lügst doch hier rum. Du bist bei mir auf Platz sieben. Mit wie vielen Punkten denn? 250. Ja, aber ich habe ja nicht 250 Punkte. Doch, hier steht's. Ja, aber das ist ja dann bei dir der Fail. Gar nicht. Ja, aber ich hatte ja nicht plötzlich am letzten Mal mehr Punkte oder vorher. Also mehr oder weniger auf einmal. Sag mal. Bei Haselnuss bist du Platz sechs. Okay. Wie großartig. Stell dir mal vor, du machst hier eine ernsthafte Competition. Um 100.000 Euro zum Beispiel. Ja. Und dann hast du halt tausend verschiedene Ergebnisse. Benedetto hat 266. Moment. Ja, gut. Aber was kann man da jetzt ändern? Das ist die Frage. Gar nichts. Nintendo anrufen und sagen, hey, korrigiert mal bitte Tabelle 2. Remember the 90s. Dankeschön. Danke für das abgeschenkt. Remember 90 es giftet. 1 Sub2 Karotte 101. Oh, geht schon los? Ach so, ne, die ganze Rangliste. Krieg mir deine Mitteilung? Wie sind das? Keine Ahnung. Derzeit geschlossen. Du kriegst keine Mitteilung. Wenn du auf mitspielen gehst, steht da geschlossen oder halt nicht. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Let's go. Rein. Ich hoffe, dass wieder ein paar Leute dabei sind. Bei mir geht's. Jetzt darf ich aufreiten. Jetzt bleibt locker, bleibt locker. Hallo. Hallo. Ich bin heiß. Ich auch. Ich hab Bock. Diese 90 Minuten sind geil. Aber beim nächsten Mal versuchen wir es definitiv mit der maximalen Anzahl an Rennen. Das ist noch geiler. Ich bin mir sicher. Ja. Genau. Die muss da hoch genug sein, damit es... Die muss perfekt sein. Die muss... Wir müssen eigentlich mal gucken, wie viel Rennen wir in allen dreien hatten. Und dann nehmen wir davon die Mitte irgendwie. Das konnte keine Verbindung zur anderen Konsole hergestellt werden. Ich bin schon raus. Bei mir ist es gut. Ich wurde jetzt in eine Lobby reingeworfen und vier Leute fahren schon gegen den CPU. Ja, das ist einfach so dumm. Da haben wir es doch schon. Jetzt ist es schon nicht mehr fair. Jetzt schon. Ja. Nur 1000 Euro. Leider verloren. Ja, das ist ja genauso wie das, was der Nafer auch geschrieben und gesagt hat. Irgendwie diese Rangliste ist bei jedem anderen. Ich hab's ja hier bei dir im Stream. Du bist bei dir Platz 3 und bei mir bist du Platz 6 in der Rangliste. Ja, hab ich jetzt ja ein paar Mal gelesen schon. Aber womit kann das zu tun haben, dass als ich... Naja, vielleicht werden, wenn ich... Sobald ich mein letztes Rennen gemacht habe und keins mehr joinen kann, werden vielleicht die Punkte von den anderen nicht mehr gezählt. Aber die gehören natürlich noch dazu. Die das letzte Rennen gemacht haben gerade vielleicht oder so. Letzten Endes muss doch alles irgendwie zusammengeführt werden. Damit dann alle auch die gleiche Tabelle haben. Das richt mich auf. Es ist Müll. Bei Tabellen verstehe ich keinen Spaß. Nee. Ich muss da mal ne Schulung machen. Nee, Schulung geben. Äh, geben. Ja, meine ich. So, hallo. Hallo. Ja, aber wir haben es jetzt schon mal ein paar Mal gesagt. Ich glaube, die beste Variante ist, noch ein bisschen fairer zu machen, ist einfach die richtige Anzahl von Rennen einzustellen und dann muss man halt in den Rennen abliefern. Punkt, Ende, aus. Wenn du abstürzt. Egal. Ah, genau. Wir müssen halt so viele Rennen sein, jemand ungefähr. Genau. Das Turniersystem ist genauso glückbasiert wie die. Wie alles in der Strecke. 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 Nee, das muss man. Das muss man einfach. Das ist ein Feature. Aber das ist so gemacht. Was wäre denn, wenn wir sagen, wir machen, wir machen mal so ein richtiges Tryhard-Turnier mit jeder hat 15 Rennen und ohne Items oder so. Also dann gibt es ja wirklich kaum noch Luck. Na gut, dann wäre halt das Glück, ob die Strecke jetzt die Bues antitzen oder gegen andere Menschen die gut sind. Naja, ohne Items ist doch egal. Da fällt doch jeder für sich quasi. Oder? Ach so meinst du das? Ja klar, logisch. Das stimmt natürlich. Ich krieg jetzt den blauen natürlich hier ab. Direkt den ersten. Zack. Ja, dann hast du natürlich recht. Ah ja, gut. Aber dann kann man auch Formel 1 spielen. Das ist auch ein Argument. Ja, dann ist eigentlich nur noch am fährsten. Jeder spielt Solo-Time-Trial und sendet seine Zeit ein. Ja, dann machen wir eine eigene Exit-Tabelle. Verwaltet von Neva. Da ist kein Fehler auf die Tausendste. Jetzt kommt der Blitz, wenn ich auf den ersten Hupe habe. Dieses Drecks Game. Jetzt kommt noch ein Blauer vor dem Ziel. Ey, was ist das? Guck dich das an. Und das... Och, guck mal. Und jetzt holen mich die Plebs. Ich bin gefahren wie Gott. Wie ein Gott. Ich kriege zwei Blauer ab. Hab dann einmal eine Hupe. Und dann kommt ein Blitz. Also, das ist doch nicht wahr. Ich hab hier so verdient, Erster zu sein. Das ist einfach frech. Also, ich hasse es jetzt schon. Ja. Hier war kein Fehler. Perfekt gefahren. Und jetzt hat hier irgend so einer, der die scheiß Krone auf meine. Die passt ihm bestimmt noch gar nicht. Ja, aber zwei Blaue und dann noch Blitz vor der Hupe. Lol. So, der Hund wurde abgeholt. Das ist sehr gut. Ich hatte schon Angst vor schlafenloser Nacht. Nur die KI in Mario Party hat mehr Lack. Erdnuss. Aber was soll ich machen, ne? Ich hab gehofft, ich bin mal mit oder so. Ich hab schon gedacht, du bremst und so. Ich bin vom Gas, aber war zu weit hinten. Was soll ich machen? Ist halt auch ein fairer Spieler. Zu meiner Ex-Freundin Wolf Schrudel, wir teilen uns den Hund. 14 Tage hier, 14 Tage da. Ja. So. Mann! Diese Autos. Nimmst du doch so einen komischen Charakter. Was denn, der ist ja laut aktuellen Berichten. Ja, 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 ja. Also, ehrlich. Ich bin mit meinem Tanuki auch so happy wie noch nie. Tanuki ist für mich die Macht. Ja, mit Waluigi hättest du die Blaue nämlich nicht abgekriegt. Das hat mich schon im Ziel gewesen. Doch. Es bleibt immer hell. Dieser Autos. Wah, wie viel Blaue denn noch? So, da waren jetzt zwei Blaue und drei Rote. Ja, komm. Jetzt bin ich zerstört jetzt. Es ist vorbei. Guckt euch das an. Der Vorsprung, der wird immer größer. Keiner kommt ran. Und jetzt kommt der Scheiß. Ach, wie eine Rote. So lächerlich. So, jetzt geht's schon los. Der Geist. Jetzt geht's los. Alter. Juhu. War noch keine Blaue da. Das ist schon ungewöhnlich. Aber wir waren hier auch noch nicht in Runde drei. Ich bin dumm. Und jetzt. Das ist ja genauso wie, wenn man eine Blaue abwehrt, kommt direkt die nächste. Weil das Spiel sagt, du musst von der Blaue getroffen werden. Und jetzt kommt eine Blaue. Aber es könnte ein bisschen zu spät sein. Ja, die ist zu spät. Die geht auf Platz zwei. Oh, Platz zwei könnte jetzt kotzen. Aber ich glaube, das macht nix. Ja, reicht. Eben, Bonsai. Sehr, sehr Tanuki-lastig da bei dir. Nee, die Leute wissen halt, was gut ist, ne? Aber ich find's auch gut. Bei mir einfach, der Zwölfte wird sich dann auch nicht freuen. Der Zwölfte bekommt den Blauen. Das nützt den gar nicht. Nee. Das ist genau so gut für mich wie ein Geist deiner Banane-Clown. Ja, die Geiste bekommt von mir mal Geld. Wie gut wäre es eigentlich, aber das passt natürlich nicht zu Nintendo. Jetzt stellt euch vor, man hätte so einen Link zu dem Turnier. Man könnte über den Browser die Stats zu dem Turnier sehen. Eine Live-Tabelle. Sowas ist natürlich weit weg von jedem Nintendo-Ding. Aber wie gut wäre das? Man könnte das einbauen in den Stream, die Plätze würden live irgendwie so. Bei Sony wäre das so. Kannst gar nicht bezahlen. Nintendo als Streamer-Youtuber war ja eh schon kritisch gewesen. Es gab irgendwie ne Zeit, da haben wir jedes YouTube-Video ja geclaimed, wo er Nintendos Soundtrack drin war. Aber das Komische ist wiederum, bei Mario Maker haben sie sowas gehabt auf einmal, ne? Also, so eins. Ja, das stimmt. Da gab's alles. Aber was war's denn noch? Soll der Tanuki etwas besonderes? Ne, der Tanuki ist glaube ich auch jetzt laut Tierlist. Wenn man jetzt einfach nur auf die doofen Stats gucken würde, gar nicht besonders toll. Aber ich weiß es gar nicht, wo der... Boah, ich hab'n Fehlstart. Schlecht. Das macht ja bei dem Spiel nix. Kannst ja auch eine Dreiviertelstunde erst AFK gehen und dann Gas geben. Das ist ja genau dasselbe. Das ist einfach so. Jeder weiß das. Ey, Hyrule Piste, ne? Die letzte Kurve. Die allerletzte... Sondern vor der letzten Itembox. Ist glaube ich wirklich besser, selbst ohne Pilz den Shortcut zu nehmen. Ich hab' immer das Gefühl, das lohnt sich. Bei 200 halt safe, klar. Aber ich hab' selbst bei 150 die... Das Gefühl. Guckt euch das an, Alter! Es ist egal welcher fucking Platz du bist, nach zwei Runden. Das spielt keine Rolle. Der Pilz sieht einfach auch so mächtig in der Strecke. Kohli, komm, wir machen Frieden, ja? Easy. Wir sind doch beide zufrieden mit unserem Platz. Kohli macht's aggressiv. Er ist aggressiv. Mein Gott, jetzt krieg ich den roten. So kurz vorm Ziel. Es ist einfach dumm, das Game. Kohli weiß. Na, jetzt hab' ich in Rückspiegel geguckt und krieg' den Grün noch vorm Ziel in die Fresse. Boah, ich hasse das Game so sehr. Ja. Ja, es ist so. Das war geil. Ich will einfach nur ohne Items fahren, wer die schnellste Zeit hat. Das wär' das Beste, was es gibt auf der Welt. Und Syntax bann ich jetzt eh. Wer bist du im Chat? Oh mein Gott, hab' ich Glück gehabt. Oh, meine Güte. Ja, ah, Crispy, ich bin mit dir in der Lobby. Jetzt gleich wird ihr auch durchgemischt. Wie viele Rollen habt ihr gemacht? Was für Rollen? Rennen. Wie viele Rennen ihr gemacht habt? Ach, Rennen hab' ich jetzt im vierten. Ja, okay. Ich hab' auch drei erst und warte jetzt aufs vierte. Ja, das wird jetzt im vierten. Aber die Punkte von der Lobby, in der ich reingejoint bin, die ja schon gefahren sind, weil die vor 18 Uhr gestartet haben, die wurden halt nochmal resetet. Also die haben dann auch mit null angefangen. Okay. Ja? Ach, die haben die Trainingssession schon gemacht. Das kannst du ja vorher machen. Genau. Das ist ja nicht so schlau eigentlich, oder? Verpasst du ja vielleicht den Einstieg in die erste Lobby? Ja gut, also wir haben dann auf die gewartet. Ja, okay. Ich bin jetzt auch grad im vierten Rennen. Ich bin jetzt grad bei mir ausgewählt. Also ich bin noch nicht im vierten Rennen, möchte ich mal sagen. Drecksmodus. Ja, bei mir ist jetzt grad diese Auswahl. Ich hab' drei bestritten und jetzt kommt Polarkreis Parcours bei mir. Ja. Schon wieder ein Fehlstart. Ey, das ist doch nicht wahr. Was ist denn hier los? Zwei. Polarkreis. Polarkreis, geil. Eigentlich eine geile Map. Ja. 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 Das ist gar nicht mehr genug die Team von Wolk, von 보�. Die genossen sind diese Ja adopte digitale Anpleos. Was denn? Ach komm, eh. Fährst du doch beim Bob runter? Dann krieg ich den Blitz und du den Kubeubild. Das ist alles unfair hier. Alles fair. Alles unfair... Waaaah... Alles unfair. Was denn? Ach komm, äh, fährst du auch beim Bob um, dann krieg ich den Blitz und du den coolen Video. Das, das ist alles unfair hier. Alles unfair. Alles unfair. Und ich da mit Stern. Ein Stern ist auch so ein Drecks-Item eigentlich, ne? Ja. Kompletter Müll. Die Unverwundbarkeit hilft, weil ich schrecken wie Babypark. Na klar, da schon. Ja, da ist er besser halt, aber... Wenn du nachher, den du genügend vor dir herfährst, das macht mich ständig viel. Drei Tanooki ist auf Platz 1, ey. Was geht ab? Das ist ein neuer Meter, Alter. Wie muss ich denn zukommen? Was hat denn? Ja. 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 Ja, da muss ich hier fast neuerweise Punkte haben willst. Das ist auch so ne lächerliche Geläubstel. Leute drin, davon aber... Hätte ich früher auf den Bumerang rangehen müssen. Mist. Oh, diesmal läuft es nicht gut bei mir. Wir sind ja 16 Minuten rum. Ja, und? Hätten ja schon vier erste Plätze sein können. Boah, ich hatte so einen Pich im letzten Item. Zehnter insgesamt. Ah, ich sehe es crispy. Ich hatte eine gemütliche Fahrt da vorne. Hallo Mario Master. Hallo. Mario Master, hallo. Hi Mario Master. Hallo. Mario. Neue Lobby. Suche nach Spielern. Wir stehen auf der Erde, dann könntest du ja mal hier reinkommen. Bist du schon von Anfang an dabei, Mario Master? Im Rennen? Nee, gerade eben, er ist jetzt reingegangen. Da wärst du schon nicht mehr erst nach. Ganz viele neue Gesichter hier. Also, mies. Ich bin jetzt bei Navefall und Erdnusswasser. Wer ist denn dieser Typ mit der Brille und der Mütze? Wer sind denn die hier? Die kenne ich auch nicht, die ganzen Mies. Ach, Dan, du bist jetzt in die Gruppe gekommen, aus der ich gerade raus bin. Easy, oder? Die waren alle low. Was ist denn das für eine Killergruppe? Die war sehr gut. Wie viel Poki, aber der ist ein Blatt. 50 hat er. Ja, das ist eine geile Aussage. Stark. Aber es ist nicht immer... Nee. Wie viel? Nee. Äh. Also, ich ein Rennen hatte ich gewonnen gegen sie, deswegen hatte sie auch noch nicht alle Punkte. Ich glaube, da wurde es die dritte. Also, ich hoffe, die rothaarige gewinnt. Ich mag sie. Oh, Alter, mach doch mal alle Platz hier, ey. Aua, die Bombe. Ich finde es auch so schön, wir hätten eine Regenbogen-Boulevard spielen können. Was spielen wir? Große Babypark. Oh, ja, Sacker, auch so ein richtiger Penner hier mit der Grün. Das ist mein kleines Problem. Wenn irgendjemand in dieser Situation ist, beschütze ich mich jetzt mit einer Grün, was vielleicht schlauer wäre, oder baller ich Densen ab. Dann entscheiden die sich dazu, mich abzuballern, damit ich mich aufrege. Das ist so. Ach was. Das haben wir das nicht mal. Ja, das ist so. Dann, ähm... Das ist ein kleines Streamer, Malus. Das nächste Mal einfach nur mit Bananen. Bananen, dann. Das haben wir. Nee, natürlich nicht. Bananen, auch Müll. Ja, genau. Feuerblumen. Das ist ja Rosalina hier die ganze Zeit. Tick. Nein. Ich hab mir das gespielt. Ich glaub, mir der Geist hat noch eine Banane. Nein, Drecksgame. Nein. Hör auf, ey, Mann. Dieses Spiel. Mann, Brian, du Penner. Oh mein Gott, schuppt der mich hier rein. Also, das ist so blöd. Alter, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht. Also, dieser Geist, Yasaka, der, äh... Der will's wissen. Und der fährt auch ganz klug. Der ist low, der kann nix. Ich glaub, bei mir freut sich's gerade, ne? Ich fahre. Hat er auch mal einen Punkt? Quinch hat's ein 50. Ja, der hat das Quinchchen. Hallo? Ja, Quinch, wer nicht 50 hat, oder? Ja, aber echt. Aber hast nur du bei dir 50 und bei mir 20? Ja, das werden wir sehen am Ende. Tindo klaut nie wieder bei dir. Boah, ich merk schon, das werden 1,5 Stunden Terror, Horror. Das ist so. Und Adrenalin. Aber warum nimmst du so ne Kack-Strecke, Fipoki? Es ist ne richtig geile Strecke. Weißt du nicht, mit wie viel Skill man da abkürzen kann? Kennst du die Trommel an, in der letzten Kurve? Trommel, Trommel. Wenn du die beherrschst, bist du besser als 99% der Spieler auf der Welt. Ja? Ja. Mindestens. Dann zeig mir das mal jetzt. Ich hab die totalen Kiste schon auf dem 3DS-Gas-Defektion. Auf dem 3DS hab ich die gerne online gespielt. Also die hab ich ja mal gewählt, wir nennen die nicht schrecken. Ist das hier etwa Joghurt? Ne, Brian. Boah, ich dacht schon, Joghurt ist zurück. Der kleine Lemmy. Oh mein Gott, ey, Alter, war das für den Joghurt? Ne, das hast du. Klar. Alter, hier fliegt man ja. Alter, hier fliegt man ja. Alter, hier fliegt man ja. Du hast natürlich auch ne rote. Logisch. Das Game ist halt so. Ja, der wird ein zweiter und für den ersten kommt der blauer. Ja, der macht doch mal hier die Trommel. Trommel. Wo war denn die Trommel? Äh, in der letzten Kurve. Ja, aber ich hab sie bei dir nicht gesehen. Ähm, dann zeige ich dir nochmal, keine Ahnung, wie macht man nochmal ne Aufnahme? Nee, du hast sie doch gar nicht gemacht, oder? Das hab ich damit zu sagen. Äh, ich hab sie jetzt gemacht. Bei mir nicht. Komisch, du bist doch hinter mir oder nicht. Ja, jetzt bin ich dritter. Ja, also ja. Ja, ja, ja. Ich hab so, ja, eben geht nicht hier, wo ich hinter dir. Aber nicht direkt hinter dir. Nee. Vielleicht siehst du es jetzt auf der Karte. Ich bin nicht im Moment. Die Bombe, wer schmeißt sie da hin? Oh, ich hab ein Mensch, es ist der, 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 der. Nein, schiep, 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 schiep. Nein. Verdammter Blitz, mitten in der Luft, der Bisch. Ich hab einmal in meinem Leben Geist und krieg ne Münze, weil das ist auch so ein Job. Ja, klar, dann werd ich nochmal richtig schön durchgereicht. Ich hab mal in meinem Leben Geist bekommen. Ich hab mal in meinem Leben Geist bekommen. Nein. Was kann so tun? Egal. Alter, was ein Stress, das Drecksgame. Das sind einfach... Ich schaffe das nicht. Das ist 19 Minuten, das ist zu heftig für den Körper. Wir müssen das verkürzen auf 15. Oh Gott, ey. Ja, jetzt wird's schon schwer für mich. Ja, was... Ich glaube, wirklich eine starke Lobby. Fehlstart. streckentechnisch ist die lobby sich aber einig war nicht ganz trefft nix wächst da wird ein primes ab einfach schlau danke sehr ja okay drei stück wollten nicht alle nicht fahren ja nicht alle eine person nicht ach so ja bei kredenzen meine doppelte box ich habe auch ein alles gut Oh, die Bombe bände, der Tod ist mein Lieblings. Und jetzt falle ich auf. Diese grüne da, die war ganz schön knapp, oder? Ja, sollte sie sein. Ich hab sie gehört. Oh nein, L2. Jetzt kommt hier eine rote. Ey, wieso fährt hier jeder so... Ey, fliege ich so Kilometer weiter? Essential ist auch mit in dieser Lobby. Essential auch gut. Ey, hier sind wirklich starke. Yasaka auch so eine Maschine. Nefa, das Problem ist, seitdem die L10-Sprung, ja, mehr Leute im Marvel-Garten und die Sprung haben schon wieder intensiver. So, egal was du hier machst, du bist einmal abgeschossen, dann bist du vom ersten auf den 10 direkt. Ja, du bist halt so... Es ist sofort vorbei. Also du musst am Ende ein bisschen Glück haben mit der Item, dann geht das aber. Oh, ich hasse hier den Blooper. Wie fährt jemand mit einer Kugel-Billy auf Platz 2 vor? Oh, hier der Blooper ist einfach assi. Und wieder zweiter Platz geht. Boah, Alter. Ja, ja, Sacker. Das kommt davon, du Kleiner. Aber er bremst ab für den Blauen und kriegt ihn selber noch ab. So ist es nämlich. Das war... Ja, das ist... Ja, hier ist... Die ist, äh... Der Rage ist hier anders. Dieser Skyrims bei mir ist auch ganz schön gut. Der hat schon 95 Punkte. Ja, der hat doch beim letzten... Ja, ich glaub, der hat beim letzten Mal nicht sogar gewonnen. Doch, ne? Skyrims? Ist, glaub ich, ein Roy gewesen, oder? Ja. Ja, ja. Die Poki, komm, du bist zufrieden, oder? Mach doch nicht so was jetzt hier. Mein Gott, in der Luft. So ein Piss. Warum hast du jetzt zwei rote? Und mir klaut der Geist noch die... Also wirklich. Anstatt du einfach sagst, komm, ich bin zufrieden. Also, ich hätt's fast gesagt, aber ich wollte erst mal die Doppel-Alte-Box abwarten, was sie sagt. Ich bin auf... Auf den ersten... Nee, 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 nee. Die weiß ich. Ich hab durchs eine grüne, hab ich halt fünf Punkte verloren. Pff. Eieieiei. Okay, 95. Sau stark. In diesem Moment der Stille, ich höre meinen Puls, meinen eigenen Puls gerade. Ja, das... Um irgendwas zu machen. So muss es sein. Alles richtig gemacht. Spaß ist das Wichtigste, Lino. Pff. Okay, die Hälfte der Kontrahenten hat das Pünktchen-Kart. Und dann noch Valuigi als Fahrer. Nee, das hat nur Nathan und noch jemand. Wo ist das? Äh, nee, der... Crispy, glaub ich, was? Wie ist denn dein Mi eingestellt wie Proki? Äh, das ist jetzt ein, äh, Mittel... Ja. Mittelstufen-Ding. Eigentlich, eigentlich fahre ich eine Grünhaarige, die ist klein. Aber bei der Lobby muss ich eine... Habe ich mich dann doch überzeugen lassen, eine Nummer härter zu gehen. Also... Äh, die... Oh nein. Stark. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Jetzt hast du mich abgelenkelt. Ich bin jetzt da. Also... Äh... Heavy Mi soll noch besser sein. Aber ich sag mir so... Wow. Oh Gott. Ja. Oh. Nee, nee, also... Die Mies müssen schon realistisch gestellt werden. Ist das so das Gesetz? Ja, natürlich. Klar. Mein Gott, alter, dieser Echo, ne? Muss es so aussehen wie einer so ein Gesetz und man muss auch den Körpermaß einladen. Ich hab grad gepanikt, weil der zweite direkt hinter mir war. Ich hab meine Tote verschwindet. Ich hab grad gepanikt, weil der zweite direkt hinter mir war. Ich hab meine Tote verschwindet. Wenn der auf dem vierten seinen Runden nicht schließt verlangst, dann abgeschossen zu werden. Leider das so... Oh Mann. Kurz vor dem Ziel der Blitz. Katastrophe auf dieser Drecksstrecke. Oh mein Gott, diese Bombe. Gibt mir doch einen Stern oder so. Boah, jetzt bin ich zu weit hinten. Das ist nicht gut. Bei mir ist jetzt keine Gruppenwechsel. Warum willst du ja auch jetzt wieder einspielen? Du bist die ganze Zeit Platz sechs. Egal was passiert, du bist immer sechs dann. Volides mit dem Lars. Ja, aber... Nein, die sind ja auch die Killer-Lobbys. Mann, jetzt ballert der mich in der Welt. Welcher Penner war's? Wabnik. Mann, ey. Ja, es ist so ein Müll. Ja komm, zerstört mich jetzt ganz. Boah, ist das zum Kotzen. Das Spiel ist einfach wirklich schlimm. Ich bin Platz neun. Oh mein Gott. Hätte ich auch einfach aufs Klo gehen können. Ach guck mal hier, der Porsche hat auch schon 94 Punkte. Ja, doch. Oh, böse. Die hätte ich doch bestimmt vom letzten Mal mitgenommen. Ja. Suche nach Spielern. So, jetzt mal bitte da raus aus dieser Lobby des Todes. Hi Marius. Oh, Turm, ist bei mir. Mal sehen. Hallo. Hi Marius. Ah, Marius. Du hast es auch schon gesehen. Ich hab's auch schon gesehen. Ja, bin ich auch gerade erst in die Gruppe reingekommen in die Neue. Ja, und Jerome hat über 100, das ist der Beste, ne ich es jetzt gesehen habe. es ist auch wieder mit von der party ja damit was das für eine lobby da sind nur zwei leute drinne verloben zwei franzosen wie sie weiter wenn ich da reinkomme hoffentlich nicht mit so vielen guten und der anderen gruppe die feuerblume geklaut der rote land auch das kam aber nicht richtig so vielleicht macht es manchmal sind dann doch so miteinander zu verhandeln wenn man sieht hat er hinter mir hat er hat jetzt eine rote banane dann kann man ja noch vorhanden so gibt es halt nur ein oder zwei punkte auf ansonsten bist du komplett auf elf zu landen da kommt ich mal die banane nicht hin diplomatisch hallo kann ich mal hier man ja sagt aber willst du mich denn auch überholen wenn ich die banane da hinten liegen ja ab warum ist der move eigentlich nicht im weiß es kommt bestimmt noch einer von blauen ich bin echt ich bin jetzt happy ich will auch gar nicht überholen an der stelle leute ich bin happy auf platz 2 ja und dann doch werden mir die pilze geklaut ja ich krieg doch ne grüner ab ey jawoll dann gehts los mit dem hass und dann kommt denn jetzt ein roter ich bin spasti das war meine chance ja selber mit momenten liegt hier in der lobby in tito gar nicht die altern sich anhalten dann stürzt jetzt ab bei dir sauber hauptsache der kriegt keine punkte wunderbar ninja du holst du okay neue lobby hier ist das stressig die stunde reicht auch oder aber doch eigentlich ja ich sag ja viertel stunde eigentlich auch gut für eins dann kommen die neuen strecken ich hab Bock ja wir sind welche strecken diesmal dann dabei sein werden ja ich auch ich hoffe auf eine der wo man da ja diese abkürzung noch auf man ja sagt du elender mensch es ist eigentlich wissen dass eigentlich sowas sagen denn die bewertungen zu dem spiel schon eher müll oder und so generell jetzt habe ich mal von drei stunden raus hat er gesagt ich hab das einfach zu wenig ich bin in der banane raus ja ist denn schon auf die rothaarige muss man echt aufpassen die ist ganz ekelhaft jetzt klaut mir der geist den stern meine fresse fragt ist warum nutze ich ihn auch nicht das ist die ähm nein noch ein feist grüner abbekommen kurz vorm ziel kann ich von vorne von der seite ok ja weiß ich weiß das telefone hat noch ein element überholen wir eine piranha pflanze hatte das nämlich 3 pilze gab da hatte ich auch nicht gesehen christina wollte ich dich noch wiederholen. Ja klar, das war ein Bot. Shit. Na ja, alles gut. Na ja, die andere Rosalina, das sch... Fuck. Was ist mit Porsche? 121 hat er. Ja. Wenn man nicht gegen Bots fährt. Bitte? Wenn man nur gegen Bots fährt, dann... So nehme ich. Da ist schon der Rant. Da startet der Rant schon. Oh, eine komplette Spielerlobby, oh Junge. Wir sind elf von zwölf. Gute Map. Kein Witz. So, hinter mir ein Waluigi. Auf den Glacard. Kleine Räder. Sehr klug. Ich hab zwei Waluigi. Immer eine sehr klüge Wahl, diese Kombination. Hoffentlich bin ich besser. Genau, vom zwölften bekommst du vier Pilze. Ne, komm mit dem Klopp. Du warst nur Elfter. Ne, das ist halt so krass unterschiedlich so in einer Lobby mit zwölf Leuten oder mit von Pfeffees, ne? So übel. Die scheiß Pflanze, ey, das geht's doch nicht. Oh, Melina. Boah, Katastrophe. Ich krieg nicht mal den Dabbel. Ja, fuck, ich bin klar, dass der große Lege kommt. Ja. Das war zu sehen. Ne, das Spiel war gerade gut. Ich bin so halb von diesem Steinrad. Ich sammelte das Item ein, aber ich bin das Spiel als Item zerstört, weil das Steinrad gerade ist das Spiel ab. Boah, das ist ja Wahnsinn, der Pilz. Es geht um nichts. Es geht auch um die Ehre, oder? Nein, das ist schlimmer als wahrscheinlich alles andere. So, dem Waluigi einmal nochmal die Ehre genommen. Und schön er ist da durch die Zählinie. Ja, bei mir ist es so, ich hab schon seit drei Item Kisten, hab ich keine Item Kisten mehr. Arterome ist das. Ich hab den Namen schon mal gewissen. Hey! Oh, schlimmes Game. Einfach schlimmes Game. Jetzt brauch ich noch mal was Unfaires. Gib Gas, Rosaline. Nein! Ah! 7, 8, 9, 10. So, Characterswap. Wenn man das letzte Item verpasst. Ich hab riskiert und die kurze Abkürzung noch genommen. Das hat nichts gemacht, weil ich wurde dann, deswegen hab ich ja grad gezählt, ich wurde in der Luft abgeschafft, hatte keine Abwehr. Und da konnte ich so zählen von 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Die wollen irgendwie tausend Leute eine Strecke und dann will einer was anderes und die kommt. Das kenn ich. Oh nein, Babypack, ich hab... Ich hatte sogar mal bei der View-Version einen richtig witzigen D-Sync. Irgendwie 10 Leute hatten eine Strecke gewählt, 2 eine andere. Das Roulette hält auf Varios Abfahrt an und es wird kündigste Rennpiste gespielt. Ja. Bei mir. Die 60 ist gegangen, die ist der Entschuldigungsschaft mit der Diggisunterhaben. Ja, ich hatte auf der View halt auch dieses Phänomen mal gehabt, im Einbrennen nur 3 Pilze immer wieder bekommen. Egal auf welchen Platz. Okay. Das war eigentlich gut auf Platz 1, oder? Ja, wenn der andere dann immer die ganze Zeit Rote gekriegt hat, dann war das nicht so feierlich. Neue Strecke. Hauptsache Furry. Und dann gucken wir den dann zum Schluss. Alter. Wow, der Grüne auf mich jetzt war... Ach, das wäre ja welchen anderer gewesen, wäre denn niemals so geschossen worden. Das ist einfach so. Wo ist denn hier? Was ist denn hier passiert, da? Was ist denn hier passiert, oder? Was ist denn hier passiert, oder? Ja, ich will hier. Die Strecke ist einfach nur russisches Blut. Nein! Ob sowas erster zu werden. Wie? Wie bei den Leuten gewöhnen. Der Face war locker. Mist! Der Blitz, Alter, das ist... Der Blitz wird mal Bombe abgesnipet. Alter! Boah, das ist einfach wahnsinnig. Einmal getroffen. Ja, komm schon, Schicksalsschlag! Boah, Alter. Ist denn das hier schon wieder so eine Vierer-Lobby? Es ist doch, Jerome. Das ist so. Ja, Saka, auch jetzt nur auf Platz 7 hier. Hey, wie wurdest du eigentlich nicht von der Bombe getroffen hier, Saka, hinter mir? Mit deiner Pflanze. Ja! Boah. Ach, Mist! Ach, Mist! Dritter, ganz knapp. Eieieieiei. Neue Lobby. Danke. Na ja. Hier steht für Lifestyle. 121. 121. Ich weiß nicht, ich glaub, da wär ich gleich dann auf Platz Top 20 oder so wahrscheinlich. Ach, hier, der Romo nix. Bist du das? Bist du hier dieser Waluigi? Geile Lobby. Danke, lieber Gott. Ich guck beim Warten zu, da sind zwei Spieler und der Rest sind NPCs. Geil. Ja. Okay. Und die sind in Runde 1. Ja, geil. Ich könnte ein Eiligen gehen in der Zeit. Ist nervig. Oh Mann ey, Alter. Das war die schlechteste Screenshot, die ich in meinem Leben gelaufen hab. Ja, ich schau auch zu Runde 1. Ja, dann kommen wir jetzt in eine Lobby, ne? Dann kann ich dich wenigstens ziehen. Nee, ist ne andere Strecke. Also meinst du nicht irgendwie die Punkte komisch? Kann es sein, dass Störelement nur Spieler 2 ist an deiner Switch? Kann schon sein. Weil Störelement hat bei mir wieder null Punkte. Ja, meine Runde 1 als Zuschauer joinen ist schon... Du wartest ja ewig. Du weißt genau, jetzt kannst du mindestens zwei Rennen eins fahren. Ja, in der Zeit, wo die zwei Runden machen, hättest du drei Rennen fahren können, ne? Oder vier. Ja, es ist so. Und wenn Babybug kommt, sind es sogar fünf. Ja, das ist das Problem. Wenn du es gerade ausprobiert auf der Highwall-Piste, ich glaub dieses Springen über den Rasen ist kürzer. Ja, ich glaube das auch. Ich mach das auch immer. Alter. Nein! Es ist so rein zu Krieg vorne. Die schlimmste Strecke. Boah, wann sind die denn fertig? So. Äh, weiß ich nicht mehr. Irgendwer war's, Jerome. Party übrigens. Ey, ging ein bisschen unter. Danke für 72 Monate. Lange. Danke sehr. So, mal schauen. Ähm, eine neue Lobby. Jetzt bin ich hier. Ja. Ah, wie Poki, hallo. Hallo. Und wieder dieser komische. Und Yasaka. Und wieder der komische mit den Antennen. Boah, auch wieder böse. Pff. Ich glaube, es gibt keine guten Lobbys. Ja. Ja, doch. Eine gab's gerade. Wenn du mit zwei Leuten rumfährst, schenk dir Punkt. Wolf Strudel fragt solche Fragen nicht. Ruf bei Nintendo an und fragt, stell die da die Fragen. Okay, ein paar sind jetzt noch mal rausgeflogen. Ich bin jetzt insgesamt mit drei weiteren in der WTF. Mit mir zusammen sitzt jetzt nur noch drei in der Lobby. Ja. Ja. Dann wechseln die. Ich bin so ein bisschen verschoben. So. So. Dann Kann sein, dass ich gleich nur gegen Ziphius spiele. Ja, wirklich? Oh, der ist bei mir in der Gruppe. Und dann noch Herr Persche. Du warst zu zweit in der Lobby. Gerade dann, wo ich mein Ding nach hinten schieße. Aua, Aua, wer war das? Aua, 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 das hat weh. Alter, ne. Auch in echt. Ja, klar. Ich war mit Madness und Wine. Der Rest ist zu gut. Ich wäre fast mit Madness in der Gruppe gewesen und wäre bei ihnen jetzt nicht der Wechsel eingetreten. Boah, verpässt dich, Geist. Oh nein, du blöder Vario. Boah, da hätte ich nach vorne geschossen. Boah, ich war im Rückspiegel. Eckehafter Spieler. Dieser Geist. Aber das Spiel sagt sich auch so. Okay, er spielt nur mit Ziphius, also bekommt er eine Hupe. Pfff. Ja, das ist. Ja. Wie, was ist das für eine Auswahl an Strecken? Pfui. Okidoki. 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 Charakter Wechsel. Ach man ey, der verdammte Blitz. Na, vor der Ziemi, ich krieg drei rote ab. Sauber, richtig so. Und während vom ersten Platz werde ich fünfter. Boah. Weil du so schlecht bist. Wie viele Punkte hast du? Das sag ich nicht. Ich glaube, ich habe weniger. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich nicht. Ne. Ich doch, ich glaube schon. So dreistellig muss. Ja gut, das ist ja Standard. Oder Nafel? Ja, das ist wahr. Bei mir auch. Also ich habe 126. Guck, mehr als ich. Nafel auch mehr als ich. Oh, ich habe mit dem Buben anstehen, die werden noch auf dem siebten Platz befördert. Ich habe mal einfach Mario genommen. Ich glaube, ich habe den noch nie genommen. In meinem ganzen Leben. Kann er auch nicht. Wieso kann der nichts? Ey, das kommt der Blitz vor der Ziemi. Das ist doch sicherlich. Und wie er schon Mario. Die Blitz ist auch schon so groß. Die Blitz sind wahrscheinlich. So fast nach dem letzten Alten. Die Blitz ist doch mal. Ach, das ist Dinsen. Die Blitz sind doch durch. Hallo! Ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Was steht denn nicht mehr? Oh, nein! Ich weiß nicht, ob du das kennst, also es gibt zwei, die so gut überein und der Rest ist schlecht, das war schon immer so. Aber im SNS haben die ja sogar so ein bisschen, kann man sagen, nicht verhoben. Ja, wenn man die aus der Bahn geschossen haben, haben die mit unendlicher Geschwindigkeit immer ihre Ursprungsposition aufgeholt. Aber es ist immer wichtig. Aber im SNS haben die so ein direkter spezifisches Item, die machen dann immer unendlich Sterne, wenn du die abschließen wolltest. Ja, die Giftpilze von Geeklo und Toad waren auch nicht anders. Aber witzig war es, wenn die in ihre eigenen Items gefahren sind. Ich hab schon gesehen, da ist man nicht so viel immer gesagt gespielt. Ah, Number One! Ich hab auch lieber alles defensiv jetzt gelassen. Als Zweiter ist es auch manchmal cleverer, defensiv zu spielen. Naja. Kommt drauf an, wenn man abschießen kann, ne? Naja, aber wenn du auch schon siehst, du hast so einen Abstand zum Ersten, dann ist dann defensiv zu spielen, um den Zweiten dann besser als eine Route ins Nirvana zu schicken. Taktisch ja, aber manchmal will man bei den ersten einfach abschießen. Ja. Aber ich sehe ja noch bei den neuen Strecken, wo die CPUs nicht so programmiert, dass sie mit Pilzen die Abkürzungen nehmen. Mann. Was denn noch ein guter Fahrer? Schaut mal ein paar. Boah, Melinda? Was sind die denn so? Inkling. Ach ja, also wirklich. Da rede ich gar nicht. Was denn? Das ist nicht der größte Müll, den man nehmen kann. Inkling. Also, ich kann die Astronomen empfehlen. Wen? Rosalina. Ne, danke. Wario kann ich noch empfehlen. Mit dem fahre ich auch gerne. Nein. Nein, danke. Wario all the time. Du hast mal Metall Mario genommen. Was ist denn Kölner? Den habe ich glaube ich gar nicht. Schlecht. So, wie lange noch? 33 Minuten auf Perlin. Alter, wie schaffst du dann ja heute alles aufhören. Geile. Alter, wie komisch war das jetzt. Deswegen ist der Trottel und den so trotzdem von Verroten getroffen. Deine Klanche. Ach, ist das hier Jerome hinter mir wieder? Ja, das ist der Clown. Mit seinem Wiggler und R.E.G., da wäre ich schon wütend. Der CPU hier. Nach hinten oder nach vorne? Nach hinten oder nach vorne? Nach vorne. Nach vorne. Nicht wieder voll entziehen, Mann. Nicht schon wieder. Aua. Und Platz 2 auf Platz 6. Zweiter Mal noch. Das ist so leckerlich. Oh Mann, die Grüne, ey. 158 Grad. Sehr schön. Der Saka muss auch kämpfen. Bei meinem Fall, der Herz war nur so eine halbe Lomme. Da muss man nur vier Leute gefügt, die Leute ins Ziel kommen. Und dann wird das Rennen dann abgebrochen bei den CPUs. Stimmt. Oh, der Blitz. Boah, hast du ein Glück, Jerome. Alter, du hast doch an. Hat Jerome an. Hier ist der Beweis. Jerome hat an. Da sind wir bann. Ja, der fährt einfach gut. Nein, an. Was denn an? Was heißt denn an bei dir? Das schießt an. Der fährt einfach gut. Nein, an. Wer hat nen Pilz? Wer hat nen Pilz? Welcher nun? Oh, ich hatte einen. Oh. Ja, sehr gut. Mindestens zweiter. Oh. Na toll, die Mauer hat mich noch. Du hast an, Jerome. Du wurdest nicht platt gefahren. Mäh. Blitzender der Korbe. Mäh. Andi, die Bombe hätt nicht sein müssen. Oh, ja, damit lässt sich was machen. Ja, ein Pilz. Was ist denn nochmal Link für ne Gewichtsklasse? Ist also Rosalina? Achso. Aber nicht super heavy. Also eher wie Rosalina, oder? Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Also könnte man auch noch mit Donkey Kong gleich nehmen. Okay. Hallo. Hallo, Donny. Hallo Morgen. Hallöchen. Hallo. Du kommst jetzt noch für 30 Minuten rein. Ja, wir fiebern schon dem Ende entgegen, weil wir unsere Nerven nicht mehr zusammenhalten können. Ich sehne mich eher nach dem Ende. Ich bin leider nicht wieder nach Hause gekommen. Ich bin leider nicht wieder nach Hause gekommen. Aber wir nehmen das doch eh hin nicht ernst. Deswegen kann man doch auch noch ein bisschen rein-join. Ja, stimmt. Jetzt? Heute wird das ernst genommen geholt. Diesmal kann ich aber ab. Rom in der Lobby. Ja. Wo ist der Konkurrent? Wer ist denn wohl Platz 1? Haben wir schon 200er Punktzahl gesehen? Das ist geil, das ist schon wieder über 200. Ja? Ja. Wie kann der denn immer Erster sein? Natürlich gibt es noch eine blaue. Denzen, du überholst dich jetzt oder du kriegst... Ne, okay, dann Jerome. Hä? Überholen? Ich bin Erster. Wen soll ich überholen? Ne, ist schon okay. Alles gut. Ich wollte dich überholen. Und wir mit der Red drohen. Aber Jerome hat mich frecherweise überholt, als ich eine Red hinter mir herzog. Dann hat er es halt eben abgekriegt. Das traf, das traf ins Herz. Tut mir leid. Hey, es kann direkt das Spiel starten. Suche nach Spieler. Jetzt habe ich es jetzt zu sagen. Über direkt nur noch. Da gibt es Leute gefunden. Oha. Weißt du, die Sprengung kommt? Ist man komplett Asymptom? Weil die ersten sind meistens schneller als die zwölften. Und wenn du an zwölf Menschen spielst, muss man auf die zwölften warten. Und ansonsten muss man auf die sechsten oder siebten warten. Jetzt fährst du auch andere Strecken und dann kommen auch noch mal drei Blitze in der einen. Und bei der anderen gar nicht. Genau. Oh, bisschen mehr über Milchus. Jetzt kommt der Blaue. Ich bin Link. Scheiße, ich guck dir gerade zu. Oh, Alter, wie kann nicht der Blaue in der Luft? Boah, Jerome, du hast es so verdient. Oh, 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 Karma, Karma. Boah, Jerome, boah. Hoffentlich hast du das Spiel gerade. Ja, Saka nimmt einfach eine Kugel, wenn du dir auf der kleinsten Schau gehst. Nein, oh, da wurde ich runtergedrängt. Ah, ich werde ruhig. Ich habe noch eine Bombe. Könnte es auch noch Zweiter werden. Jetzt kommt der Blitz. Come on, ey. Und wenn denn das jetzt drei rote oder so einen Scheiß. Ja, Mann, jetzt komme ich nicht über den Schoffeln, weil ich ein kleiner Pisser bin. Mann, ja, Saka. Jetzt komm. Ach, herrlich. Schade, 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 schade. Ich von keinem. So. Schön. Die obligatorische Tüte-Enttäuschung. Geil. Ich habe es aber auch eine Sache gemacht, damit ich das im Discord richtig gut immer höre. Denzen habe ich es um 30% leiser gemacht. Das ist ein Hauter. Ah, Jerome, Achter, das sehe ich gerne. Aber die Typen mit 200 Punkten, den würde ich auch ganz gerne mal sehen. Wer ist das? Der, der beim letzten Mal gewonnen hat. Sky. Irgendwas mit Sky. Skyris. Skyris, ja. Gegen ihn will ich auch mal spielen. Der ist nämlich bei mir gerade in der Lobby. Freude. Ist der Lobby wenigstens stark? Ja. Jetzt schaue ich beim Mülleimer warten zu. Oh, hier ist Skyris drin. 230 Punkte hat er. Mitchell wird das Spiel gerade auch hassen. Der hat mich gerade abgeschossen, war gerade für so 10 Sekunden erst und dann kam der blaue. Hm. Diese Pizze. Ich sehe gerade, Mitchell ist auf Platz 3. Ja. Alter, was war das denn? Ach so, da kommst du gleich so meine Gruppe. Okay, dann sind wir wieder in der Gruppe. Ja. Komplett neue Lobby, das ist schön hier. Ich hab noch gar nicht gefragt, spielen wir eigentlich online jetzt? Wie was spielen wir? Ja, nein, 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 zusammen mit einer, turniermäßig, ich halte irgendwie nicht. Turnier, Ausrufezeichen MK8, dann hast du einen Code, den kannst du eingeben und da können beliebig viele Leute mitspielen und immer einsteigen. Ah. Oh Gott. Und ich frage mich die ganze Zeit. Erster zu werden. Also ein Chat MK8 wird mit Ausrufezeichen davor. Jetzt brauchst du nehmen, oder du liest jetzt einfach den Chat, da steht es gerade. Sag mal, wie macht der Zug? Äh, ja. Danke. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum geht da nix? Wenn du es aber einmal hinzugefügt hast, dann bleibt es auch drin. Nächst mal raus. Ah, so. Auch wenn du dann die Uhrzeit änderst, nächstes Mal ja nicht. Ja, ja, ja. Ich konnte ja auch letztens die Regeln ändern, der Code bleibt nicht gleich. Ja, zwei, 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 zwei... Ja, zwei. Ich bin da drauf. Ah, zwei, 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 zwei. Ah! Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Ja, aber das ist nicht genug. Äh, warte mal, wer, wer... war das mit 214 gerade? Skyris hat 230. Oh Gott, ein paar Rauf gleich. Aber ich bin da drauf. Aber er ist jetzt hier in der Lobby und jetzt gerade gar nicht in der Lobby. Die rotaarige. Die hat sich selber so genannt, dann darf man das. Oh, Alter. Vielen Dank, als rotaarige Gruppe. Bitteschön. Jetzt kommt der blaue, ey. Das ist so ein Kacke, ey. Ich übertreibe gerne mal. Ja, ist okay. Ich nimm dich persönlich. Das lächer dann auch an dir. Alter, diese Rosalina hier. Die Posi-Stern-PXL. Schlimmster Fahrer. Ich muss dann mehr spielen, mir fehlt ja so viel Zeit. Das ist jetzt erst, das ist einfach nicht fair. Da fährt er sogar in die Bande. Ja, das ist also... Hex. 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 Jetzt klaut mir der geilte... Junge, dieses Ding. Schlipp aus. Schroßdorf. Superfahren. Sensho. Aua, die Bombe auch noch. Sensho, ich weiß, du hast mich vielleicht, aber... Ah. Ah. Mann, das klingt auch, wenn dir das gefällt. Warum ist das drin 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 drin? Nee, dann... Das klingt anders, also... Hex. Hex. Sehr gut. Okay, okay. Ey, Skyrim ist halt hinten wieder in die Bande. Wie kann der so viele Punkte haben? Sensho, warum die tröte? Hex. 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 Die Banane geklaut. Nee, ich glaub nicht, sie Mario. Ist so lange her. Ist aus für mich das Game. Boah. Bitte nicht. Ach, scheiße. Gibt's ja die Sprache. Ja, klar. Oh nein, nicht nach den Itemboxen. Oh nein. So ein Mist. Jetzt nur noch schnell ins Ziel. Na echt? Ja, Alter. Oh mein Gott ausgewichelt. Nee. Alter, wer hat die ganzen Roten denn jetzt geworfen? Voll Katastrophe. Und das Schmutz. Süßes. Oh! Wer da unten steht. Warte, ne? Da war so Street Fighter sterben. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Link ist ziemlich gut. Wieso habe ich die noch nie eigentlich genommen? Sieh doch gut aus. Ich liebe es, dass seine langen Beine in dieses kleine Kart hingekrutscht sind. Großartig. Das heißt, dann mach dir aber auch nur einmal, dann hat das gebraucht. Der Arzt-Kollege kannst du vergessen. Ich bin mal super Double Dash. Du hast ja auch in meinem Kart drin mit seinem Bein. Und mein Double Dash war ja mal in Geo-Kitty, du bist. War noch zu einem Double Dash. Double Dash war super. Ich träume auch noch von Double Dash. Das wäre so geil, wenn sie das einfach neu machen. Mario Kart. Ich hab doch schon mal Kritik an dem Boost-Pass, wenn der jetzt rauskommt. Das ist jetzt so das Problem. Man hat dann jetzt schon alle Typen von Mario Kart Strecken. Das heißt, die werden nicht so oder so doppelt als DLC kommen. Ich hoffe noch auf eine der Bowser-Festungen, die du siehst. Da kommen bestimmt noch einige tolle Strecken. Da haben bestimmt drei Bowser-Festungen. Von Gamecube doch mit Sicherheit. Ich hoffe ich und von Mario Kart DS. Wie ist das denn die besondersste Bowser-Festungen? Gamecube oder Wii, würde ich sagen. Die beiden verschießen es nur ein bisschen aus. Aber ich glaube, es ist für den Arf-Types. Gamecube würde ich nicht vermuten. Und dann noch vom N64 würden die wieder reinnehmen. Bei dem Mario Kart Wii war zwar auch eine Retro-Strecke, die N64 Bowser-Festungen, aber... Boah, aber die ist lang. Ja. Noch ein Blauer, Alter. Ich krieg den zweiten Blauen in einem Rennen ab. Den zweiten Blauen. Also... Bei zwei Blauen ist das nicht verboten? Es ist einfach zu viel. Und vor allem beide fressen ist halt auch das Problem. Aber dazu sei erwähnt, es war gerade mal die zweite Runde. Nein! Und damit habe ich verloren, weil ich die letzte Itembox nicht bekomme. Boah, wenn ich jetzt überholt hätte, hätte ich es mich... Komm, war ich es mir, es bin jetzt erschossen. Na warte, Pipoki. Ah, komm. Lenk den Hass bitte woanders hin. Ich bin nicht die Nummer 1 hier in der Lobby. Das muss ich noch werden. Wulf gönst ich hier den ersten. Skyrim ist jetzt nur 7. Ah! Oh, komm schon. Schicksalsschlag. Ich habe einen Pils. Der blitz einfach komplett. Oh, eine blabbe Pils. Der Schlag klingt aber böse. Boah, Madness. Noch 18 Minuten. Boah, dein Herz hat sein Ende. Da kommt noch. Aber ist schon nett. Ich gehe jetzt und gucke jetzt 200er oder noch nicht. Ich war gerade 6 Star. Der Brot hat mich noch überholt. Buh, da wird die. Buh, da wird die. Es gab eine Variation des Gamecubes mit DVD-Player. Das war von Panasonic, dieser IQ. aber nur japan irgendwie und hier ist das ding katastrophe großartig anders aus ja es gab ja noch in japan so weit ich weiß ich habe mir den orangen gamecube controller sogar importiert aus japan ich meine von der form her gibt es auch einen gamecube der ein bisschen mehr wie n64 aussieht also nicht so wirklich ein würfel wie man im club vorstellt oder so ein bisschen wie so ein n64 oder gibt es da nicht auch fun fact dass der gamecube gar kein cube ist ja bei uns ist er ein cube mann wolf ich war einfach ab bin ich immer noch das beste von gamecube was wir uns angeht ja ok für das schlechtste internet noch mal 100 euro ausgeben beziehungsweise 200 dem markt ist ja auch schon geil gewesen ich krieg wieder an blauen ab ich also ohne blau wäre es so viel geiler du kannst nicht vorne fahren und jetzt kommt skyris ich bekomme hier auch zehn minuten ab das ist alles krass ich werde mit ihnen klinken im klunker nein das ist jetzt auch wieder super schlecht kurz noch durchgereicht ja es ist so hinten bleibt es macht gar keinen sinn am anfang es ist müll ich habe es wirklich hat wirklich jürgsten punkt habe ich jetzt gerade so gesehen suche nach spielern 246 in der lobby das sind wenige ist das du ionisch ich bin meiner erster kann ich sein die müssen ja voll schlecht sein ich könnte sagen ich entdeckt habe aber ich glaube in dem beziehungsstand weißt du jetzt mit dem spieler und dieser person sage ich mal nichts dazu auch nö ich bin einmal rausgeflogen ja ich habe auch das connect gehabt oh mein gott das ist ja nicht wirklich passiert weiß ich jetzt auch mal in der lobby hallo hat er gesehen jetzt hier was passiert hatte ich versuche auf sich zu schalten in dem fall ist es schon durch ja ich glaube das war mit roten mein gott das ist auch die schlechteste strecke mehr zu spüren mit der balli irgendwo ja ist es wirklich so du kannst doch nicht aufholen nein nein das ist unmöglich verdient erster platz genauso dumm wie die autobahn die autobahn ist ein traurig ist genauso dumm ist göttlich ist schön aber die autos hüpfen so hey als ob da jetzt der kugel willi auf Platz 2 kommt wieder dritter ich glaube der fünfte mal hintereinander gut ist doch gut ist doch nicht gut doch ist okay ich würde sagen jetzt sind so die letzten vier runden kommen jetzt nein ich muss zuschauen man war da gerade ein mpc vor dir vor mir ja habe ich nicht drauf geachtet könnte sein ich meine ja du lachst mich aus aber es waren drei ich bin dritter natürlich der war auch noch vor neun anderen oder vor acht anderen ja aha ich bin ja nix dafür wenn ich schau beim warten zu ich bin ja nix dafür ich will nicht zugucken ich will mir das elend nicht reinziehen aber das ist knapp hier so ein 200 bis 220er bereich ja ja okay wir sind zu 11 warum startet das rennen einfach auch jetzt startet wir haben ja auch gerade eine minute gewartet bis wir los ging ja okay bei so wenig 233 panze ja 233 ne also 10 minuten 10 minuten bleiben noch für die 300 drück mir die daumen ich glaube ich habe 214 ich habe 400 wächst am ende die tabelle eh nicht das ist das taurige das ist doch spaß darauf kommt es doch an mein gott immer immer wann ist denn spaß aua wir wissen doch alle Mario Kart macht besonders viel spaß scheißbombe weg boah schaust du diese dumme autobahn ey einfach nicht einholen lassen so hier ist auch baby luigi auf platz 2 ein mpc hinter vor jerome jerome einfach schlecht ja ja was ist denn los ok ich verstehe nicht für die grüne ok dann ist der lange mit hecks anders hecks weiter ah was für die gemütliche lobby endlich ah mh das tut gut hier entlang zu fahren so jetzt was haben wir denn da wieder jazack ne die verschwinden ich fahr hier einfach mein ding ja von der eigenen grünen getroffen ist klar die ganze zeit warum geht mein kart so nach links meine bewegungssteuerung ist einfach angegangen ja im turnier da war die auch einfach an ich hatte die mh auf gesehen angemacht habe ich mir gesagt dass mein controller nicht ging habe ich mich schnell zu gamecube controller gewechselt meine er hatte keinen und sie sondern die ich habe mir schon ein bisschen leid hier ne ja das tut dir jetzt aber weh zu schluss ey danke für 55 68 monate sich weiterhin am start danke sehr sehr danke sehr du dir rum dieser faceman hat auch nur luck jedes mal ne aber die sind schon mitziehungen nix kann er ha mist nix kann er und noch nicht mal da tricht ist so peace bitte mir hat man sich abgesprochen mit den ganzen reds sehr gemein leute mit und käseland käseland weg damit schmutz ich liebe käseland upsala boah das war jetzt nicht so eine Fade upsie ja das war auch ein Fail warum schieß ich das Ding nach vorne Oh mein Gott. Ah, selber Schuld. Jetzt bin ich nämlich im Kult der Scheiße. Jawoll, Blitz. Oh. Zum Glück. Der Käsekack. Madness hat auch schon die 200 gekauft. Die 200? Du meinst die 300? Ne, die 200. Die 200 haben wir glaube ich viele, oder? Na also, jetzt brauchen wir nicht alle. Die Besten werden so knapp an der 300 kratzen. Aua. Filmbringstilo. Ich sehe so einen Geist von mir fahren, hat eine grüne. Du musst die Attacker sein. Einfach mal schütz. Das ist einfach nur, einfach nur... Mein Gott, der Blitz. Schon wieder und ich hab einen Stern im Inventar, ey. Nee. Alter, wie viele Rote noch. Du nix mehr lief. Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Diese Tröte, das war knapp. Ich hab das, oh Käseland. Alter, das hat aber nur gut gesnipert hier. Oh, ist das schlecht. Aber auf Käseland natürlich stark, ja so. Oh. Oh, Glück, Geister. Ein oder zwei Rennen noch. Nur sechs Leute in der Lobby, hm. Nein. Oh, zwei Französinnen sind da. Ah ja. Gesundheit. Nein. Oh, gnädig. Nach zwei Roten und nach Blauen hab ich so blitzig... So. Facemail noch eine reingedrückt. Oh, ich danke dir. Ich danke dir, Sintex. Sehr gut. Sehr gut. In. Huch. Hätte er mich mal vorgelassen. Ey. Die Bombe war jetzt ganz... Ja, klar. Boah, wieder fünf Fischrote auf einmal. Ja, Vorsicht, bitte die Blaue reinreißen. Keine Rote. So. Hier ist mal die Uhr. Ja, genau. Und alle kriegen noch ein Bulle, äh. Einfach geht fett überholt. Einfach. Fakt ist gut. Wie war das? Ich hab mir gedacht, ich bin jetzt zum Schlösschen. Jo. Ach, Scheiße. Äh. Scheiße. Wieder ein Blitz, ey. Hast du das Gefühl, in jedem einzelnen Rennen gibt's einen Blitz? Ja, ein oder zwei Blitze sind Fleck. Ja. Ja. Ich sitze auf, gerade waren die so full Lobby als Leute, und jetzt sind wir noch 50. Scheiße. Was? Ja. Ah, Gerogen ist wieder hier drin. Ah, er hat mich aufgeholt. Jetzt kommt ein blauer Feldkantast. Das kann ich nicht auf dem sitzen lassen. Gut, dass wir noch zusammenkommen. verschiedenen Rennen verholt. Ja. 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 Ja! Ja. Ja, ja. Das wird dann wiederum. Ja. Du denkst, der hat da der gehört. ich habe in der runde oder war der war aber er war schon frech das gibt es nicht ja jetzt kommt der blitz wo ich fast hier am boden bin und neil versagt man eine punkte ja 200 hast du ne sei ehrlich ja ich habe 2-13 Jahre. War nicht schlecht. Na klar. Mann! Du hast eine Heißbücherung, was du nicht sagst. Ey! Es ist ein 1-0, ich mach zacker in dieser Runde, mir tut es ja auch nicht. Sauerei. Ich bin 22. Ich kann mir meine Laufereien von... Hä? Ich hab's nicht nach vorne gehört. Ich hab's nicht nach vorne gehört. Ups. Ich hab's nicht nach vorne gehört. Noch in wenig Zeit. Ach komm, eine möchte ich jetzt noch bitte. Ja, bei mir ist auch noch eine Runde. Ja. Er sucht noch. Deswegen hab ich noch zuversicht, dass ich vielleicht... Oh, dass mich jetzt die Blaue noch getroffen hat. Obwohl ich gebremst hab. Das Game ist einfach Müll. Ja, weil die Blaue hat sozusagen so 20 Meter Abstand. Möchte gar nicht wissen, warum das so ist. Das ist Müll. Schmeiß ihn rein. Das ist Müll. Der müsste immer dazugeben, dass er schlecht war, aber... Fast, ich darf sogar noch eine fahren. Ja, Jerome. Ich hab's aber nur in deinen roten Haaren. Ich hab schon bemerkt, dass Jerome um ja alles reindrückt. Skyrim ist einfach 320 Punkte. Let's go! Der Typ ist lieber Zweiter geworden, als dass ich... Oh, bei mir ist schon nie abgeschrieben. Ja, Leute, jetzt muss ich da zugucken. Ich darf nicht noch fahren, sondern muss zugucken, was da wird. Ah! Ja, gut. Mich findet jetzt fast das letzte Rennen statt. Deiner ist einfach gut. Oh, 200 Ton und 30. Letztes Rett. Komm, ein Sieg. Letztes Rett. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt noch bin. Wie jetzt ist sie jetzt noch? Wenn ihr seht, dann muss ich da bis 200. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Loll. Diese... Diese Tabelle. Ich bin hingekommen. Ich hab'n Rupp. Easy. Erster. Schon drei oder vier Rennen am Ende jetzt. So nämlich. Deine Punkte nehme ich nicht mehr. Das ist nämlich nach der Zeit. Ne, ist... Mir ist... Mir ist doch nur meine Punkte. Mir ist doch meine Tabelle. Ich hab'n nicht zählen, aber das sind... 247. Ich hab'n nicht zählen, weil wir noch rechtzeitig gestartet haben. 247. Also in meiner Tabelle sind wir beide auf Platz 10 mit 232. Ja, bei deiner. Ich bin außen vor. Ich bin Juki jetzt deine Tabelle, ist die Frage. Ich hab'n Rupp. Meine Tabellen stimmen immer. Also bei mir... Im Platz 7 schon wieder. Mit Wulff. Eigentlich, ne? Hatten sich eigentlich... Ha! Ja, Sack! Nur Platz 9. Der ist so schlecht. Nein, das ist ja der Witz. Densens und Nafal haben andere Tabellen. Ey, Skyris 320 finde ich... Also... Echt komisch. Unverschämt. Das ist... Das ist Nintendo. 320 sehr stark. GZ. Wie viel? Porsche 291. Porsche fährt grade auch noch. Nefal und Densen haben bei mir 15 Punkte wenig. Auf der Liste. Aber warte, ich guck noch mal rein, vielleicht weil ich zu früh geguckt hab. Mann, ey. Ey, diese Tabelle riecht nicht auf. So. Ne, der aktualisiert hat gar nicht. Ist er voll dumm? Ja, die Tabelle ist Müll. Hat der vom letzten Turnier die Punkte noch für alle aktualisiert? Nein, 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 nein. Da ist alles anders. Jeder hat eine andere Punktzahl da stehen. Cool. Wie gesagt, Jensen Nafal, hier haben bei mir 15 Punkte weniger in meiner Liste. So. Wir fahr'n auch noch grad alle für Rennen. Da sind wir noch dazu. Auf Platz 2. Der hat noch die 300 Punkte geknackt. Das ist... Dass es nicht mal ne Tabelle gibt, die aussagekräftig ist. Das ist zu komplex für Nintendo, bitte. Boah. Ja. Das Ding ist... Das Ding ist... Das ist doch Mario Kart 8. Das war der einzige Bugfix, den Nintendo bei Mario Kart 8 Deluxe gemacht hat. Skyris hat... Ne, beim ersten Turnier war er glaub ich... Beim ersten Turnier war zumindest auf meiner Liste Platz 11. Danach beide gewonnen. Stimmt. Man könnte ja auch am Ende alle Punkte mal zusammenzählen. Ist vielleicht auch spannend. Ja, welche Tabelle nimmt man denn da? Hm? Welche Tabelle nimmst du? Jeder hat ja andere Punkte zu haben. Ja, meine. Wo du... Wo du bist. Der war Meister. Huh. Jawoll! Also bei mir... Immer die, wo Denzen weiter vorne ist. Bin ja immer weiter vorne. Das war halt Ende. Platz 7, Platz 6, Platz 7 hab ich. Ich bin immer da so. So. Wie sieht's bei mir aus? Du bist Platz 7, Platz 6 und Platz 10. Jetzt hat das aktualisiert. Hä? Ist das doof? Wir haben jetzt gerade das letzte Rennen gefahren. Also ich hab... Ich hab... Mein letztes Rennen... Fehler meiner Datenübertragung hört sich schon mal geil an. Ah. Nice. Das war nochmal eine schöne letzte Runde. Milliarden Unternehmen und die kriegen sowas nicht geschissen. Ich hab... Ich bin schon auf... Nee, die juckt es einfach nicht. Ich bin auf Platz 7 mit 247 Punkten. Ja bei mir auch. Also das ist die Wahrheit. Können wir bei euch das Fünfter mit 274? Nee, du bist bei mir Fünfter mit 259. Du bist auf sechsten. Also ich bin... Ich bin nach... Nein, das kann... Ich möchte da nicht drüber reden. Das ist... Das ist... Traurig. Nein, nein, nein. Ja, ich bin auf Platz 12 mit 232 Punkten. Ja, ich bin Platz 10 bei mir. Das ist einfach Müll. Ja, das ist wirklich schlimm So ein Müll Trotzdem ist meine die echte fertig So, danke ins Wolf Wir gucken mal, nächste Woche könnte die Uhrzeit sich verändern Ich bin mal gespannt, wie das so passt Genau, oder später Eher früher Aber ist noch nicht so ganz safe Aber ja, mal gucken War so ein bisschen klar Wegen dem Zelda-Ding Obwohl ich beides dann auch sehr spät finde Vielleicht auch nicht Mal gucken Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sonntagabend Noch ins Voice, danke fürs dabei sein Ciao Einfach cool Einfach gut Einfach gut Ich finde das ist der perfekte Mario Kart immer so ganz geil Macht einfach Spaß So, ich werde jetzt relativ zügig ausmachen Wir gehen noch rüber Zum Loose Flip Der Basti ist da Die flippern Gucke ich mir glaube ich jetzt gleich auch noch ein bisschen nebenbei an Deswegen gehen wir da auch einfach rüber Das können wir mal hier so machen Zack, Ende aus Mickey Mouse, Fujikato und so weiter Ich bin unsichtbar Bums Leute, ich bleib noch mal da Bleib noch mal im Raid Und spammt da mal den Chat kaputt Moment Wir machen mal Ja Machen wir mal hier so Einfach nur so Denzens Ich will mal ganz viele Denzens da im Chat sehen Hier Kopiert die mal raus Und dann spammt da mal ordentlich rein Ende aus So, ich werde mir jetzt was zum Mampfen holen Leute, es war mir ein Fest Es hat Spaß gemacht Auch wenn es nicht so klingt bei Mario Kart Es macht wirklich Spaß Die 90 Minuten sind perfekt Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntagabend Ähm Danke, wünsche ich auch Hitbox Genau, das klemmt ihr da rein Dann wird sich gefreut Und Ja, nicht hier Das bringt nichts Drüben Und dann sehen wir uns morgen Wie gehabt um 17 Uhr Mit Mario Mit Zelda Und Mario Kart Nochmal bei dem Boden Und dann denke ich mir mal nach Denke ich mal nach Ob mir das einmal die Woche nicht reicht Ja, so ist es Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend Lasst Grüße da beim Andi und beim Basti Die flippern sich die Seele aus dem Leib Da einfach mal spamm Geil Wir sehen uns morgen Äh Um 17 Uhr Tschüss Schlaf gut vor allem Um 19 Uhr Geil Also wer jetzt ins Bett geht Dem sage ich natürlich schlaf gut Rüber